Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu Crusader Kings 3, einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Kanal hier bei mir, Gaius Julius Cäsar. Wir wollen mit der kleinen winzigen Grafschaft Brandenburg zu Ruhm, Ehre und Macht gelangen. Also eine große Herausforderung, die wir uns jetzt hier, die wir jetzt auf uns laden. Wir starten hier im Jahre 1066 und damit ihr keine Ladezeit habt, bin ich schon mal hier direkt reingegangen. Ich habe einfach direkt Brandenburg ausgewählt und habe mir noch gar nicht alles so im Detail angeschaut. Das können wir jetzt gleich alles mal zusammen machen, um zu gucken, was wir hier für eine Startposition haben. Also schon viel Land haben wir nicht, wie ihr seht und sind natürlich nur ein Graf. Das heißt, wir haben noch einen Herzog über uns, aktuell den Herzog von Lausitz. Und über dem Herzog der Lausitz ist wiederum der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und hier seht ihr die Karte des Jahres 1066. Ja, nachdem ich aktuell ja auch ein Let's Play am Laufen habe mit Wessex in England, wollte ich auch noch ein zweites Projekt starten und das natürlich auch mal im Heiligen Römischen Reich. Also eine deutsche Nation auf jeden Fall wollte ich machen, nehmen. Und ja, ich wollte auch eine große Herausforderung haben. Ich habe jetzt einige Tutorials gemacht. Die könnt ihr euch gerne alle nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zwar habe ich ein Tutorial gemacht zum Thema Ränke, Schmiede, zum Thema Nachfolge und Erben. Zum Thema, wie man genügend Geld verdient, gibt es dann morgen am 13. September ein Video, ein Tutorial. Und auch zum Thema Religion habe ich eins gemacht. Und ja, auch ein Allround-Tutorial für den Einstieg. Ja, dazu gibt es eine eigene Playlist, die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr hier neu in einem Spiel seid und da ein paar Sachen wissen wollt, dann schaut doch mal die Tutorials an. Und jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich so viele Tutorials gemacht, jetzt will ich doch auch mal selbst versuchen, nochmal bei einer sehr, sehr schweren Startposition mein Wissen anzuwenden. Das kann auch vollkommen schief gehen, denn, soweit ich weiß, mit so einer kleinen, unbedeutenden Grafschaft kann es auch einfach mal passieren, dass es einen großen Krieg gibt, zum Beispiel zwischen dem Kaiserreich und, was weiß ich, Polen oder Schweden oder so. Und dann wird einfach unsere Grafschaft einmal übernommen und damit sind wir weg und das Spiel ist für uns beendet. Also das kann jederzeit schnell passieren, dass hier für uns das Spiel schnell vorbei ist oder wir werden einfach nur von einem anderen Grafen angegriffen und erobert. Auch dann ist es schon vorbei, weil wir einfach kein großes Königreich haben, wo es nicht schlimm ist, wenn wir mal ein bisschen was verdienen. Deswegen ist es insbesondere sehr schwierig, hier so zu starten, aber wir, ja, wollen das mal wagen. Mit Brandenburg finde ich auch noch sehr interessant, weil auch in Europa Universalis 4 ist Brandenburg, finde ich immer eine schöne Wahl und jetzt wollte ich das mal in Crusader Kings 3 euch zeigen. Da ist natürlich Brandenburg noch viel, ja, kleiner, schwächer, ähm, als man das aus Europa Universalis 4 kennt. So, das Ganze ist hier natürlich ein Livestream, ähm, deswegen werde ich selbstverständlich im Laufe des Livestreams auch immer wieder mal auf Kommentare eingehen, aber ich werde natürlich mich auch hauptsächlich aufs Spiel konzentrieren wollen, denn dieser Livestream soll eben auch, ähm, im Nachhinein für alle Zuschauer interessant sein. An der Stelle jetzt zu Beginn mal, liebe Grüße an Lupus Rex, Nin Master 3003 und Nils Mathisen. Seid alle herzlich willkommen. Ja, Nils, Age of Empires 3 Videos, jeden Freitag um 16 Uhr, äh, und es kamen ja zuletzt ziemlich viele Age of Empires 3 Videos und heute wollen wir mal Crusader Kings 3 uns anschauen. So, es sind ja jetzt schon 20 Zuschauer da, deswegen würde ich mal sagen, starten wir mal rein und schauen uns mal an, mit welcher Startposition wir hier beginnen. Schauen wir uns erstmal unseren Grafen an. Graf, Siegewinn von Brandenburg, 26 Jahre, damit noch, ja, einigermaßen jung, heterosexuell, katholisch, sexisch. Ist verheiratet, äh, seine Ehefrau schauen wir uns gleich nochmal an. Was ist er denn? Er ist maßvoll, oh, das gibt uns Verwaltungs plus 2 und Gesundheit, kleiner Bonus, sehr schön. Das ist ebenfalls tugendhaft. Meinung Katholiken plus 10 und Frömmigkeit plus 1, das ist super, okay. Au, außerdem ist er ehrgeizig, ein ehrgeiziger Mann. Das führt aber auch zu mehr Anspannungszuwachs. Und die Meinung vom Lehnsherrn ist nicht so sonderlich gut. Wir sind gierig, das schwächt unsere Diplomatie. Dafür bekommen wir mehr monatliche Einnahmen, was wiederum positiv ist. Und wir sind ein erkenntnisreicher Denker. Ähm, ja, das bedeutet wiederum, dass unsere Bildung, ja, verstärktes plus 4, monatliche Bildungs-Lebenswandererfahrung plus 20%, alles klar. So, hallo Pixel und hallo der Boy himself, seid gegrüßt. Das sind jetzt hier die Anfangswerte, die wir haben. Ähm, und ansonsten haben wir 3, 8, 6, 7, 9. Also, es ist jetzt kein Überflieger hier, ein ganz normaler, eher tatsächlich etwas unterdurchschnittlicher Mann. Also, tatsächlich, weil hier, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Also, alle Wertigen sind schlecht und Bildung ist durchschnittlich. Also, eine extrem hohe Herausforderung, mit der wir hier starten. Ähm, die Mannzahl, die passt noch nicht. Dafür muss ich erst das Spiel ein bisschen laufen lassen. Wir haben Kinder, und zwar haben wir Margaret von Aré, unser Haus heißt Aré, und Beatrix von Aré, jeweils 9 und 1 Jahr alt. Das heißt, ich denke mal, unsere Älteste, naja, gut. Ich würde sagen, wir warten erstmal noch ein bisschen ab, bevor wir jetzt schauen, dass die eine Ausbildung bekommen. Wobei, naja, Margaret könnte theoretisch auch schon eine Ausbildung bekommen. Die ist ja schon 9, dann ist ein großer Unterschied zu nachfolgenden Kindern. Dann machen wir das doch nochmal gleich, dass wir Margaret einmal unterrichten. Ähm, und scheinbar kann auch nur ich sie unterrichten, das ist auch spannend. Ähm, dass wir der Vormund, ach nee, wartet mal, genau, dass ich der Vormund, nee, halt, ich hab mich verschaut, Vormund. Genau, Kind unterrichten, ja doch, genau, dass ich das dann bin, machen wir das einfach mal, dass ich selbst meine Tochter hier unterrichte, alles klar. Gut, ansonsten schauen wir uns mal nochmal unsere Ehefrau an, 4, 10, 14, 11, 11. Also unsere Ehefrau ist ganz gut hier, knausrige Buchhalterin, nachsichtig, paranoid und ruhig aus dem Hause Steinfurt, Kraft, Tugend, Freiheit. Ah, mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass man hier jedes Mal auch die Worte hört. Unser Haus ist, man leidet nach Gottes Willen. Oh, wir sind also scheinbar recht fromm. Da finde ich irgendwie die Worte hier vom Hause Steinfurt viel besser. Kraft, Tugend, Freiheit, das hört sich mächtig an. Gut, dann, ja, schauen wir uns mal unseren Lehnsherrn an. Das ist der Herzog der Lausitz, 56 Jahre alt. Oh, da kann es also bald zu einer Teilung kommen, der Gebiete. Er hat hier Töchter und zwei Söhne, die wahrscheinlich jeweils was erben könnten. Und, okay, die Ehefrau sieht auch nicht besonders lieblich aus. Na gut, schauen wir uns, was schauen wir uns als nächstes an? Schauen wir uns erstmal unseren Rat an. Der ist ja auch sehr wichtig. So, unsere Ehefrau hilft uns aktuell allgemein einfach, Herrscher helfen. Das gibt 1, 2, 2, 2, 2. Wow, also die hilft uns richtig, die Ehefrau, das ist super. Aber wir könnten aber auch Domänenverwaltung bekommen. 4, 6, 8, 9, plus 7. Weil sie so gut ist in der Domänenverwaltung. Aber es bringt uns aktuell nichts, weil wir haben zwar nur ein Limit von 3, aber... Wobei hier sogar steht, angeblich von 4. Keine Ahnung, wieso das nicht passt. Aber wir haben aktuell sowieso nur eine Domäne, deswegen passt das schon, dass sie uns einfach ganz normal hilft in allen Werten. Das heißt, eigentlich ist unser Herrscher noch schlechter. So. Okay, wir haben einen Bischof, der uns nicht mag. Den werden wir gleich mal zu unserem Hofarzt machen. Das kostet uns 10 Dukaten. Sorgt aber auch gleich dafür, dass er eine positive Meinung hat. Und wir haben gleichzeitig einen... Äh, Hofarzt, der recht billig war. So, ansonsten schauen wir mal hier die Werte an. 7, 13, 10, 15. Zwei Vassallen, die mächtig sind. Ähm... Bevor ich aber das genauer anschaue. Wir haben ja nur eine Domäne. Aber wenn ich mir mein Land anschaue, dann ist natürlich unser Reichssitz Baronie von Brandenburg. Da bekommen wir direkt das Geld und auch das Aufgebot. Aber hier haben wir noch eine Baronie von Tangermünde, die uns nicht gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang brauchen wir alles, was hilft. Und deswegen würde ich gerne meinem Vassallen hier, dem Baron, das Land wegnehmen und für mich selbst nutzen. Ähm... Ich hoffe übrigens, man kann mich sehr gut verstehen und auch, äh, ja, Ingame-Musik und dass ihr auch alles gut seht. Das könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, ob alles passt. Falls nicht, einfach gerne melden, dann ändere ich das ab. So. Äh, ich würde Ihnen gerne den Titel aberkennen. Dafür brauchen wir aber die begrenzte Lehnsautorität. Alles klar. Dann schauen wir mal bei Reich. Da haben wir aktuell nur die autonomen Vassallen. Wir können aber die begrenzte Lehnsautorität für nur 108 Prestige nehmen. Und das machen wir. Wir verabschieden dieses Gesetz, haben jetzt begrenzte Lehnsautorität und kommen nochmal zurück auf die Baronie von Tangermünde. Gehen nochmal zu dem Baron hin. Und, ja, Titel aberkennen. Genau, wir wollen ihm jetzt den Titel aberkennen. Oh, wieso geht das nicht? Also, ich muss natürlich auswählen, um was es geht. Genau. So, die Baronie von Tangermünde. Äh, ja, klar, er verliert 80 Meinungen. Das ist uns dann aber ehrlicherweise egal. Wir werden ihm den jetzt aberkennen. Zack. Und damit haben wir jetzt zwei Domänen. Und er hasst uns jetzt wahrscheinlich. Aber es tut mir leid. Jetzt ist er ein landloser Mann hier. Ähm. Es war einfach wichtig, dass wir noch hier, äh, ja, ein Gebiet bekommen, was uns direkt Geld und Truppen bringt. Das war ganz wichtig. So, jetzt haben wir einen leeren Ratsposten. Da müssen wir mal gucken, ob wir den sinnvoll befüllen können. Oh. Ja, ja, mit 15 und 15. Beide sind ziemlich gut. Äh, wir nehmen mal den Sobby Slav. Der ist sowieso bei der Diplomatie nicht so gut. Der hat einen Wert von 15. Das ist doch stark. Haben wir noch jemanden besseren in der Verwaltung? Theoretisch hätten wir jemanden mit 16. Hat der Kollege noch was anderes, was er gut kann? Na ja, 9. 9 bei Diplomatie. Wen haben wir da sonst? Na, da haben wir sowieso niemanden besser. Ja, wunderbar. Dann stecke ich den zur Diplomatie. Und hole mir jemanden Gutes. Bei der Verwaltung. Und zwar diesen André H. Den Ritter. Und dann passt das doch. 9, 16, 15, 15. Ich glaube, mit diesen Werten können wir arbeiten. Unser Problem ist eher, dass die uns jetzt alle nicht mögen. Katholizismus ist böse. Ist der denn wohl nicht katholisch, der Kollege? Nein, der ist nicht katholisch. Der ist ebenfalls nicht katholisch. Der ist auch nicht katholisch. Alle sind nur, nur der Kollege hier ist katholisch. Das wird uns große Probleme machen. Deswegen werde ich hier gleich mal beim Ratskanzler heimische Angelegenheiten auswählen. Dadurch, ähm, ja, sollen schon mal die Meinungen steigen von unseren heimischen Untertanen. Okay, haben wir das mal gemacht. Dann als nächstes. Ähm. Haben wir, wartet mal. Ups, nein, das wollte ich, das wollte ich noch nicht machen. Gehen wir nochmal zurück. Okay, nee, wir haben keinen mächtigen Vassallen. Nur ihn hier, den Ratskanzler. Und der hat ja schon was im Rat, okay. Das passt. Und wir sind schon 37 Zuschauer. Wow, cool, freut mich. Ähm. So, jetzt schauen wir mal. Ähm, er kümmert sich um Steuern. Finde ich gut. Gut, Komplotte stören. Nee, ich möchte, dass du mich bei Komplotten unterstützt, bitte. Und zwar beginne ich erstmal mit dir tatsächlich auch, dass du auch später meine Komplotte unterstützt. Das ist sehr wichtig. Deswegen möchte ich hier gerne mal eine Beeinflussung machen. 81% Volkschance. Also ich möchte meine Beziehungen zu meinem, ähm, Ratsmitglied hier. Das ist, glaube ich, ein, ein Ritter von euch oder was? Ja. Die möchte ich verbessern. Gut. Dann haben wir uns schon mal um den Rat gekümmert. Was gibt's sonst noch anzuschauen? Den Rest machen wir später. Haben wir irgendwelche Druckmittel am Anfang? Nein. Noch nicht. Fraktionen gibt's auch nicht. Entscheidungen gegen euren Lehnsherrn. Äh, 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 ja, der Rat, unser, unser, unser Rat des Lehnsherrn sind wir da irgendwo. Aktuell sind wir da noch nicht. Schade, das würde uns einen Vorteil geben. So, jetzt müssen wir am Anfang natürlich auch noch einen Lebenswandel auswählen. Bildung würde uns mehr Erfahrung bringen. Aber Bildung ist ehrlicherweise nicht so sonderlich stark. Und wir müssen jetzt was Wichtiges wählen, weil wir ja so eine schwere Startposition haben. Ähm, Verwaltung aktuell ist nicht direkt wenigstens notwendig, sondern lieber erstmal Ränke schmiede, dass wir da ein bisschen besser werden. Ähm, vor allem hier die Wahrheit ist relativ wäre mir wichtig. Das habe ich ja auch in meinem Tutorial, oder das werde ich noch in meinem Tutorial erklären. Für diejenigen, die jetzt gerade live zuschauen, äh, zum Thema Geld. Das seht ihr jetzt schon mal sozusagen vorab, was ich dann da für Möglichkeiten habe, an Geld zu kommen. Und zwar können wir hier Druckmittel fingieren. Und deswegen würde ich gerne... Ich denke, das hier wählen. Schwerpunkt auf Hinterhältigkeit. Gibt uns nochmal Ränke Spiel plus 3. Und, ja, dann wollen wir hier Wahrheit ist, äh, relativ auf jeden Fall machen. Und mal schauen. Vielleicht hier noch die, naja, Verführung. Müssen wir mal noch überlegen, was wir hier noch nehmen. Komplotte stören. Mordkomplotte plus 30%. Auch das wäre gut, wenn wir das hätten. Geheimnisse aufspüren. Ermöglicht Entführungskomplott. Feinste liege Komplottchance. Ja, das wäre alles gar nicht so schlecht. Und dann aber gehen wir natürlich danach auf Verwaltung, um mehr Geld langfristig zu verdienen. Alles klar. So, wir haben uns jetzt schon mal um alles gekümmert, soweit. Ich hoffe, ehrlicherweise, dass wir jetzt hier nicht gleich neu beginnen müssen, weil irgendwie ein Riesenkrieg ausbricht. Aber, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal langsam, aber sicher die ersten Tage laufen. Damit muss ich jetzt eh erstmal alles einstellen. Das dauert kurz. Deswegen ist es kurz ein bisschen unruhig. So, die ersten Tage sind gelaufen. Wir haben aktuell 336 Männer. Das ist nicht so viel, wie ich mir... Wir müssen aber mehr haben. Hier steht schon... Eigentlich müssten es 417 sein. Vielleicht aktualisiert sich das nochmal. Warte mal. Wir lassen mal nochmal hier bis zum nächsten Monat auf jeden Fall laufen. Ne, du hast nicht viel verpasst, Robin. Wir starten jetzt gerade. Ja, es gibt noch Hochzeitsfeierlichkeiten. Scheinbar haben wir jetzt gerade diese Gräfin erst geheiratet, sozusagen. Und ich nehme natürlich das Prestige. Also Geld ist natürlich auch zum Start immer super, aber 350 Prestige. Weil ihr seht, wir machen nur im Monat 0,22 Prestige. Das heißt, wir kommen so gut wie nie an Prestige. Deswegen sollten wir jetzt hier immer das Prestige mitnehmen. So, was ich jetzt nicht ganz verstehe, wieso wir jetzt hier nicht das volle Aufgebot bekommen. 217 und 217. Das müssten über 400 Mann sein, aber hier haben wir leider nur 336, 331. Also, das passt nicht so ganz. Vielleicht ist es einmal wieder gut, wenn ich alle Armeen aushebe und dann wieder auflöse. Ich weiß es nicht. Aber gut, akzeptieren wir erstmal, dass das ein bisschen schwierig ist aktuell. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben aktuell leider gar kein Bündnis. Wir könnten theoretisch ja schon mal unsere Töchter verheiraten. Unsere älteste Tochter natürlich nur matrilinear. Weil, wer weiß, wenn die eben erbt, dann muss die natürlich matrilinear verheiratet werden. Das heißt, dass ihre Kinder in unserem Haus bleiben. Das ist ganz wichtig. Und zwar wählen wir gleich mal aus. Matrilinear hätten wir gerne. Und jetzt brauchen wir aber auch noch eine starke Bündnismacht, die uns notfalls hilft. Grafschaft von Zollern. Aber der Typ ist halt schon 39. Muss man sagen. Ähm, hätte aber auch einen Anspruch, Grafschaft von Zollern. Ist das irgendwie Lehnsherr? Ne, der hat nur Ansprüche. Ist selbst aber auch gar kein Erbe. Wenn ich das richtig sehe. Ach doch! Wenn der hier sterben würde, dann würde der hier Zollern hier im Süden erben. Und ich möchte nur an die hohen Zollern erinnern. Und wir spielen mit Brandenburg. Hier unten sind die Zollern. Das wäre ja natürlich ganz interessant. Dublin ist sehr weit weg. Leinster auch. Und der Rest wird schon schwächer. Also ich glaube tatsächlich, das wäre die beste Chance. Ähm, ob wir dann natürlich Kinder bekommen, wenn der schon zu alt ist. Macht der überhaupt Matrilinear? Der würde wirklich Matrilinear machen. Ganz knapp plus 3. Und wir würden beide 100 Prestige erhalten. Das ist, ja, gar nicht so schlecht. Und 643 Truppen ist auch ordentlich. Wir machen das. Matrilinear abgeschickt zum Hause Zollern. So, sehr schön. Wir haben damit schon mal ein Bündnis geschmiedet. Das nenne ich mal auch sehr wichtig. Dass wir hier nicht einfach überrannt werden. Du musst deinem Linser in Truppen stellen. Kommt die Differenz vielleicht daher. Das kann wirklich sein, Grimbart. Guter Hinweis, ja. Ähm, das kann wirklich sein. Aber sehe ich das auch irgendwo? Welche Truppen ich meinem Linsherrn stellen muss? Hm. Das wäre ganz interessant zu wissen, aber wenigstens hier auf die Schnelle kann ich es jetzt nicht sehen. Aber das könnte wirklich sein. Gut, jetzt können wir mal überlegen, können wir vielleicht relativ früh schon irgendwo Anspruch fingieren, um Kriege zu führen? Ähm. Dafür müssen wir schauen, wie stark die anderen sind. Die hier sind gar nicht so sch- sch- stark. 209 Männer, da wären wir stärker. Haben natürlich keinen Kriegsgrund. Da könnten wir mal einen Anspruch fingieren, tatsächlich gegen die Grafschaft von Ruppin. Hier unten zu mächtig. Die wären auch noch eine Möglichkeit. Die haben aber ein Bündnis. Dann wäre das eher unrealistisch. Nee. Tatsächlich ist das da oben unsere beste Chance. Deswegen. Oh nee, wieso mag uns jetzt der Bischof wieder nicht mehr? Ah, super. Jetzt können wir... Äh, halt. Entschuldigt. Hm. Rat des Lehnsherrn. Wir müssen natürlich zu unserem Rat wieder gehen. Der Bischof mag uns. Der soll einen Anspruch gleich mal auf eine Gemeinde hier fingieren. Und zwar hierher. Wir möchten gerne einen Anspruch hier auf Grafschaft von Ruppin haben. Die ist an unserer Grenze. Und ja, vielleicht haben wir da ein bisschen Erfolg. Das wäre nicht schlecht. Dann könnten wir unsere Domänen mal erhöhen. Gut. Lassen wir es mal ein bisschen laufen. Oh, und was bekommen wir hier? Eine Ratseinladung. An meinen Vassalen. Als Graf von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rates gehört wird. Sehr schön. Wir werden Ratskanzler und das können wir uns mal kurz anschauen. Das gibt uns Vorteile. Und zwar Prestige plus 1. Das ist sehr wichtig, weil wir nur so wenig Prestige im Monat bekommen. Meinung anderer Vassalen plus 10. Und Diplomatie-Lebenswandel-Erfahrung plus 10%. Ja, das bringt uns jetzt eher weniger, weil wir eher auf Ränkeschmiede spielen. Ähm, wundert mich aber, dass wir jetzt hier zum Ratskanzler ernannt werden. Bei unserem 3er Diplomatie-Wert. Also, da hätte er besser daran getan, uns zum Ratsspitzel zu machen. Aber da hat er halt schon jemand Gutes mit 25. Ähm, ja, bei den anderen Sachen wären wir auch nicht besser gewesen, sondern eher schlechter. Wir sind erst mal froh, dass wir überhaupt ernannt wurden. Hallo, Breini. So, machen wir mal weiter. Unser Lehnsherr hat jetzt leider auch das gesetzbegrenzte Lehnsautorität erlassen. Das ist nochmal für uns eher schlecht. Aber gut. Aber das haben wir ja auch gegenüber unserem einen Vassalen gemacht, den wir haben. So, schauen wir mal, was jetzt so Schönes passieren wird. Am Anfang ist es natürlich, wir müssen ein bisschen schneller alles abwickeln mit der Zeit. Aber ich denke, das macht es umso spannender, dass wir hier mit so einer kleinen Grafschaft mal starten. In Brandenburg mit dem Hause Aré. Aré. Man leidet nach Gottes Willen, das ist unser Hausspruch. Wir gehören zur sächsischen Kultur. Ja, sind katholisch. Wir haben aktuell keine Anspannungsstufe. Und ja, eigentlich warten wir aktuell nur mal darauf, dass hier der Anspruch fingiert wird. Und darauf, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Und ich muss zugeben, also so einen Sohn hätte ich auch noch gerne. Aber nur einen Sohn, bitte. Keine zwei Söhne. Beziehungsweise, wir können uns das mal anschauen. Aktuell dürfte eigentlich nur unsere älteste Tochter erben, Margarete. Genau, die würde einfach alles bekommen. Sowohl die Grafschaft als auch die Baronie Tangamünde. Hätten wir jetzt aber zwei Söhne, dann würde das aufgeteilt werden. Deswegen, ein Sohn wäre super, zwei Söhne wären nicht so gut im Notfall. Reicht aber unsere Tochter auch aus, dass wir weiter vorankommen. So, der Anspruch hier wächst immer weiter. Sehr schön. Ähm, wir können mal kurz noch auf unsere Ritter schauen. Wie, wir haben fünf Stück scheinbar. Neun, neun, acht. Ui. Sechs, sechs. Wieso will denn der... Ach, das wäre ein Gast. Wie teuer wäre denn der? Zehn. Wir könnten noch einen besseren Ritter an den Hof holen, aber der ist halt nur zwei besser, sag ich mal. Beziehungsweise, schauen wir mal kurz. Zehn, fünf, sechs, neun. Also auch für den Rat wäre er nicht unbedingt ein Dazugewinn für unseren Rat. Ne. Ne, wäre er tatsächlich nicht. Deswegen lassen wir das mal. Ähm, wir könnten Ritter einladen, aber das kostet alles Geld und, äh, das ist schwierig. Wir könnten zur örtlichen Kultur konvertieren. Äh, das kostet uns aber 300 Prestige und das wäre polarbisch und ich würde schon gerne eher sexisch bleiben wollen. Einfach aus, ja, Roleplay gründen, sag ich mal. So, wir sind bei 50 Zuschauer. Sehr cool, Leute. Und was haben wir denn jetzt hier vorankommen? Wir wollen unsere Beziehungen ja verbessern. Sowohl Graf Lima von Ruppin als auch ich genießen hohes Ansehen bei unseren, bei unserem Lehnsherrn Herzog Dedo. Wenn es jedoch um die Vergabe von Titeln, Ehre und Reichtümern geht, wird einer von uns immer erster und dergleichen sein. Nein, die anstehende Zusammenkunft in Jüteborg bietet mir die Gelegenheit dafür zu sorgen, dass die Gunst vom Herzog mir gehört. Das ist der Herzog. Das ist der andere Graf. Ah, das ist auch der Graf von Ruppin, äh, gegen den wir gerade den Anspruch machen. So, was können wir denn machen? Mit meiner Goldentzunge sollte das hier ein leichtes sein. 52 Prozent. Herzog soll mein Freund werden. Oh, das wäre, das wäre richtig gut. Oder 47 Prozent. Lima und der Herzog freunden sich an. Oh, das wäre fast eine 50-50 Chance. Was haben wir denn noch? Ich werde anschaulich darlegen, dass die höchsten Mächte stets auf meiner Seite sind. 0 Prozent. Herzog zeigt sich von mir beeindruckt. Okay, also das können wir schon mal vergessen. Ähm, äh, wir was halten sollten miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Das macht jetzt nicht viel Sinn. Ne, ich denke, wir werden unsere 50-50 Chance hier ausprobieren. Hallo Markus G, sei gegrüßt. Und hallo Jarl Swati. Ähm, ich denke, wir werden unsere 50-50 Chance hier versuchen und hoffen, dass wir mit unserem Herzog gute Beziehungen bekommen. Ja, das hat, glaube ich, Herzog soll mein Freund werden. Ja, es hat funktioniert. Oder? Ja, es müsste funktioniert haben, tatsächlich. Und wir haben jetzt sogar ein Druckmittel gegen Herzog Dedo von der Lausitz. Das ist ja sehr hilfreich, dass wir jetzt ein Druckmittel gegen unseren, ähm, Lehnsherrn haben. Guten Abend, der Onkel Michi. So, wir sind kurz davor, hier den Anspruch zu fingieren. Jetzt. Oh, 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 Freunde, Freunde, Freunde. Seid gegrüßt, Graf Stigewinn von Brandenburg. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genügend Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst der Grafschaft von Ruppin seid. Eigentlich könnte man sogar behaupten, dass ihr der rechtmäßige Fürst des ganzen Herzog... Was? Des ganzen Herzogtums von Ostmark seid. Oh, das wäre perfekt. Leute, das wäre perfekt. Wartet mal. Das müssen wir uns jetzt mal kurz genauer anschauen. Ah, nee, verdammt. Hm, das können wir nicht machen. Ganz Ostmark wird mir gehören. Ah, dann hätten wir nur den Kriegsgrund gegen Dedo. Gegen unseren Lehnsherrn. Und das können wir beim besten Willen aktuell nicht machen. Der 1400 Männer, wir 300. Also, wir hätten einfach militärisch aktuell leider keine Chance. Und dann würde es sich sogar... Also, die Beziehungen würden sich verschlechtern. Wir könnten den Anspruch gar nicht durchsetzen. Deswegen, ja, müssen wir leider, 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 leider mit dem Anspruch auf Ruppin Vorlieb nehmen. Das ist dann eben nur gegen den Graf Lima und kostet uns 81... Oh, wir haben exakt 81. Da haben wir aber Glück gehabt, Freunde. Ähm, ja. Das machen wir. So, wir müssen mal wenigstens einen Monat vergehen lassen, dass wir wenigstens Plus auf dem Konto haben. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viel... Warte mal, wir können ja nachschauen, wie viel kostet uns unser Aufgebot. Nur 0,9. Na ja, das geht ja. So, die Frage ist... 209 Mann. Sind wir stark genug, jetzt hier in den Krieg zu gehen? Ich hoffe doch sehr, dass wir das sind. Wenn ich jetzt hier den Krieg erkläre... Wir haben einen Anspruch auf Ruppin. Oh, sie sind sogar weit unterlegen. Sehr schön. Kostet uns nochmal 90 Prestige. Davon haben wir genügend. Ja, ich würde sagen, dann sind wir doch schon bereit, liebe Freunde, für den Krieg. Wer will den Krieg sehen? Lasst einen Like da. Für diesen Livestream. Wenn ihr so kriegslüstern seid wie ich und hier gegen unseren Nachbargrafen in den Krieg ziehen wollt, um Ruppin. Ich werde mir nur schnell noch was zu trinken holen und dann schaue ich, wie viele Likes wir dazu gewonnen haben. Und um zu sehen dann, wie kriegslüstern ihr seid und wie sehr ihr in den Krieg wollt, liebe Freunde. So, und da bin ich auch schon wieder und die Likes schnellen gerade in die Höhe. Das gefällt mir. Deswegen würde ich sagen, werden wir jetzt diesen Krieg tatsächlich starten. Und hoffen, dass jetzt hier nicht schief läuft, ehrlicherweise. So, wir haben den Krieg erklärt. Ah, die schöne Musik fehlt leider, die wir sonst immer hören. So, wir heben. Wir machen es natürlich auf Stufe 3 nur. Wir heben unsere Truppen aus. Haben wir noch einen besseren Befehlshaber als 15? Ne, 15 ist tatsächlich der beste Befehlshaber. Und auch noch ein Experte für unwegsames Gelände. Sehr gut. Oh, wir haben schon unsere volle Armee, glaube ich, ausgehoben. Kann das sein? Die Frage ist, ob wir überhaupt genügend Männer haben, um hier eine Belagerung durchzuführen. Das wird ziemlich knapp werden. Der Feind hat noch gar nicht seine Männer aufgestellt. Oh, ja doch, jetzt schon. Das heißt, es käme tatsächlich direkt zur Schlacht. Ja, ich würde sagen, wir müssen direkt hier die Schlacht suchen. Grüß dich, Godzilla! Hebt die Banner auf in die Schlacht, meint Grimbard. Absolut. Wir werden jetzt hier direkt, wir machen auch schön langsam, wir werden jetzt mal direkt die Schlacht suchen. Ja, die Musik, die beim Krieg kommt, ist immer sehr cool, Robin, das stimmt. So, wir haben mehr Männer, 100 Männer mehr als der Feind. Und ich hoffe, auch unsere Güte ist auch besser als die vom Feind. Wir haben wahrscheinlich mehr und bessere Ritter. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie der Befehlshaber des Feindes ist, aber jetzt kommt es hier zur Schlacht. Plus 2 aktuell. Oh, er hat einen Wert von 13, wir einen von 15. Das heißt, wir sind auch da überlegen. Alles klar. So weit, so gut. Ähm, wir haben... Oh, verdammt, unser Ritter wurde erschlagen vom Feind. Das ist natürlich ungünstig. Wir verlieren hier einige Männer auch. Das ist echt unschön. Das war unser Ratsmitglied auch noch, wartet mal. Das ist schlecht. Äh, oh nein, ausgerechnet unser guter Ratsverwalter. Oh, wie bitter ist das. Wir weisen ihn mal neu zu. Und... Boah, jetzt bräuchten wir eigentlich jemand anderen. Für... Diplomatie. Das Problem ist nur, wir haben keinen. Wartet mal. Hätten wir hier vielleicht jemand Besseren? Hm. Ah nein, das ist doch jetzt echt ungünstig alles. Ja, wir können aber nicht so mal jemanden Schlechtes hier nehmen. Für... Die Diplomatie. Wartet mal, vielleicht machen wir mal das folgende. Wir bräuchten einen neuen Ritter jetzt auf jeden Fall, der ja vielleicht besser ist. Schauen wir mal ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt blöd in der Schlacht, aber wir müssen das jetzt schnell einfach machen. Sonst haben wir große Gefahr. Der Willbrand, was war denn... Ach nee, der war ja null bei Diplomatie. Oh, herrlich. Drei... Vier... Oh je, jetzt ist der hier Ritter mit zwei. Das ist nicht besonders gut. Ähm... Ich könnte Ritter an meinen Hof einladen. Das kostet mich aber 150 Prestige. Mindestens drei fährige Männer mit zwölf oder mehr Kampfgeschick kommen als Gäste an den Hof. Aber das könnte uns ordentlich Geld kosten und wir haben aktuell kein Geld. Das macht's leider gerade nicht gerade leicht. Dann machen wir's folgendermaßen. Wir machen's so. Und... Dann nehmen wir halt den Mitzko-Ritter noch. Der halt dann nur eine Stufe von sieben hat, leider. Aber anders geht's aktuell nicht. So, sollte ich als Anfänger besser 867 anfangen oder 1066, sollte ich ein vorgegebenes Szenario spielen. Ja, ich empfehle dir auf jeden Fall das Tutorial mal zu spielen, Bryony. Äh, ansonsten ist es schwierig zu sagen, wann du starten sollst. Also ich hab jetzt schon... Ich fand's jetzt ehrlicherweise im Jahr 867 ganz gut in England zu starten. Wobei auch das nicht so leicht ist. Äh, im Jahr 1066 könnte ich dir Leon empfehlen. Das ist super zum Start. So, aber wir wollen jetzt diese Schlacht noch verfolgen, liebe Zuschauer. Die ist ja noch nicht vorbei, aber jetzt haben wir so gut wie gewonnen, zum Glück. Leider fehlen uns jetzt einige Männer, glaube ich, dann für die Belagerung. Drei ihrer Ritter kämpfen noch tapfer. So, wir haben aber gesiegt. Und die Feinde ziehen sich zurück. So, die Frage ist, wohin gehen die jetzt? Ich würde die gerne verfolgen. Können wir das? Fällt mir auf, ähm, ich sollte jetzt gleich den neuen Ritter einmal ausheben. Der darf hier mal mit dazukommen, bitte. Der ist zwar leider nicht besonders gut, das ist der Zweierritter, glaube ich, oder? Ja, ja, der Bürgermeister, völlig unfähig, der Kollege. So, ich hätte den anderen Fremden dann doch rekrutieren können, ne? Und den unfähigen Bürgermeister eigentlich weglassen können, das war jetzt nicht so schlau von mir. So, wartet mal. Wir verfolgen ihn jetzt mal. Die Frage ist, wo, wo will er hin? Wir müssen jetzt erstmal diese Armee verfolgen, auf jeden Fall, bevor wir hier irgendwie in Ruhe was belagern, damit wir die einmal vernichten können und danach können wir uns in Ruhe um die Belagerung kümmern. Wie weit fliehen die denn jetzt bitte? Eine Flucht hier nach der anderen. So, jetzt aber. Wir verfolgen die Feinde. Ja, jetzt. Oh, ne, die wollen ein hügeliges Gelände. Oh. Kann ich die irgendwie abfangen? Ich möchte jetzt natürlich nicht gegen sie in den Hügeln kämpfen unbedingt. Oh, die wollen mich abf... Ne, verdammt. Jetzt hatte ich die Hoffnung, dass sie mich abfangen wollen. Ja, hier haben wir jetzt natürlich die Feinde-Hügel-Verteidigung. Aber wir sind dreimal so viele. Oder wisst ihr was? Ne, dann machen wir folgendes. Ne. Dann war das jetzt doch ein Fehler. Ich werde nicht gegen die Hügel-Verteidigung kämpfen. Dann werden wir sie jetzt belagern, tatsächlich. Ähm. Hast du unverheiratete Hofdamen? Die kann man auch gut an landlose Männer verheiraten, die sich damit Ritter an den Hof holen. Ah, ja. Ja, das können wir mal gucken, kurz. Schauen wir mal uns den Hof an. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Höflinge. Ja, sehr viele Männer. Nur eine Frau, tatsächlich. Nur eine einzige Frau, die wir verheiraten könnten. Mit... Wartet mal. Aber wenn wir doch jetzt hier Bündnismacht machen, dann bekommen wir doch nicht das Bündnis, oder? Das ist sowieso nicht möglich. Egal. Wir wollen jetzt einen hohen Kriegsführungswert haben. Beziehungsweise kann ich auch... Kampf... Ne, Kampfgeschick wollen wir möglichst hoch haben. Das ist schon jemand von uns. Das ist auch jemand von uns. Das ist auch jemand von uns. Dann käme schon dieser Gerardo, den wir, glaube ich, auch wählen könnten. Der Kriegsgeschick von 7 hat. Und der Rest ist leider nicht mehr so gut. Ne, die haben alle kein Kriegsgeschick leider. Äh, kein Kampfgeschick. Was ist, wenn ich jetzt jemanden wähle, der gut in Kriegsführung ist? Der hätte 17. Hat aber tatsächlich nur eins bei Kampf geschickt und ist schrecklich. Ist aber enttäuschend. Wir könnten das aber so machen, dass wir jemanden holen, der besonders gut hier bei diesen Werten wäre vielleicht. Ja, wobei, der Ratskanzler hat ja 13. Das heißt, der könnte auf jeden Fall wieder zum Ratsverwalter ernannt werden. Den hier brauche ich gar nicht, diesen Mitsko. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur jemanden, der gut in Diplomatie ist. Das heißt, wir gehen zurück zu unserer Hofdame, die wir noch verheiraten wollen. Und suchen jemanden mit sehr viel Diplomatie. Und da hätten wir jemanden. 19 Diplomatie. Rüs Abtev Dürr Dinf. Ähm, aber müssen wir, ich weiß es nicht, müssen wir da matrilinear wählen? Oder käme der auch so an unseren Hof? Wenn wir die jetzt verheiraten. Matrilinear würde er auf jeden Fall nicht annehmen. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ob der dann, vielleicht kannst du mir das sagen, Grimbart. Ob hier dieser Rüs, gut der ist 71 Jahre alt, der wird auch, ja gut, das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, dass wir den holen. Ähm, lieber jemanden, der nicht ganz so alt ist vielleicht. Aber der Rest ist alles schlecht. Der ist, der Rest ist unterirdisch schlecht. Der hier hätte einen Wert von 17, ist 68. Guten Abend, Kasimir, der Geist sei gegrüßt. Wir könnten trotzdem ihn mal wählen. Ich meine, was würde denn passieren, wenn wir matrilinear suchen? Dann käme nur dieser Ritter von uns wieder in Frage. Naja, wisst ihr, dann wähle ich jetzt halt mal diesen alten 71-Jährigen und verheirate die mal. Und wir gehen derzeit zurück. So, die haben jetzt auf jeden Fall geheiratet. Jetzt schauen wir mal, ob wir den jetzt nehmen könnten. Oder nicht. Ne, tatsächlich nicht. Der ist nicht an unseren Hof dann gekommen damit. Schade. Wenn er landlos ist, sollte er an den Hof kommen. Verdammt, war der nicht landlos? Doch, der ist landlos. Ist er nicht an unseren Hof gekommen? Am Hof von Prinz. Ich glaube, ich kann den aber einladen. Ja, ich könnte den an den Hof einladen. Der hat aber eine Grundzurückhaltung und will nicht an unseren Hof kommen. Schade eigentlich. Gut, dann hat sich das damit erledigt. Egal, wir kümmern uns um unseren Krieg. Wir gehen zur Belagerung von Ruppin. Auf jeden Fall. Und ich frage mich nur, wann der große Kaiser den ersten Krieg machen wird, in den wir hineingestützt werden. Sicherlich nur eine Frage der Zeit. Könnte die Gräfin Adelheid als Verbündete rufen. Das ist aber aktuell nicht notwendig. So, ich weiß gar nicht, wo die feindliche Armee ist. Wir belagern aber hier fleißig. Wir belagern jetzt hier nochmal weiter. Und sind jetzt gespannt. Also hier laufen wieder die Truppen, wie wir es kennen. Und mal schauen, ob es gleich wieder vorbei ist. Ja, und dann müssen wir überlegen, was wir machen, wenn es gleich wieder vorbei ist. Im Namen des Göttlichen. Das ist tatsächlich anders, dieses Event jetzt. Toll, jetzt hat sie ein schlechteres Event bekommen. Äh, zynisch würde sie werden. Ränkespiele plus zwei, Bildung plus zwei. Aber monatliche Frömmigkeit minus 20 Prozent. Äh, gerecht oder maßvoll. Aber dafür würden wir Anspannung erhalten. Was würde gerecht bedeuten? Ähm, Verwaltung plus zwei. Ich glaube, gerecht wäre gar nicht so schlecht. Wobei ich ja auch gerne mit Ränkespielen arbeite. Maßvoll. Ich glaube, maßvoll wäre noch besser. Wir machen mal, dass sie maßvoll wird. Ich bin weder gestorben, noch wurde ich umgebracht. Nichts von beidem ist geschehen. Mein Land wurde mir in irgendeiner Form weggenommen. Aber ich weiß nicht wie. Deswegen schauen wir nochmal, ob das jetzt einfach wieder passiert oder nicht. Ah, wir haben eine wertvolle Geißel genommen. Das heißt, wir können jetzt schon Frieden schließen, tatsächlich. Ähm. Und wollen die Grafschaft Rupin bitte haben. Sehr schön. Also wir haben den Krieg hier gewonnen. Und Rupin, damit gehört jetzt uns. Wir lösen mal alles auf. Und wir legen uns auf jeden Fall mal noch einen Safe-Stand an. Da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, ob das nochmal geschieht, liebe Freunde. Vielleicht bist du durch das... Dadurch, dass du drei Orte hattest, ein Herzogtum. Ich bin kein Herzogtum. Ähm. Wir können uns das kurz anschauen. Herzogtum. Es gibt ein Herzogtum in der Ostmark. Das gehört aber nicht mir, sondern dem Herzog Dedo. Gut, und sein Sohn würde natürlich das Herzogtum der Ostmark erben. Das ist natürlich... Weiß ich nicht, ob das denn ein Problem darstellt. In welchem Krieg ist der Kaiser verwickelt? Das können wir auch kurz mal anschauen. Der... Ui, der hat gleich zwei Kriege. Einmal hier gegen Herzogtum Belecia. Und verteidigen gegen Ungarn. Und den verliert er scheinbar, den Krieg. Gegen die Ungarn. Und zwar ziemlich deutlich. Okay. Ja, wir machen jetzt einfach mal ganz normal weiter. Ich hoffe mal, dass jetzt nichts passiert. Dass das jetzt vielleicht einfach nur einmalig war und jetzt nicht nochmal auftritt. Ähm, Ritter. So. Da haben wir jetzt noch jetzt jemanden, der ganz schlecht ist. Dem würde ich das gerne verbieten. Naja, wollen wir mal ein paar Ritter einladen? Ja, oder wir lassen das erstmal, weil ich weiß nicht. Das würde uns ordentlich Geld kosten. Wir brauchen jetzt am Anfang erstmal Gold. Wie sieht's denn in Rupien aus? Da haben wir 60 Kontrolle. Die steigt leider nur sehr langsam. Ne, die steigt gar nicht. Wieso denn nicht? Besetzt minus 500 Prozent. Ja, jetzt ist es doch nicht mehr besetzt, oder? Vielleicht muss kurz mal der Monat vorbeigehen. So, Beeinflussung, polarbische Kultur. Ja. Boah. Tja, 40 Prozent, dass wir Prestige verlieren. Ehrlicherweise ist es mir nicht so wichtig. Da gewinne ich lieber 75 Prestige, als dass ich da das jetzt verliere. Äh, wie sieht's jetzt aus? Ah ja, monatlicher Zuwachs 0,1. Das ist zwar sehr wenig, aber besser als nichts. Das heißt, unsere Kontrolle wächst hier langsam in Rupien. Sodass wir dadurch jetzt mehr Geld verdienen, auch aktuell. Sehr schön. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Die Grafschaft von Havelberg. Das Problem ist, das ist halt ein Bistum. Der ist aber trotzdem noch ein Graf hier, der Kollege. Äh, und wir haben jetzt erstmal einen Waffenstillstand. Den können wir, glaube ich, bei uns nachschauen, den Waffenstillstand. Äh, ja. Waffenstillstand mit Graf Limar von Havelberg. Bis 1074. Fünf Jahre lang. Das heißt, da können wir nichts mehr machen. Guten Abend, Belgeri. Sei gegrüßt. Können wir denn hier noch irgendwelche... Ränke treiben? Gegen Wittenberg eher nicht, weil die sind leider hier verbündet mit... Zu starken... Zu starken Grafen. Hier haben wir den Graf Werner von Dessau. Leider ist der auch sehr mächtig. Der hat 1000 Mann hinter sich. Meine Güte, wieso sind die alle so stark und... Wir nicht. Ich sitze hier aus. 286. Der ist eher wiederum schwach. Torgau. Können wir hier den Anspruch fingieren gleich? Auf Torgau. Ist wahrscheinlich schwieriger. Äh, wo war jetzt Torgau? Bin ich blind? Äh. Ne, Dessau. Wartet mal. Ich muss nochmal auf zurück. Hier ist Torgau. Sorry. Wird wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen länger dauern. Aber wir probieren das jetzt einfach nochmal. Wir testen das jetzt nochmal aus. So, es freut mich, dass über 60 Zuschauer da sind. Ich hoffe, dass das jetzt alles normal läuft. Auch ohne irgendwelche seltsamen Bugs oder ähnliches. Und ja, unser großes Ziel muss es natürlich erstmal sein, dass wir irgendwie unserem Herzog stürzen können. Dass wir selbst Herzog werden können. Aber dafür... Wir haben ja schon Ränke-Spiele hier als Lebenswandel gewählt. Wir müssen also sehr starke Ränke-Spiele machen. Hier sehen wir auch nochmal unseren Sieg übrigens. Wir hatten nur 24 Tode. Der Feind 70 Tode bei dieser letzten großen Schlacht. So, da kann ich kaiserlichen Truppen marschieren hier durch. Aktuell machen wir ganz gutes Geld. Wir könnten unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Wie viel Gold würde uns das bringen? 100. Wir haben aber nicht so viel Frömmigkeit. Dann hätten wir kaum noch welche. Deswegen... Würde ich... Da würde ich das jetzt erstmal noch nicht machen, tatsächlich. Hallo, Christian Peter. Sei gegrüßt. Mich wundert es auch, dass wir noch keine weiteren Kinder bekommen hier. Wir sind... Beide nicht keusch oder ähnliches. Das ist eigentlich... Oh, jetzt ist was Wichtiges passiert, tatsächlich. Jetzt ist was sehr Wichtiges passiert. Herzog Dedo wird von Graf Jakob angegriffen. Das ist sein Vassall, tatsächlich. Ah, okay, das ist jetzt super. Das ist die richtige Chance für uns auch, uns vielleicht dem zu entledigen. Viel zu lange habe ich die Erniedrigung durch Herzog Dedo ertragen. Ich werde nicht länger dulden, dass unser Lehnsherr seine treuen Vassallen misshandelt. Bitte schließt euch mir in dem Unterfangen, an diesen Tyrannen abzusetzen. So, ihr werdet nicht allein sein. Wir könnten also uns dem hier anschließen. Der hat aber... Uh, der hat nur 310 Männer. Äh, angreifend... Gegen Dedo. Er ist noch verbündet mit einigen, aber ich weiß halt nicht, ob die alle dazukommen. Ähm, oder wir sagen, ihr seid ein Verräter. Das kann jetzt natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Äh, was leider ärgerlich ist in dem Spiel, und das muss unbedingt noch gefixt werden. Ich kann jetzt hier nicht draufklicken, meines Wissens. Also bei einem normalen Ruf zu den Waffen geht es nicht, dass ich mir jetzt den Kriegsbildschirm anschaue, um zu schauen, um zu schauen, wie ausgeglichen jetzt hier die Verhältnisse sind. Ähm, weil dann wäre das hier weg. Dann habe ich irgendwie, glaube ich, die... Also bei einem normalen Kriegsruf, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. 947 Männer hat der. Sind die jetzt noch treu zu ihm, oder sind die in offener Rebellion? Also wisst ihr was? Ich würde... Ich würde es versuchen. Das wäre eine frühe Chance, um auch unabhängig zu werden. Ich würde mich Graf Jakob von Wittenberg anschließen wollen. Ihr werdet nicht alleine sein. Und jetzt müssen wir erstmal pausieren, bitte. Was heißt das jetzt? Okay, ich sehe jetzt... Was ist jetzt unser Gebiet? Das rote Gebiet ist, glaube ich, unser Gebiet, oder? Nee. Das rote Gebiet hier unten ist feindliches Gebiet. Oh ja! Wir sind tatsächlich überlegen! Sehr gut! Wir sind überlegen! Julius Caesar playing as Germans. Based. Ja, als Brandenburg spielen wir. Ja, unsere Armee, unser Bündnis scheinbar, dem wir uns angeschlossen haben, klugerweise, ohne dass wir es genau überprüfen konnten, hat viel mehr verbündet. Ich glaube, die ganzen Vassallen kämpfen jetzt gegen den Herzog Dedo. Und ich hoffe, dass das auch uns Vorteile bringen wird. Wir werden auf jeden Fall unsere Armeen gleich wieder ausheben. Oh, shit. Shit, shit, shit. Nein, das war nicht gut. Denn da marschiert eine feindliche Armee gleich bei uns rein. Oh, verdammt, wann kommt die an? Oh, das war blöd. 15. Oktober, das ist in ein paar Tagen. Wobei, bis dahin müssten wir unsere Armee stehen haben, oder? Ja, hehehe. Die marschieren in ihren hoffentlichen Tod, würde ich sagen. Unser einziges Problem sind hier jetzt tatsächlich die Ritter, dieser Bürgermeister Leuderik. Aber auf die Schnelle werde ich, glaube ich, keinen anderen Ritter einsetzen können. Ne, der Gast hier ist leider kein guter Ritter. Ich wundere, dass das jetzt hier steht. Die Chancen sind ausgeglichen. Wir haben viel mehr Männer als die, die uns angreifen. Mein Gott, ist das spannend. Ja, der Stream wird online bleiben, Pascal Gronau. Genauso wie mein Stream mit Leon. Möchte ich jetzt hier, wenn alles klappt, regelmäßiger streamen. So, es kommt zur Schlacht. Und wieso haben wir bitte minus 12? Der Feind hat einen viel höheren Befehlshaber. Aber wir haben einfach mehr Männer. Deswegen müssten wir die Schlacht gewinnen. Unser Ritter wurde verwundet. Verdammt nochmal. Von Jesse Henning. Unser Ritter konnte Petrus erschlagen. Sehr gut. So, die Schlacht haben wir schon mal gewonnen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir auch den Krieg gewinnen. Also, das hier müsste ein Verbündeter sein. Genau, blau bedeutet Verbündeter. Das hier sind die Feinde. Wo? Oh ja, und hier unten sind auch Verbündete. Okay. Ähm. Das ist jetzt echt schwierig, hier ein bisschen den Überblick zu behalten, wer jetzt hier Feind ist und wer nicht. Jüteborg. Ich will jetzt hier ungern mit meiner Armee in die Nähe des Feindes gehen. Hm. Vielleicht sollte ich irgendwie zu meinen Verbündeten dazustoßen. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste, was wir jetzt machen können. Ich nehme mir einen großen Umweg über die, äh, zur Feindlichen Armee. Und versuche mich unseren Verbündeten anzuschließen. Nur gemeinsam sind wir stark gegen unseren Herzog. Jetzt schauen wir mal kurz, genau, Rat des Lebensherrn sehen wir nicht mehr, oder? Doch, den zählen wir sogar, und wir sind auch noch offiziell Ratskanzler, obwohl wir uns in offener Rebellion befinden gerade. Ist das jetzt hier schon die Freiheitsfraktion? Ne, oder? Das ist nochmal eine eigene Fraktion. Was ist denn das überhaupt genau für ein Krieg gegen die Tyrannei? Was, was, was bringt uns der Krieg am Ende? Oh, wir sehen gerade, er hat sich Verbündete geholt. Österreich ist auf seiner Seite und Holland. Und die bringen eine ganze Menge an Truppen dazu. Das ist schlecht. Können wir noch jemanden holen? Wir können niemanden mehr holen. Und ich habe das Gefühl, der will uns hier abfangen. Der will uns hier abfangen mit seinen Truppen. Können wir dem vielleicht ausweichen und er über die linke Seite weglaufen? Vielleicht sogar so, so, so. Also erstmal laufe ich hier ein bisschen von der größeren Armee weg, weil wir noch zu wenig Männer haben, würde ich sagen. Da unten Belagerung ist fast gewonnen von unseren Verbündeten. Ja. So, die Belagerung ist schon mal gewonnen. Die Frage ist, was machen sie jetzt alle hier im Süden? Okay, er ist wieder da runtergegangen. Das Problem ist, die Feinde, gut, Österreich ist hier irgendwo dort. Die werden dort kommen, aber Holland könnte hier uns abfangen. Das ist alles schwierig. Ich werde trotzdem mal hier den Weg versuchen zu nehmen. Puh, ist das spannend. Schwieriger Krieg, den wir hier führen. Okay, der marschiert jetzt hier nach Norden. Der will wohl nach Brandenburg. Das wäre eher schlecht, wenn der unsere Heimat besetzen möchte. Aber wir kommen jetzt in die Richtung zu unseren Verbündeten. Das ist hervorragend. Und wir können einen neuen Vorzug Ränkespiel Lebenswandel holen. Das machen wir doch gleich. Und zwar, die Wahrheit ist relativ, würde ich gerne holen. Dadurch können wir Druckmittel fingieren. Und die können wir später eventuell dann auch wieder verkaufen, um Geld zu verdienen, liebe Zuschauer. Das erkläre ich auch in meinem Tutorial, was morgen kommt, zum Thema Geld. So. Sehr gut, kann ich nach der Arbeit schauen. Sehr gut, Pascal. Der geht wirklich in unsere Heimat. Der Herzog, der hat ja Nerven. Wir folgen mal unseren Verbündeten. Vielleicht könnte es hier gleich zu einer großen Schlacht kommen. Da müssen wir auf jeden Fall dabei sein, mit voller Kampfstärke. Müssen wir da rein. Ja, die greifen ihn an. Und wir werden auf jeden Fall dazu stoßen. Das ist eine wichtige Schlacht gegen unseren Herzog. Die hier, wir, die wir in offener Rebellion gegen ihn sind. Und, ja, die läuft schon ohne uns ganz gut, aber mit uns bin ich mir sicher, dass wir die Schlacht gewinnen werden. Ui, trotzdem haben wir hier minus 23. Wieso haben wir denn nur so einen schlechten Befehlshaber auf unserer Seite? Da wäre, glaube ich, mein Befehlshaber sogar besser gewesen. Aber wir haben einfach die totale Truppenüberlegenheit. Deswegen machen wir sie alle nieder. Und die Schlacht gewinnen wir. Vielleicht nehmen wir jemanden Gefangenen. Das wäre am besten. Haben wir leider nicht. Schauen wir uns mal kurz die Schlacht an. Auf unserer Seite 170. Verluste auf der Seite des Feindes nur 218. Okay. Alles klar. Morgen Multiplayer. Lars, Levoy. Ähm. Also, ich denke, ich plane sowieso, liebe Zuschauer, mal ein großes Crusader Kings 3 Multiplayer Rollenspiel Event eventuell zu machen. Das wäre, glaube ich, sehr spannend. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob ihr da auch Interesse dran hättet. Das würde ich planen. Aber dafür, wenn ihr da mitmachen wollt, dann empfehle ich euch auf meinen Discord zu kommen. Link in der Videobeschreibung. Ansonsten solltet ihr auch, ähm, ja, den Kanal abonnieren, dass ihr einfach up-to-date bleibt, was dieses Crusader Kings 3 Rollenspiel Multiplayer Event angeht. Ähm. Wenn ich, ja, wenn es hier gut läuft, mache ich vielleicht morgen auch nochmal einen Livestream zu dem Brandenburg-Projekt, wo wir gerade sind. So, wir haben die Schlacht gegen unseren, äh, Herzog gewonnen. Aber wieso wurde die Belagerung denn verloren? Das verstehe ich nicht ganz. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da runter und belagern gleich noch das andere Gebiet, wobei natürlich hier die österreichischen Truppen kommen könnten. Aber wir wagen das einfach mal. Das Ganze hier. Wir müssen ja schnell die Feinde besiegen. So. Wir halten natürlich alles im Blick. Ja, die Armeen bewegen sich gerade nicht, unserer Verbündeten. Wir sind bei 80 Zuschauern, was richtig cool ist, Freunde. So, wir belagern jetzt Cottbus. Und das Problem ist, unser Herzog kommt wahrscheinlich in unsere Richtung, oder? Will der gegen uns kämpfen? Nee, zieht sich eher nach Süden zurück. Wir gewinnen hier aber gleich diese Belagerung, also unser, unser Bündnis. Kann ich eigentlich nachschauen, was wir für Forderungen da zwingen könnten? Ach nee, es geht nur darum, erhält das Gesetz autonome Vassallen und wird abgesetzt. Was bedeutet das? Ihre Erben werden dann ihren Titel erben, obwohl der alte Herrscher noch lebt. Aha. Das ist vielleicht gar nicht so gut für uns, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Er hat ein kleines Kind als Haupterben. Dieses Kind... Joa, würde aber alles ähnlich erben, sag ich mal. Hm. Aber vielleicht können wir das dann doch zu unserem Vorteil ausnutzen. Okay, wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter, liebe Zuschauer. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Like da, das freut mich immer. Die Belagerung hier oben gewinnen wir gleich. Unsere Belagerung geht langsam voran. Hesso ist gestorben und unser... Oh nein, wieso ist jetzt unser Bündnis mit Adelheit ausgelaufen? War Hesso wohl der Mann meiner Tochter? Nein, oh wie unglücklich. Ja, dann brauchen wir mal schnell einen neuen Ehepartner, würde ich sagen. Und zwar Matrilinian. Mit einer starken Bündnismacht. Weil sonst stehen wir ziemlich alleine da. Äh, wir könnten tatsächlich nochmal Zollern nehmen. Adalbert von Kalf. Hinterlistig, ja, gefühllos und keusch ist natürlich nicht so gut für Kinder. Gottfried von Kalf. Der ist leider paranoid. Ja, gibt Schlimmeres. Soll ich den Gottfried nehmen? Kaligri ist halt recht weit weg. Das ist hier, glaube ich, im Süden, oder? Jaja, ganz weit im Süden mit 418 Männern. Da wäre Zollern nach wie vor ein gutes Bündnis, wenn wir das wieder hätten. Ich denke, das sollten wir schon wählen. Der Adalbert wäre grundsätzlich gut, weil er relativ... Können wir mal kurz schauen. Der ist tatsächlich einfach gestorben. Unfassbar. Der ist in der Schlacht gestorben. Oh, Mann. Ja, dieser Adalbert wäre halt tatsächlich dann der zweite Erbe, wenn wir den da eventuell umlieten würden. Aber halt leider gefühllos und keusch. Was natürlich Nachkommenschaft erschwert. Aber nicht unmöglich macht, muss man sagen. Ich meine, notfalls könnten wir den uns auch noch entledigen und lieber den Gottfried nehmen. Nehmen wir mal sicherheitshalber lieber den Gottfried. So. Heirat wurde einmal abgeschickt. Und, ähm... Ja, wir planen... Also ich plane auf jeden Fall einen Crusader Kings 3 Multiplayer. Ich kann noch nicht sagen, wann genau, Nils Mann. Aber wenn, werde ich darüber auf meinem YouTube-Kanal informieren mit Infovideos. Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren. Ansonsten werde ich auch auf meinem Discord, habe ich ja gerade schon gesagt, darüber informieren und alles planen. Da könnt ihr euch auch eine Rolle geben lassen auf meinem Discord. Da findet ihr in den Regeln einfach ein Symbol, auf das ihr klicken könnt. Damit habt ihr dann die Crusader Kings 3 Rolle und werdet erwähnt für Multiplayer-Runden und auch in die Planung mit einbezogen. So. Okay, wir machen mal weiter mit unserer Belagerung hier. Das Bündnis wurde geschlossen mit dem Hause Zollern. Die Belagerung wird jetzt hier gleich gewonnen. So, Nils Mann schreibt, ich folge dir und danke für die Infos. Super. Gerne, Nils Mann. So, soweit, so gut. Wie sieht es aktuell aus? Sind wir die stärkere Macht? Ja. 2400 gegen 1800, also sieht aktuell sehr gut aus tatsächlich. Wir sind militärisch überlegen. Oh ja, da kommen die Feinde, da kommen die Österreicher und meine Bündnispartner kommen zum Glück zu mir. Sie sind so schlau, dass sie dann genau dorthin gehen, dass wir das jetzt hier verteidigt bekommen. Und vor allem noch diese Festung erobern können. Oh, und Gräfin Mathilde erhielt die Eigenschaft schwanger. Unsere Ehefrau ist schwanger. Vielleicht bekommen wir doch noch den erhofften Sohnemann. Ja, gleich fällt jetzt hier die Festung. Ich weiß nicht, wie viel Kriegsstand wir dann bekommen. Und wir haben aktuell die Meinung von Flottge beeinflusst. Wer war das? Flottdeck. Ne, Flottdeck. Machen wir das aktuell aktiv? Tatsächlich. Ja, ist in Ordnung. So, komm. So, wir haben die Belagerung gewonnen und damit haben wir 100% Kriegsstand, Freunde. Und Ehepartner der Sache gewachsen bekommen wir hier. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes und ihres Einflusses zusteht, wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Ah, meine Ehefrau bietet an, dass sie hilft. Schauen wir mal ganz kurz. Entweder, schauen wir mal kurz unseren Ratsbildschirm an. Wir haben einmal unseren Ratskanzler hier mit 9. Wir haben unseren Ratsverwalter mit nur 7 hier. Und unseren Bischof. Der würde Meinung von uns verlieren, der würde Meinung dazu bekommen. Die Verwaltung würde dadurch steigen. Aber hätte ich nicht sowieso aktuell jemand Besseres? Wartet mal. Das muss ich mir mal eben noch kurz anschauen. Genau, der Bürgermeister Leuderik wäre besser. Aber wir haben leider niemanden bei Diplomatie, der so gut ist, oder? Den Zobislauf hätten wir. Aber der muss ja Ratsmarschall bleiben. Nee, sonst haben wir niemanden, der leider bei der Diplomatie in irgendeiner Form akzeptabel ist. Leider nach wie vor. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich das wählen, was auch uns die Meinung verbessert. und studiert Verwaltung bringt. Das bringt ihm dann nochmal Verwaltung plus 2. Müsste nochmal so sein. Und ja, dann ist das, denke ich, die richtige Entscheidung. So, wir haben die wichtige Belagerung gewonnen. Jetzt sollte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis damit auch dieser Krieg gegen unseren Herzog vorbei ist. Und ich bin gespannt, was das für eine Folge hat. Okay, wir marschieren lieber nochmal mit, falls sie noch eine Schlacht machen wollen. Wollen sie, glaube ich. Wieso schließen die keinen Frieden? Wir haben 100% Kriegsstand. Jetzt. So. Was ist jetzt geschehen? Lehnse hat den Krieg verloren. Euer Lehnse hat den Krieg gegen Graf Jakob verloren. Wir haben den Krieg gewonnen. Er hat 500 Prestige verloren. Und das Gesetz autonome Vassallen wurde wieder eingeführt, was auch gut ist. Und er wurde abgesetzt. Wie bitte? Unsere Kriegsbeteiligung? 0%? Das ist ja wohl ein Witz. Deswegen bekommen wir nichts. Wir haben mitgekämpft. Wir haben eine Belagerung gewonnen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, seid gegrüßt an der Stelle. Melon Hero, Kirito Khan und Henry Quatre. Ich habe sowieso... Meine Frau ist sowieso schon ein schwanger Henry. Deswegen kein Problem. Ja, so sei es. Was ist da jetzt die Folge? Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Herzog Dedo, der Zweite von der Ostmark? Wurde das jetzt irgendwie geteilt hier? Jetzt wird es ja spannend. Und was ist jetzt hier unten los? Herzogtum von Lausitz. Tatsächlich, Herzog... Was? Herzog Dedo, der Zweite von Lausitz? Herzog Dedo, der Zweite von Lausitz. Wieso haben wir jetzt zwei mit demselben Namen? Das macht wenig Sinn. Haus Vettin? Haus Vettin. Ist das irgendwie ein... Ein Bug im Spiel? Hä? Was? Das ist ein bisschen strange, weil... Der müsste doch jetzt das Kind hier als Geschwister teilhaben. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Haupterbe ist Dedo Vettin. Sein Vater ist jetzt sein Haupterbe. Aber hier gibt es noch seinen nulljährigen Sohnemann? Ich werde da gerade nicht schlau draus. Ne, ah, ich verstehe. Okay. Konrad von Vettin, der Sohn unseres Herzogs, hätte das hier geerbt. Der ist aber schon tot. Deswegen hat er seinen Enkel geerbt. Deswegen ist jetzt der Enkel hier an der Macht. Alles klar. Und der Sohn aber, der noch lebt, von Dedo Vettin, der hat jetzt nur noch, sag ich mal, uns als Vasallen und hier das Herzogtum in der Ostmark. Und das ist damit ein extrem schwacher Herzog. Vielleicht könnten wir die Chance nutzen. Einen Kriegsgrund einsetzen, um den... Eure Armeen sind ausgehoben, genau. Unsere Armeen müssen einmal wieder alle aufgelöst werden, bitte. Vielleicht können wir diese Chance nutzen, die wir jetzt haben. Und zwar... So. Wir haben jetzt nichts mehr da unten mit der Lausitz zu tun, aktuell. Kann ich ihm den Krieg erklären? Unabhängigkeitskrieg. Wir könnten dadurch tatsächlich unabhängig werden. Das würde uns 450 Prestige kosten. Wir würden den Krieg gewinnen. Er ist uns unterlegen. Gibt es irgendwas, was dagegen spricht, dass wir das jetzt machen? Gibt es... Irgendwas? Ich meine, wir könnten hier einen Anspruch fingieren, aber... Das gibt ihm Zeit, dass er Bündnisse schmiedet, dass er wieder mächtiger wird. Und die Zeit will ich ihm ehrlicherweise nicht geben. Das ist die beste Chance, die wir haben, jetzt sogar schon unabhängig zu werden. Grüß dich, Flo. Und ich glaube schon, dass wir die Chance nutzen sollten. Ich meine, wir können danach immer noch... ...einen Anspruch fingieren. Und dann nochmal Krieg gegen ihn führen, um das Herzogtum, um den Titel Herzog zu erhalten. Ich denke schon, wir sollten diesen Krieg führen, um unabhängig zu werden. Das ist jetzt einfach sehr wichtig. So. Unabhängigkeitsfraktion brauchen wir nicht. Wir können so Krieg führen. Ihn zu ermorden bringt uns auch nichts. Dann würde sein Vater wieder an die Macht kommen, glaube ich. Ne. Es bringt dir nichts, das unabhängig meinst du, Nilsmann. Schau lieber, einen Anspruch auf den Herzog direkt zu kriegen. Naja, aber wenn ich... Wenn ich unabhängig bin, dann bin ich ein unabhängiger Graf unter dem Kaiser direkt. Das wäre schon, glaube ich, nicht so schlecht. Dann hätte ich viel mehr Möglichkeiten. Und danach kann ich ja, wie gesagt, den Kriegsgrund versuchen zu erhalten, oder? Hm, ich bin ein wenig unentschlossen. Wir sind auch gerade ja noch da unten, einen Titel zu beanspruchen. Lohnt der sich überhaupt noch? Ja, der hat halt jetzt die ganzen Bündnisse, deswegen lohnt sich Torgau wahrscheinlich nicht mehr. Wie kann ich in Crusader Kings 3 als... Was? Als Rang bekommen? Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Lars Livoy. Man kann den Herzogtitel übernehmen, wenn man die meisten Provinzen hat. Aber habe ich nicht schon die meisten Provinzen der Ostmark? Also ich habe mehr als der andere. Wo kann ich den dann übernehmen? Wird mir das irgendwo angezeigt? Übernehmen. Titel, die der eigene Lehnsherr trägt, können nicht übernommen werden. Man kann keinen Titel übernehmen, dessen Rang größer oder gleich dem Haupttitel ist, den der eigene Lehnsherr trägt. Ihr habt nur zwei von drei erforderlichen Grafschaften und erfordert noch 250 Dukaden. Okay, wir brauchen also scheinbar auch mehr Grafschaften. Ach, Christian Peters meint, dass ich dann angeblich komplett unabhängig wäre und damit frei will. Das glaube ich aber nicht. Ich dachte, ich wäre dann dem Kaiser untertan, aber... Ach so, Lars Levoy meint, wie kann ich den Rang bekommen? Du meinst auf meinem Discord unter Regeln. Genau, musst du einfach auf das Symbol klicken. Genau, hier, Nilsmann hat es dir schon erklärt. Oh man, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entweder wir... Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, einfach direkt einen Anspruch zu fingieren. Damit könnten wir alles bekommen. Dann erobern wir ihn einfach. Das wäre das Beste, dann würden wir auch den Titelherzog bekommen. Nilsmann meint, du bist dann auch unter dem Kaiser. Okay, also wenn wir unabhängig werden, wären wir direkt unter dem Kaiser. Kaiser hätten halt fünf Jahre Waffenstillstand, bevor wir ihm wieder den Krieg erklären könnten. Oder... Oder wir warten jetzt. Machen einen Anspruch. Der würde aber 437 Männer bekommen. Wir hätten knapp mehr als er aktuell. Aber er könnte Bündnisse bekommen. Wir könnten alles wagen, liebe Freunde. Und den Anspruch hier fingieren. Dann würden wir alles bekommen. Ich würde es tatsächlich mal... Ich würde es ausprobieren wollen. Wobei, ich weiß gar nicht, was passiert denn, wenn ich... Den dem Krieg erkläre und dann Anspruch auf die Grafschaft habe. Dann habe ich aber trotzdem keinen Anspruch auf das Herzogtum. Aber gut, wenn ich die Grafschaft habe, Havelsberg, kann ich ja das Herzogtum gründen, wenn ich mich nicht täusche. Steht da, wie lange das ungefähr dauern würde. Ich tue mal kurz Zeit laufen lassen. Naja, so 10 Tage. 100 Tage würde das circa dauern, wenn ich das jetzt so richtig grob... ...sehe. Wir schauen mal, wie schnell er sich an... Er erholt sich gar nicht so schnell. Ich bekomme sogar eine Ratseinladung. Ich weiß gar nicht, ob das... Macht das Sinn, dass wir da... ...ablehnen? Also... Gäbe es irgendwelche Nachteile, wenn wir dem Rat beitreten? Gibt eigentlich nur Vorteile für uns. Deswegen würde ich mal beitreten. Berufssoldaten brauche ich aktuell gar nicht, Grimmbad, würde ich sagen. Erstens sind sie zu teuer, ich brauche noch mehr Geld für meine Wirtschaft. Und zweitens bin ich stark genug gegen ihn. Das ist aktuell also kein Problem. Ich habe eher Angst davor, dass er ein Bündnis schmiedet, bevor wir den Anspruch haben. Grafschaft von Brandenburg hat nun polabisch-lowakische Populisten. Mit Herzog Deto dem Zweiten als Ziel. Kann in 8 Monaten ein Ultimatum stellen. Will Unabhängigkeit vom Lehnsherrn. Hm. 8 Monate. Wir sind jetzt bei 10%. Wir bekommen wahrscheinlich nicht vorher den Anspruch. Ah, damn it, Leute. Damn it. Jetzt haben wir ein Problem. Herzog Deto, der Zweite, wird von Herzog Simoesl angegriffen. Und der ist leider sehr mächtig. Der hat 3000 Männer. Das heißt, den Krieg könnten wir verlieren. Haben wir jetzt noch die Möglichkeit, dem in den Rücken zu fallen? Krieg erklären. Unabhängigkeitskrieg. Sind wir dann auch noch im Krieg mit dem im Osten? Ich weiß es nicht. Aber dann versuche ich doch jetzt lieber unabhängig zu werden. Und noch ein paar Bündnisse aufzubauen. Weil alles andere macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn. So. Verliert 12 Jahre lang Meinung von euch. Macht das klar. Okay. Ne, dann mache ich es jetzt doch, liebe Freunde. Dann tun wir uns den Unabhängigkeitskriegsgrund erklären. Oh, wir sind aber damit immer noch im Krieg gegen den anderen. Ah, das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht jetzt. Der Kaiser kann dich aber einem anderen Herzog unterstellen. Ah, das wusste ich nicht, Florian. Können wir ja schauen, ob er es macht. Jetzt haben wir die Wahl getroffen. Das Problem ist, jetzt kommt halt gleich der Feind mit 3000 Männern. Ja. Wir können kurz die 10 Mann besiegen. Und da müssen wir uns eigentlich zurückziehen. Also, weil... Oh, das ist jetzt wieder richtig unschön. Das ist jetzt richtig unschön. Wir haben jetzt 41% Kriegsstand, aber das reicht halt leider nicht. Und gegen 3000 Mann haben wir halt leider keine Chance. Damit muss ich mich hier zurückziehen irgendwie. Oh je, jetzt bricht wieder alles zusammen, was wir uns so aufgebaut haben. Die Gabe der Großzügigkeit. Ah, sie wird großzügig, okay. Ah, wartet. Ah, verdammt. Ah, ich hätte einfach da bleiben müssen. Die belagern tatsächlich Ruppien. Die belagern unsere Festung. Hätte ich das früher gewusst. Jetzt sind wir natürlich später dran mit unserer Belagerung. Weil wir müssten... Wir müssten jetzt darauf hoffen, dass wir vorher die Belagerung gewinnen. Aber das ist gut, das werden wir nicht. Wir sind viel langsamer. Wir können auch nicht stürmen. Wir haben jetzt einen Sohn als Erben bekommen. Du meinst, meine Verbündeten könnten da helfen? Ja, ich kann die gleich rufen, aber die sind nicht stark genug. Nicht mal ansatzweise. So, wie nennen wir unseren... Wie nennen wir unseren Sohn? Ihr könnt ja mal Vorschläge in den Chat machen. Schreibt doch mal Vorschläge in den Chat, wie wir unseren Sohn und damit meinen Erben nennen sollen. Ich bin offen für Vorschläge. Hier kommen nicht so gute Vorschläge, nämlich vom Spiel selbst. Ja, Nilsmann meint, ich soll ihn Nils nennen. Habt ihr noch weitere Ideen, wie wir ihn nennen sollen? Nils, Josef, Gustav. Ja, Gustav hört sich sehr schwedisch an. Hans der Glückliche. Oh, Hans der Glückliche. Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Natürlich Pixel. Das finde ich super. Friedrich Wilhelm. Das ist ein super Name. Genau, Brandenburg, also Friedrich. Wir nennen ihn Friedrich Wilhelm, das passt. Richard wäre auch gut. Friedrich Wilhelm, möglichst zu stark und weise werden. Halt. Ja. Okay. Hm. Ja, rufen wir mal unsere Verbündete. Wobei, die hat halt nur 600 Männer. Also, zusammen haben wir dann 1200 Männer. Das ist immer noch... Das ist immer noch weniger, als der Feind hat. Aber... Ich ruf sie trotzdem mal in den Krieg. Vielleicht bringt's uns ja irgendwas. Das Problem ist, wir müssen uns jetzt gleich zurückziehen. Weil der gewinnt hier ganz deutlich... ...vor uns... ...die Belagerung von Rupin. Ah, was machen wir denn jetzt? Wir haben auch keine... Wir können die Festung auch nicht stürmen. Und Rupin hält nicht länger durch. Hm. Maximal zwei Monate übrig. Wie lange haben wir hier noch? Maximal drei Monate. Also, das wird eher unrealistisch, dass wir... ...dass wir das noch vorher gewinnen. Manchmal... Oh, jetzt gab's aber einen Sprung. Jetzt gab's aber einen Sprung zu unseren Gunsten, Freunde. Wenn wir jetzt ein bisschen hoffen... ...dass wir vorher die Belagerung gewinnen. Oh, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Freunde. Oh Gott. Ja. Okay, wir haben den Sieg. Das Problem ist, wir sind dann wahrscheinlich trotzdem noch mit dem im Krieg, oder? Ich würde jetzt gern Forderungen erzwingen. Dadurch werde ich unabhängig. Wir machen das jetzt. Oh nein, wir sind immer noch im Krieg. Ach, verdammt. Die haben auch Rupin als... ...als... ...als Kriegsziel. Die wollen von uns Rupin erobern. Na toll. Ach, das ist echt schlecht. Das ist richtig schlecht. Die wollen gar nichts von unserem Herzog, sondern... ...die wollen Rupin erobern. Super. So, jetzt sind wir unabhängig, aber... ...joa. Haben 3000 Feinde hier in Rupin, die gleich die Belagerung gewinnen. Ah, und die Gräfin jetzt habe ich völlig umsonst gerufen, übrigens. Ähm... Okay, wartet mal. Können wir noch mehr Verbündete suchen? Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, was wir machen müssen. Weißen Frieden kann ich nicht schließen, nein. So, die ist noch nicht verheiratet, die Beatrix. Äh, mein aktueller Erbe ist ja mein Sohn. Das heißt... ...mein Sohn würde auch alles erben, tatsächlich. Zwei Grafschaften und eine Baronie. Okay, das heißt, ich werde auf jeden Fall ihn mal, ähm, unterrichten. Das ist klar. Achso, bin ich unter dem Kaiser, wollt ihr wissen? Ne, ich bin tatsächlich unabhängig geworden. Ja, krass. Wer auch immer das von euch geschrieben hat, hatte recht. Ich habe jetzt keinen Lehnsherrn mehr über mir. Und bin vollkommen unabhängig. Ich bin ein eigenständiges Reich. Oh, das ist, äh... Tatsächlich ein wenig ungünstig. Aber auch die Lausitz wurde unabhängig. Das war vorher schon. Wir waren vorher schon nicht mehr unter dem Kaiser, Freunde. Das ist schon passiert, glaube ich, als wir diesen Unabhängigkeitskrieg gewonnen hatten. Es sind zwei unabhängige Reiche geschaffen worden. Ach, Herr... Ach, herrje. Der Kaiser hilft sicher, ja. Können wir irgendwie unter dem Kaiser untertan werden? Können wir ihm das anbieten? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Doch, Treue schwören. Ihr seid im Krieg. Kaiser Heinrich ist wieder euer De Jure-Lehnsherr, noch ein benachbarter Lehnsherr. Wieso ist er kein benachbarter Lehnsherr? Könnte ich denn einem neuen Herzog die Treue schwören? Dann wäre ich halt vom einen zum nächsten gekommen. Was natürlich auch nicht so gut ist. Magnus von Angria. Nee, dem könnten wir leider nicht die Treue schwören. Oh je. Okay, wir schauen jetzt erst nochmal wegen Verbündeten selbst, würde ich sagen, Freunde. Du musst unter das Herzogtum. Ja, aber unter welches? Was meinst du, unter... Bei der Lausitz? Dem kann ich auch nicht die Treue schwören. Die Ostmark ist ja auch nicht mehr unter dem Kaiser. Ja, aber das benachbarte Herzogtum will mich auch nicht. Hm. Also, der will mich nicht. Ich kann das gar nicht machen. Das wäre der benachbarte Herzog hier. Ja, Christian Peters Kristallkugel hatte tatsächlich recht, dass ich nicht unter dem Kaiser bin. Aber gut, jetzt schauen wir uns mal kurz an Beatrix, Ehepartner. Ich würde tatsächlich auch nicht matrilinear suchen, dass wir einen möglichst starken Bündnispartner bekämen. So, wen haben wir hier aus Ungarn? Somogoi. 1.700 Männer. Das wäre tatsächlich sehr mächtig. Ja, wäre auch im richtigen Alter mit fünf Jahren. Ich glaube, Posen, tausend... Ne, wir brauchen jeden Mann. Wir sind zwar weit weg, aber... Ich glaube, ich mache das. Peter Porcalan, unsere Tochter muss uns jetzt das rettende Bündnis holen. Damit würde natürlich unsere Tochter nicht mehr Kinder in unser Haus gebären, aber sie würde uns ein mächtiges Bündnis sichern. Was für diesen Krieg hier notwendig ist. Ich weiß nur gar nicht, ob ich während eines laufenden Krieges das machen kann und dann meine Verbündeten noch rufen kann. Das weiß ich gar nicht. Aber ich würde sagen, probieren geht über Studieren, nicht wahr? Matrilinear will er auf keinen Fall machen. Deswegen tun wir jetzt mal den Vorschlag abschicken. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Wir könnten jetzt natürlich auch noch gleich unseren Sohn verheiraten, aber... Puh, das ist halt schon gefährlich, so jung jemanden schon da zu verheiraten. Grafschaft von Messina. 1.100 Männer würde uns das bringen. Sehr weit aber weg. Wo ist denn bitte... Ne, den ist. Das sehe ich nicht mal, wo das ist. Das ist hier drüben. 1.000 Männer. Aber wer weiß, die ist auch erst 0 Jahre alt. Hier hätten wir noch ein Bündnis mit Berri. In Brandenburg geht den Bach runter. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ab, ob wir dieses erste Bündnis schließen können. Die gewinnen jetzt gleich leider Rupin. Das ist ihr Kriegsziel auch noch. Das heißt, wir müssen jetzt... Weg. Wir müssen uns jetzt zurückziehen. Und am besten müssten wir noch selbst das Kommando sogar übernehmen. Weil, wenn er jetzt die Belagerung von Brandenburg geht, könnte er uns gefangen nehmen. Und dann ist alles vorbei. So, und ich würde mich jetzt hier gerne einfach mal zurückziehen. Wir nehmen mal den langen Weg. So. Wir ziehen uns hier mal weg. Weg von dieser feindlichen Armee. Okay. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Äh, ein bisschen Geld haben wir ja auch. Können wir uns schon Söldner leisten? Natürlich nicht. Die ersten Söldner hier würden 192 kosten. Das wären Bogenschützen, die da mit dabei wären. Bogenschützen sind immer super gegen Aufgebot. Ähm. Achso, ich könnte die aber doch anwerben, weil ich kann ja auch Minus machen. Das Problem ist, wiederum, liebe Freunde... Wartet mal, wenn ich Minus mache... Ah, halt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unser Glaubensoberhaupt um Geld anbitten werden. So, wir fragen den Papst um 100 Dukaten. Jetzt wird's langsam wichtig. Und den Sammelpunkt, den kann ich auch neu setzen. Den setze ich jetzt nach Tangamünde. Und dann gehe ich doch lieber direkt nach Tangamünde. Und, äh, Sammelpunkt... Könnte ich den bitte einmal umändern? Sammelpunkt verlegen. Nach Tangamünde. Danke. So, also so langsam seht ihr... Ich hab hier Pläne, wie wir den Krieg noch gewinnen können. Aber es wird... Es wird nicht leicht werden, Freunde. Es wird nicht leicht werden. Äh, okay. Wir warten jetzt erstmal auf den Papst und auf unseren Verbündeten. So, die Belagerung hier wird jetzt gleich fallen. So, wir bekommen das Geld vom Papst. Das heißt, wir könnten gleich nochmal die Söldner anheuern. Für die 192. Und ich denke wirklich, die Bogenschützen ist das Beste, was wir machen können. Gegen das Kriegsvoll... Also, naja, gegen Plänkler sind die, glaube ich, grundsätzlich sehr gut, oder? Was haben wir denn jetzt hier für einen Bug? So. Kontert Plänkler. Plänkler haben ja sehr viele. Hallo Nord, Nike, sei gegrüßt. Ich denke schon, dass die Bogenschützen uns helfen könnten. Kann ich denn sehen, was der Feind für Truppen hat? Ähm, das wird mir leider nicht richtig angezeigt. Ah, hier. Müsste das nicht hier irgendwie stehen? Das ist tatsächlich nur Aufgebot und neun Champions. Oje, neun Champions. Achso, ja, Ritter ist auch noch so eine Sache. Aber jetzt machen wir erstmal, würde ich sagen, noch die Söldner. Wobei, das Bündnis fehlt aktuell noch. Hm. Sind sogar Waldkämpfer und Kriegsführung immerhin 15. Ja, Kosa und meine Streams, vor allem zu Crusader Kings 3, werden sehr beliebt, das stimmt. Ach, 83 Zuschauer ist eine ganze Menge. Und zwei Champions bekommen wir, ja, dann machen wir das mal. Wir werben die an. Perfekt, die kommen hier auch schon in Tangier-Münde raus. Sehr schön, das wollten wir. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz unsere Ritter an. Da waren ja leider, da war einer dabei, der Bürgermeister, der nicht so gut ist. Aber wir haben jetzt niemanden Besseren. Wollen wir Ritter einladen? Das Problem ist, die sind meinsmal einfach extrem teuer und wir haben nicht so viel Geld. Jetzt warte ich nochmal ganz kurz, was ist denn jetzt mit unserem Bündnis, mit unserer Bündnisanfrage? Die müsste auch noch beantwortet werden. So, natürlich werde ich mich eurem Krieg anschließen. Die Zollern helfen uns schon mal. Damit sind wir jetzt bei, ja, 1000 gegen immer noch fast dreimal so viele Feinde. Und die haben sogar noch Verbündete dabei. Was? Ah, ich glaube, die haben die noch nicht gerufen. Oh je. Oh je. Na gut. Aber was ist jetzt mit unserem Heiratsangebot? Da warten wir immer noch auf eine Antwort. Oh oh. Ja, Verlöbnis. Und damit haben wir ein Bündnis. Können wir den jetzt zu den Waffen rufen? Ja, das können wir. Das ist sehr wichtig jetzt. Wir rufen jetzt Somogoi von Ungarn zu den Waffen. Das sind nochmal 1700 Männer. Das bedeutet aber wiederum, wir müssen unsere Truppen zurückziehen. Und das war eine ganz knappe Angelegenheit hier. Wir haben leider die Belagerung von Ruppin verloren. Das ist schon minus 26%. Nehmt Ruppin, aber verschont die Heimat, Boys. Ja, ich versuche hier mein Bestes gerade. Das ist gerade echt hart. So. Die schließen sich jetzt unseren Krieg an. Damit sind wir ungefähr ausgeglichen, aber unsere Verbündeten müssen halt noch zu uns kommen. Das ist jetzt gerade die Schwierigkeit. Das ist jetzt die riesige Schwierigkeit. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich von Tangamünde weg sollte. Vielleicht sogar nach Ruppin und wieder eine Belagerung gegen die führen. Oder vielleicht sogar... Wisst ihr was? Wir könnten in die Offensive gehen. Oh, verdammt. Wieso verliere ich denn da... Wieso habe ich da Verluste? Achso, wegen Ruppin. Ah, ich könnte es anders machen. Ich laufe mal so entlang. Ah, wobei, das ist ein bisschen riskant. Können wir bitte so entlanglaufen? Ah, das ist zu viel. Machen wir mal so. Und so. Dann gehen wir mal zur feindlichen Hauptstadt. Ach, so. Wo bleiben unsere Verbündeten? Das ist noch die wichtige Frage. Sehe ich die irgendwo hier unten? So, Mogoi. Kommen die überhaupt, die Verbündeten? Also, ich sehe aktuell noch keine Verbündeten hier irgendwo. Ja, und auch die Zollern sind... Ah, die Zollern sind hier unten. Oh, verdammt. Ich glaube, die Zollern haben selbst... Ja, die Zollern haben selbst noch einen Krieg, in dem sie beschäftigt sind. Ach, bei meinem Glück ist das bei Somogoi auch so. Ne, die sind nur bei uns im Krieg. Okay. Und wo ist deren Armee? Vielleicht wird die erst aufgestellt. Das kann sein. Dann hoffen wir mal noch auf Somogoi. Und das ist die Frage. Wollen wir gleich noch einen Bündnispartner, Ehepartner für unseren Sohn finden? Aber der muss halt weiße gewählt sein. Das ist unser Sohn und Erbe. Hm. Unser Sohn und Erbe, Bündnismacht. Karlatt. Wo ist denn Karlatt? Was, 181 Männer? Da passt doch was nicht. Hä? Wie will keiner meinen... Okay. Scheinbar lohnt sich jetzt hier gerade Bündnismacht überhaupt nicht. Machen wir noch mal kurz. Bündnismacht. Nö. Gut. Dann lasse ich das jetzt erstmal noch mit der Hochzeit. Okay. Und wir versuchen es auf eigene Faust, Freunde. Verdammt. Ja, die gehen tatsächlich nach Tangamünde. Jagen die uns? Die verfolgen uns tatsächlich. Ah, okay, 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 okay. Oh, shit. Was ist denn hier los? Ja, lol. Jetzt sind es halt 4400 Männer. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe so das Gefühl, wir werden Ruppin verlieren. Vielleicht sollten wir auch einfach aufgeben und Ruppin abgeben. Aber ich meine, wir haben ja noch die Truppen von Zomogoi. Und das waren... Ah ja, hier, 1500. Ja. Vielleicht sollten wir... ...so nach Süden hier irgendwie gehen. ...und uns den Truppen anschließen von Zomogoi. So, und PP wurde Teil von meiner Legion. Freut mich, dass du dabei bist und abonniert hast, PP. Sei gegrüßt. Verlöbnisse kann ich auch wieder auflösen. Jaja, das würde natürlich... Ähm... Aber würde ja was kosten. Aber aktuell bringt es uns ja sowieso nichts. Haben wir ja gerade eh gesehen. Ich nehme jetzt aber erstmal hier ein bisschen die Flucht... Flucht auf. Jetzt geht er hier zu meiner Hauptstadt natürlich. Ja, der jagt mich. Und es kommen noch mehr Feinde. Gott, wie viele Feinde sind das bitte? Wie viele Feinde sind das? So, wo bleibt Ungarn? Wo sind die denn jetzt? Ja, die brauchen halt leider ziemlich lang, bis die da kommen. Und wir gehen mal nach Süden. Aber jetzt wird halt unser ganzes Gebiet besetzt. Ich habe so das Gefühl schon, dass dieser Krieg verloren ist. Tatsächlich. Ach, verdammt, wollte ich nicht selbst das anführen hier? Weil sonst werde ich gefangen genommen und das könnte gefährlich enden. So, oder ich nehme halt Golding. Das ist ein guter Befehlshaber. Aber ich glaube, dass das wirklich so ist. Dass ich dann, wenn ich nicht bei meiner Armee bin, in meiner Hauptstadt bin. Das heißt, wenn die Hauptstadt fällt, ist alles verloren. Deswegen muss ich selbst die Armee führen. Okay, wo bleiben unsere Verbündeten? Hier. Hier sind sie. Und die Feinde verfolgen uns weiter. Das heißt, wir machen weiter Marsch zu unseren Verbündeten hin. Vielleicht können wir sie ja in eine Falle locken. Irgendwie hier in den Bergen oder so. Oh, das wäre tatsächlich nicht schlecht. Das sind, das sind hier in den Bergen. Das wäre super Gelände für eine Schlacht. Das sind, jetzt muss ich nur, ich finde es selbst immer leider nicht. Hier. Berge. Besser als Hügel auf jeden Fall. Ich könnte noch hier rüber gehen. Das sind doch auch Berge, oder? Ja. Ich kann hier nicht direkt rüber laufen. Okay. Ich will jetzt nur nicht, wie weit sind die noch weg? Die sind jetzt gleich hier. Ich will die schon in die Schlacht hier locken, muss ich sagen. Jetzt lassen wir mal noch ein bisschen hier weiter laufen. Dass sie uns auch in die Berge folgen. Das ist ja der ganze Plan dahinter. Ja, okay. Also die greifen uns jetzt hier in den Bergen an. Ich kann, glaube ich, ich könnte noch fliehen. Wie lange brauchen unsere Verbündeten denn? Ja, ich darf nicht zu früh die Schlacht suchen. 25 Tage. Ja, das ist zu... Das ist zu lange. Weil dann müssen sie da noch hin und dorthin. Dann fliehe ich lieber nochmal hier hin. Dann hätte ich ja auch gleich machen können. Ja. Die kommen mit mir mit. Ah, verdammt. Aber die Feinde wollen jetzt natürlich nicht mehr. Shit. Ah, was machen wir jetzt? Jetzt wollte ich sie... Oh, nee! Die haben die Ungarn abgefangen! Oh, nee! Ah, verdammt. Ja, bis wir da jetzt zu der Schlacht natürlich dazukommen, dauert es länger. Ja, jetzt... Ja, die Schlacht ist aber leider schon verloren. Selbst wenn wir jetzt noch dazukommen, dann haben wir 2000... Wobei... Ne, dann haben wir 1900 Männer. Das reicht, glaube ich, nicht mehr aus. Um die Schlacht noch zu reißen. Reicht das, glaube ich, nicht mehr aus. Ja, ja, die meint schon, dass das verloren ist. Vor allem Hauptsache, hier gibt es auch noch einen Volksaufstand. Das ist auch lustig. Tja, oder wagen wir es nochmal und wir schlagen uns noch einmal in die Schlacht. Aber wann kämen wir denn an? 14. Oktober. Das dauert ja ewig. Bis dahin sind die alle tot. Nee. Das macht keinen Sinn mehr. Ja gut, Frieden würde uns halt Ruppien verlieren und damit sind wir richtig schwach und auf dem Präsentierteller halt für alle. So, haben wir noch andere Optionen aktuell? Wieso haben sich auch die Ungarn so einfach abfangen lassen? Die haben 1000 Männer hier schon verloren, die jetzt geflohen sind. Die hatten viel mehr Männer. Zusammen hätten wir das gewonnen. Die Schlacht. Gegen die Feinde hier. Oh Mann, wie ärgerlich ist das jetzt? Ich hätte doch dort bleiben sollen. Ja, es bringt ja nichts. Selbst wenn ich jetzt die Hauptstadt hier erobere, kann ich den Krieg nicht gewinnen, ne? Wie sieht es mit den anderen Verbündeten aus? Die sind wahrscheinlich immer noch bei sich selbst beschäftigt, oder? Die sind gar nicht in der Nähe, glaube ich sogar. Ne, da haben wir erstmal keine Chance mehr. Wir müssen wohl tatsächlich, wie ihr es schon geschrieben habt, Frieden schließen. Ja. Ach, wie ärgerlich. Wir verlieren Ruppien. Das war eine richtig gute, fette Baronie. Ordentlich Geld und Männer hat sie uns gegeben und jetzt verlieren wir die. So, ähm, ja, er erhält den Titel und erhält Ruhm. Wir kapitulieren. So sei es, damit ist leider Ruppien verloren. Und wieder, ja, wir sind mehr oder weniger wieder bei einem Anfangsstatus und sind jetzt halt Wildfleisch, Wildfleisch, weil wir keinen Vassallen haben, der uns aktuell schützt. Das ist ein Problem. Wir lösen mal unsere ganzen Armeen auf. Sind die Söldner damit auch weg? Ja. Ich meine, wir haben zwei Bündnisse, immerhin. Aber so stark werden die uns auch nicht schützen. Aber es ist ja nichts verloren hier, Freunde. Es ist ja nichts verloren. Wir machen mal weiter. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir auch Geld für Söldner ausgeben mussten, die uns am Ende nichts gebracht haben. Ja, aber ich hatte halt die Hoffnung, dass es uns was bringt. Na gut. So, unser Spielererbe wird auf jeden Fall unter unsere Fittiche genommen, haben wir ja schon gesagt. Mehr können wir aktuell nicht machen. Wie sieht es in unserem Rad aus aktuell? 9, 9, 15, 15. Ah, ne, ja, der hat ja 0, hab ich ganz vergessen. Der hätte 7. 10. Ne, wir lassen das so, wie es ist. Und, denke ich, versuchen mal... Ah, wir tun Vloddeck noch immer beeinflussen. Ja, dann machen wir das mal noch weiter. Hallo, Thierry Christen, sage Grüß. Äh, wir haben jetzt hier gleich einen Anspruch tatsächlich gegen Havelsberg. Vor Allberg, rechts vom Bodensee, willst du gezeigt bekommen. Hier ist der Bodensee, hier ist Rabensburg, Bregenz, Kempten, Mengmingen, Heidelberg, Schongau, ich weiß nicht ganz, dein Vor Allberg habe ich jetzt nicht gesehen. So. Ja, es ist bitter, dass wir jetzt hier in diesen Krieg reingezogen wurden. So, und hier gibt es jetzt einen Volksaufstand. Ich frage mich, was das zur Folge haben wird. Wartet mal jetzt. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich mich wieder einem Herzog anschließen könnte. Dem Kaiser direkt wahrscheinlich nicht. Doch, tatsächlich. Oh, Leute, 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 Leute. Ich könnte dem Kaiser, ich könnte dem Kaiser die Treue schwören. Ich würde direkt unter dem Kaiser sein. Ich glaube, das wäre tatsächlich, das wäre lohnenswert, weil der Kaiser würde uns doch schützen, oder? Wenn jemand hier uns von außerhalb versucht anzugreifen, dann wären wir geschützt. Und wir wären nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, unter dem Kaiser. Als Graf. Ich glaube, was meint ihr, liebe Zuschauer? Schreibt es gerne in den Chat. Sollen wir dem Kaiser die Treue schwören? Haltet ihr das für sinnvoll? Schreibt das mal in den Chat. Ich bin einmal ganz kurz weg und in einer Minute geht es schon wieder weiter. Und ich bin gespannt, was ihr schreibt, liebe Zuschauer. Ich bin einmal ganz kurz weg. Schreibt es gerne in den Chat. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, warum nicht? Genau, Lupus Rex. Das wäre doch auch mal ein Ziel. Erst einschleimen und dann weghauen. Hat er noch Chancen auf Ukria für das Herzogtum? Ukria, wo ist denn Ukria? Äh, Bekurvo? Vassalisierung ging vorher, glaube ich, wegen dem Krieg nicht. Was ist denn Ukria? Oder meinst du jetzt hier von der Lausitz? Dem könnte ich übrigens auch die Treue schwören, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil der ist ja schwach. 1.300 Männer ist jetzt nicht besonders stark. Pommern, oh, Pommern hat 4.080 und der Kaiser hat aber 4.165. Das ist auch spannend, aber ich glaube, das würde uns viel mehr Optionen eröffnen, wenn wir hier dem Kaiser die Treue schwören. Also, ihr wollt das alle, deswegen machen wir das jetzt. Ja, wir erhalten 13 Anspannung, ist aber nicht so schlimm. Wir schwören mal dem Kaiser die Treue. Ein wunderbares Vassalentum, sehr schön. Katzerei, Katara in Northern Isles. Okay. Das ist alles nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier gleich unseren Anspruch. Den würde ich auch gern direkt nochmal nutzen wollen. Jeder Winkel, eine finstere Nacht, kann die Schatten in den Gängen meiner Festung wahrlich zum Leben erwecken. Das gefühlte Risiko ungebetener Besucher steigt mit jedem unbewachten Winkel, den ich entdecke. Wenn ich allein schon derart viele Schwachstellen erkenne, dann stellte man sich nur vor, was mehrere Personen mit einer ähnlichen Sicht auf die Dinge erreichen können. Oh je. Ach so. Nehmen wir doch mal das hier. Ich werde eine Gruppe diskreter Agenten anheuern. Das bringt... Nee, das machen wir nicht. Ich denke, meine Sicht auf die Dinge hier reicht. So. Äh ja, von der Lausitz für die drei Grafschaften zum Herzogtour müsste noch die Jure zur Ostmark gehören. Ja, warte mal. Wer hat denn aktuell den Herzogtitel? Kann das... Ah, ich glaube, keiner hat aktuell den Herzogtitel Ostmark. Und uns fehlt noch eine... Ne, wir haben nur eine Grafschaft, oder? Oder gilt das als zwei? Ne, uns... Erfordert drei von fünf die Jure Grafschaften. Ich besitze eine Grafschaft. Wieso habe ich denn jetzt nur eine Grafschaft? Verdammt. Ich bräuchte jetzt von der Ostmark mehr Grafschaften, sonst kann ich den Titel Herzog nicht bekommen. Dafür bräuchte ich auf jeden Fall noch Berlin hier im Süden und eben jetzt Hevel. Oder wie das heißt. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ähm, wir können jetzt den Anspruch bekommen auf die Grafschaft von Hevelia. Ich hoffe, die sind jetzt nicht mehr so stark. Ha, die haben zwei Männer. Das ist ja der perfekte Moment, Freunde. Kümmert euch darum. Das ist ja der perfekte Moment, um Krieg zu führen gegen Graf Martin von Hevelia. Das war ja... Der ist ja durch den Volksaufstand, glaube ich, an die Macht gekommen. Und ja, wir beenden das jetzt hier gleich mal. Durch den Anspruch würden wir 112 Prestige nehmen. Oder aber... Wir nehmen 80 Frömmigkeit. Und könnten durch Religionskrieg das Ganze auch bekommen. Hm, gibt es da einen Unterschied zwischen den zwei Sachen? Ähm... Ah, bei einem Religionskrieg können slowiakanische Herrscher dem Krieg beitreten. Also das sollten wir dann doch nicht machen. Sondern einfach nur den ganz normalen Titel uns holen. Ja. Ich denke, wir machen es dann sicherheitshalber so, bevor jetzt hier diese Slavikaner kommen. Tun wir mal den Krieg erklären. Ja, die haben zwei Mann. Exakt zwei Mann. So, wir haben noch... Und wir haben sogar noch unsere Söldner. Weil die bleiben ja drei Jahre. Die können, glaube ich, gar nicht ihre zwei Männer so schnell aufstellen. So schnell sind wir schon da. Aufgabe beendet. Ah, wir haben die Beziehungen hier mal verbessert, oder? Ne, die sind immer noch nicht verbessert. Was ist da los? Achso, das mit dem Anspruch fingieren auf die Gemeinde wurde verbessert. Ja, jetzt soll er mal wieder die religiösen Beziehungen verbessern. Wobei, können wir vielleicht gleich einen weiteren Anspruch irgendwo fingieren, wo es Sinn macht? Wem gehört denn Berlin? Ah ja, Berlin gehört dem hier. Der hat aktuell keine Bündnisse und 651 Männer mit unseren Söldnern. Wären wir stark genug gegen Graf Lothar, Udo von Lupsko. Und wir könnten Berlin dadurch bekommen. Deswegen holen wir uns mal einen Anspruch auf Berlin, würde ich sagen. Dann könnten wir auch selbst ein Herzogtum werden. Das wäre wichtig. Das wäre extrem wichtig. Das machen wir. Also Jan von Michel, das Wichtige ist, dass jetzt keiner mehr den Herz... Also es gibt grundsätzlich das Herzogtum der Ostmark. De jure. Also rechtlich gesehen. Am Anfang hatte das unser Herzog diesen Herzogtitel auch noch. Der hatte zwei Herzogtitel. Dann ist das ja aufgebrochen worden. Dann ist das aufgeteilt worden. Und dann wurde irgendwie, glaube ich, der Herzog hier, äh, erledigt. Und jetzt hat keiner mehr diesen Herzogtitel. Das heißt, wir können den wieder schaffen. Weil der ist nämlich nur Graf. Und wir brauchen aber halt drei Grafschaften. So, und wir machen jetzt hier einfach die Belagerung. Ah, und unsere Gräfin ist wieder schwanger. Oh nein, jetzt hoffe ich aber ehrlicherweise nicht, dass es noch ein Sohn wird. Ein zweiter Sohn würde uns jetzt echt Probleme bereiten können. Ich hätte jetzt lieber noch ein paar Töchter, muss ich sagen. Haben wir irgendwie Chancen an den Rat zu kommen? Hier wahrscheinlich nicht, ne? 229, 2212. Da können wir nicht mithalten. Das Beste, was wir haben, ist 10 bei Renke Schmiede. Oder bei Renke Spiele. Na gut. Lassen wir mal die Zeit... Was haben wir hier noch? Anliegen? Krieg erklären. Verbündete in den Krieg rufen. Joa. Beatrix sollte vielleicht den Vormund bekommen. Die ist ja schon verlobt. Wobei, dann macht sie eigentlich keinen Sinn mehr. Die ist ja sowieso weggegeben, sage ich jetzt mal. Knallhart. So. Ich freue mich schon darauf, wenn wir mal ein bisschen Geld verdienen können. Oh! Was ist denn das jetzt hier? Oh nein! Leute, ich habe das Gefühl... Tatsächlich. Uns hat der Kaiser... Tatsächlich... Hä? Ne. Wartet mal. Hä? Das ist doch der Kaiser... Ne. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und wir sind jetzt... Wir haben jetzt einen neuen Lehnsherrn. Wir wurden dem Herzog von Westfranken untergeordnet. Wie bitte? Oh, jetzt geht alles von vorne los, liebe Freunde. Haha. Wieso? Ja, Prinz Heinrich III. vom Heiligen Römischen Reich. Ist jetzt unser Lehnsherr. Ein Nulljähriger. Himmelswillen. Oh Gott. Das fängt ja schon super an. Wir würden aber... ... einen Ratsposten bekommen. Yay! Hm. Der hat viele Vassallen hier. Sein Vater war tatsächlich der Kaiser. Hä? Aber wer ist denn jetzt dann der aktuelle Kaiser? Kaiser Berthold... ... des Heiligen Römischen Reiches. Hä? Berthold? Kaiser Heinrich III. Irgendwie... ... verwirrt mich das Spiel gerade ein bisschen. Back to the roots. Ja, ja, genau. Ähm. Der Heilige... ... des Heiligen Römischen Reich. Dessen Eltern... Ach, wartet mal. Ist jetzt eine andere Dynastie an der Macht? Ich glaube, eine andere Dynastie wurde Kaiser. Das ist jetzt passiert. Tatsächlich. Ach, das ist ja verrückt. Ja, toll. Damit sind wir... ... dadurch sind wir sozusagen jetzt dem... ... Nachfolger des Kaisers zwar wieder untertan... ... aber der wurde halt kein Kaiser mehr. Sondern... Hm. Ja, gut. Folgen wir erstmal der Ratseinladung. Das war jetzt so... ... semi gut alles. Aber, äh... ... okay. Wir führen ja gerade noch unseren Krieg. Den werden wir doch hoffentlich gewinnen. Würde ich mal sagen. Ja. Den Krieg haben wir gewonnen. Forderungen erzwingen. Sieg. Das Problem ist, Habelsberg bringt uns als Domäne gar nichts. Das ist leider... ... ein Bistum. Und... ... das ist so... ... buggy. Normalerweise müsste ich jetzt... ... das Bistum an meinen Bischof geben. Kann ich das nicht irgendwie machen? Halt. Falscher Bischof. Euer Rat. Ich kann ihm keinen Titel geben. Ja, er ist ein theokratischer Bischof. Normal müsste doch der Bischof... ... automatisch über alle Bistümer herrschen. Das muss ein Bug sein. Oder bin ich da gerade falsch, liebe Zuschauer? Weil Habelsberg bringt mir halt gerade nichts. Also kein Geld, keine Männer. Nichts. Naja, ich würde jetzt erstmal meine Truppen auflösen. Das Herzogtum hier können wir nach wie vor noch nicht gründen, oder? Weil uns fehlt immer noch eine Grafschaft... ... und natürlich auch das Geld. Ach nee, jetzt haben wir wieder das Problem... ... Titel hat denselben... ... wie der Haupttitel, den euer Lehnsherr trägt. Ja, jetzt können wir natürlich wieder nicht das Herzogtum gründen. Hm. Falls du einen zweiten Zon kriegst, kannst du den da hingeben. Wohin meinst du denn, Christian Peters? Ach so, stimmt! Dann kann ich den nach Havelberg geben. Du hast recht. Das ist richtig. Wobei, bist du dir sicher, Christian, dass der dann automatisch dadurch nicht mehr erben kann? Der wird zwar Fürstbischof, aber ich glaube, der... ... ich weiß nicht, ob der dann trotzdem nicht noch erben könnte. Wow, er hat die Berufung als Ratskanzler wieder zurückgenommen von uns. Toll. Das war die kürzeste Ratskanzlerschaft, die wir hatten. Ha! Unfassbar. Na gut, wir nehmen es mal, wie es ist... ... und versuchen jetzt hier gerade einen Anspruch zu fingieren. Schauen wir mal. Hol dir die Gebiete und sollte der Herzog erben und Kaiser werden, befördert er dich vermutlich. Ne, 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 das hat nichts mit der Kontrolle zu tun. Wartet. Hier, um minus 88... Ne, wegen des falschen Typs... Genau, wegen des falschen Typs für euch bringt das Besitztum weder Aufgebot noch Steuern, weil es keine Burg ist. Weil es ein Tempel ist, eine Kirche. Das bringt, auch wenn ich jetzt noch mehr Gemeindekontrolle hätte, mir gar nichts. Leider. Was ein bisschen schade ist. Wir haben eine Tochter bekommen, tatsächlich. Wir könnten mal gerne Vorschläge in die Kommentare, in den Chat schreiben, wie wir unsere Tochter nennen sollen. Eine weitere Tochter, das ist sehr gut. Das heißt, ein weiteres Bündnis, liebe Freunde. Je mehr Töchter, desto besser, desto mehr Bündnisse werden wir schmieden. Und irgendwie kommen wir schon noch an die Spitze, das sage ich euch. Dafür werde ich alles tun. Für unsere Familie Are. Aus Brandenburg hier. So. Was, was sind eure Vorschläge? Viktoria, ein schöner Name, Lupus Rex. Brunhilde. Hört sich auf jeden Fall deutscher an als Viktoria. Wenn der Sohn das übernimmt, ist das auch aus deiner Domäne raus. Ja, das weiß ich, dass das dann aus meiner Domäne raus ist. So, okay. Wir sind auch immer noch bei unserem Komplott hier dabei. Brauchen wir das denn noch? Haben wir nicht mittlerweile die Beziehungen verbessert in unserem Rat? Ja, haben wir. Deswegen würde ich gerne mal mit unseren anderen hier noch die Beziehungen verbessern. Oh, das sind... Wieso sind das nur 41% Erfolgschance? Machen wir es mal hier, 81%. Mal ein bisschen die Beziehungen verbessern. So. Äh, Agathe. Elise. Tante Agathe. Julia. Ich finde Elise ganz schön. Von Hekaben, Hekaben. Nennen wir sie Elise. Nicht Elisa, sondern Elise. Hehe. Sehr schön. So, hier wird aktuell ein weiterer Anspruch fingiert. Können wir sonst noch was machen? Laufende Wahlen im Römischen Reich. Wie sieht es denn aktuell aus? Das ist natürlich spannend. Wir sind leider kein Kurfürst, natürlich. Chantal. Melzenia wäre auch schön gewesen. Belgerit. Aktuell würde der hier... äh, hier Kandidaten. Der bekommt eine Stimme. Herzog von Holland. Der Rest hier alles null. Hier. Hermann von Württemberg würde sechs Stimmen bekommen. Das ist der Sohn des aktuellen Kaisers, die sich hier sozusagen die Macht erkämpft haben. Herzog Magnus von Angria zwei Stimmen. Graf Gebhardt von Breisgau eine Stimme. Joa, und äh... Unser Lehnsherr kriegt nur eine Stimme ab. Das ist ein bisschen traurig. Das ist sehr traurig. Ja, er wählt sich natürlich selbst. Ja, unser Lehnsherr wird wohl nicht mehr so schnell Kaiser. Wie traurig, wie traurig. Naja. Ja, der Nulljährige, wie gesagt, wird leider kein Kaiser werden. Ähm. Ihr solltet Habelsberg jemandem verleihen, ja. Machen wir aktuell aber nicht. Vor allem nicht meinem erstgeborenen Sohn, weil das wäre schlecht. Mh. Ah, ein weiterer Ränkespielvorzug ist verfügbar. Tja, was nehmen wir denn da noch Schönes? Fruchtbarkeit brauchen wir nicht. Wir haben genügend Kinder. Verführung. Mh. Mordkomplottstärke. Ich glaube, das ist ganz gut sogar. Geheimnisse aufspiel. Ich glaube, das nehmen wir noch. Mordkomplottstärke. Wie viele haben wir denn? Wir sind da eigentlich ganz gut beim Ränkeschmieden. Durchschnittlich. Deswegen würde ich jetzt gerne noch einen anderen Lebenswandel wählen, wenn ich das schon wieder kann. Kann ich sogar. Ich würde gerne auf die Verwaltung rüberschwenken, um hier die goldenen Pflichten zu bekommen. Und aktuell haben wir ja, könnten wir ja vier Domänen halten. Baronie von Berlin. Ich bin gerade am überlegen, was ich da nehme. 10% erhöhte Einnahmen wären nicht schlecht für ein bisschen mehr Geld. Aber ich glaube, drei Verwaltung ist besser. Wir geben uns mal drei Punkte in der Verwaltung. Haben wir unseren Lebenswandel dadurch ein bisschen verändert. So. Es wurde eine Fraktion gegen unseren Lebensherrn geschaffen. Und Margareth wird erwachsen. Wie schnell sie doch Flügge werden. Fähige Taktikerin und Logistikerin. So, was ist das jetzt für eine Fraktion? Freiheitsfraktion. Jetzt gibt es gleich den nächsten Freiheitskrieg. Ich glaube, ich spinne. Wir wollen doch einfach nur mal in Ruhe stärker werden. Und jetzt gibt es hier schon wieder Freiheitsfraktion wegen wollen niedrigere Lebensautorität. Das gibt es doch nicht. Rudolf von Nördlingen mit seinen 700 Männern. Der hat aktuell keine Chance gegen die 1700 Mann unseres Lehnzehren. Ei, 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 ei. Schwierig. Sehr schwierig. Ja, wir warten hier auf den Anspruch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, unsere Söldner dürften eigentlich mittlerweile nicht mehr verfügbar sein, oder? Zwölf Monate wären sie noch da. Das ist nicht mehr lang. Aber wir haben gleich den Anspruch. Ich würde die gerne noch mal nutzen, wenn wir schon zu viel Geld ausgegeben haben. Schauen wir mal. So, Aufgabe beendet. Oh, verdammt, damit kommen wir ins Minus. Wir machen das natürlich. Aber einen Minuskrieg zu führen, ist halt nie eine gute Idee. Oh nein, nein, nein. Der hat mittlerweile alles unter seiner Kontrolle, der Kollege. Wann ist denn das passiert? Berlin gehört jetzt offiziell hier diesem Graf von Cottbus und der hat halt 2000 Männer hinter sich. Weil der halt die ganzen Domänen aktuell hat, deswegen... Ach was, solange ich Schulden habe, kann ich keinen Krieg erklären? Seit wann das denn? Das war aber vorher nicht so, oder? Na, müssen wir jetzt erstmal aus den Schulden wieder rauskommen. Ja, wenn ich so viel rede, dann muss ich auch ordentlich die Kehle befeuchten. Warte mal, wir könnten drei Kriege erklären. Gegen Pommern. Da hätten wir keine Chance, ne? 5600 Männer. Ähm, gegen Valetia. Auch hier hat der Feind 5600 Männer. Und eben Cottbus. Gut, mit unseren Verbündeten zusammen. Aber erstmal müssen wir entschuldet werden. Bring ihn um, meint hier jemand. Aber er hat ja einen Haupterben. Diesen Bürgermeister, Reinecke von Brenne. Der hat ja gar keine Kinder. Dann würde sein Reich auch nicht aufgeteilt werden, sondern der Bürgermeister würde wahrscheinlich alles bekommen, oder? Wie läuft denn das? Warte mal, wer würde den Berlin erben aktuell? Tatsächlich. Dieser Bürgermeister. Oh, was für ein glücklicher Bürgermeister ist das. Das ist der Vassal. Und der würde einfach alles erben. Der hat leider schon eine Gräfin. Sonst hätten wir ihn irgendwie noch... Ne, wir haben ja keine Frau mehr. Doch, wir haben... Ne, die Tochter... Doch, ja, wir haben eine Tochter wieder. Aber das bringt uns ja, wie gesagt, nicht viel. Der Bürgermeister hingegen ist noch nicht verheiratet. Jetzt, Leute, jetzt machen wir mal ein paar Pläne. Könnten wir denn hier eine Heirat arrangieren? Niemand am Hof von Bürgermeister Reinecke kann heiraten. Ja, ich würde gerne ihn selbst verheiratet sehen. Wieso kann ich ihn nicht? Wieso kann ich nicht... Wartet mal, wir machen es anders. Heirat arrangieren. Zwischen. Matrilinear auf jeden Fall. So, ich müsste natürlich noch... Wo ist meine Tochter? Elise. Ah, ich kann seinen Bürgermeister gar nicht heiraten. Das ist ja blöd. Schade. Nee, sein Bürgermeister kann ich nicht heiraten. Das wäre jetzt genial gewesen. Leon schreibt Abo, Glocke und Like. Das freut mich zu hören. Das Spiel ist so geil. Ja, es macht Spaß. Es ist sehr tricky gerade. Und es macht gerade den großen Spaß, würde ich sagen. Dass es so tricky ist. Wir selbst haben leider nur die 400 Männer. Und unsere Söldner sind halt bald weg. Nur neun Monate können wir noch mit denen rechnen. Ich meine, klar, wir können unsere Verbündeten in den Krieg dann rufen. Aber das kostet uns auch Prestige. Ich warte halt nur darauf, dass der... Ich warte nur darauf, dass er vielleicht dann doch einem Vassalen hier mal die Gebiete verteilt. Weil wieso kann der sonst so viele Truppen haben? Der kriegt doch hier keine Aufgebote. Der dürfte doch da nichts bekommen eigentlich. Das verstehe ich nicht ganz. Bleib aktiv, feier dich. Danke, Leons. Lübeck wäre noch ein Ziel. Oh ja, Lübeck müsste ich mir auch nochmal anschauen. Und mittlerweile hat er leider einen Erben. Ah, wartet mal. Kann ich den erben vielleicht? So, naja, den wird er nicht... Den wird er sicherlich nicht materilinear verheiraten, oder? Ne. Will er sowieso nicht. Und der ist sogar noch... Wartet mal, wer von den beiden ist hässlich? Er ist hässlich. Ja. Dann wollen wir den sowieso nicht. Aber wieso gibt er nicht einfach mal ein paar seiner Titel einem Vassalen ab? Berlin zum Beispiel. Weil ich will jetzt nicht so einen Krieg wieder riskieren, den ich verliere. Nur um nochmal die Söldner zu nutzen, weil fünf... Naja, fünf Monate lohnt sich leider nicht mehr. Ja, ja, die sollten dann laufen ab. Ne. Die sollen lieber weg. So, aber mir wurde ja nochmal... Wir können ja nach Lübeck nochmal schauen. Oh ja, Lübeck wäre tatsächlich ein schönes Ziel. Der hier ist zu mächtig, aber Lübeck. Hamburg. Wie sieht es in Hamburg aus? Hamburg ist ein bisschen stark, aber Lübeck... Da werde ich mir auch noch einen Anspruch holen. Lübeck wäre ein schönes Ziel. Äh, Lübeck hat fünf Entwicklungen. Ja, wäre doch nicht schlecht. Haben du ein Pilo vor demnächst zu spielen, Nils? Ich denke, wir werden bestimmt mal wieder bald spielen können. Spätestens, wenn die Definitive Edition von Age of Empires 3 rauskommt. So. Weil das Spiellauf schwer ist, gibt der keine Gebiete ab. Ach, ist das so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, der ist doch jetzt über seinem Domänenlimit. Das schwächt ihn doch enorm. Ähm. Na, ich will lieber den Prestige haben für mich selbst. Und ich werde, ich werde das mal genau beobachten. Ob er nicht doch irgendwann was abgibt. So, mein Sohn, wie entwickelt er sich? 1, 2, 2, 1, 0. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ein heranwachsender Herrscher. Oh! Oh! Okay. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse mein Sohn und Erbe Friedrich Wilhelm hat. Meistens will er mir sogar sagen, was ich zu tun habe. Anstatt andersherum. Er wird herrisch. Okay. Ich hoffe, das ist, äh... Ja, das ist sogar eine sehr gute Eigenschaft, tatsächlich. Ah, das ist leider nur eine Kindheitseigenschaft. Das heißt, nur in der Kindheit bekommt er Kriegsführung und Verwaltung plus 1. Aber, okay. Zum Herrscher geboren, scheinbar. Ich, also, ja, meines Wissens gibt's auch nur die Schwierigkeiten. Sehr leicht, leicht und normal. Alex, Sascha. Also. So, was gibt's hier noch für Anliegen? Ja, ja, Havelsberg ist mir klar. So, der Söldnertrupp ist weg. Und ich würde gerne mal ein bisschen Geld verdienen, Freunde. Ich würde gerne mal ein paar Gebäude bauen, dass wir hier stärker werden. Äh, wir könnten vom Papst bestimmt mal bald wieder was fordern, sobald wir 250 Frömmigkeit haben. Weil ich würde gerne mal hier einen Hof bauen. Der würde uns 0,5 Gold im Monat mehr bringen. Und 0,5 Gold mehr wäre schon sinnvoll. Muss ich ehrlich sagen. Was die Fragezeichen machen, den Kaiser traurig. Das Problem ist, diese Fragezeichen tauchen jedes Mal wieder auf. Die muss ich jedes Mal dann rechts wegklicken. Aber ich mach sie gerne weg. Und wenn's den Kaiser traurig macht, dann will ich das natürlich nicht. Ah, der führt aber auch aktuell keine Kriege. Und jetzt hat er sogar 8 von 4 Domänen. Und es ist ihm scheinbar vollkommen egal, dass er so viele Domänen hat. Eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Wir sind doch nur eine kleine Grafschaft, Freunde. Der Bauernpöbel. Ha. Hoffen wir mal, dass die wirklich klein sind. Oh, unser Bündnis mit Adelheit ist leider ausgelaufen, weil die gestorben ist. Wie traurig. Damit sind wir nur noch mit, äh, Somogoi aktuell verheiratet. Das heißt, ja, es bringt gar nichts tatsächlich, dass unsere Margarete mit Gottfried hier verlobt ist. Weil der Gottfried bringt kein Bündnis mehr. Oder war das die Beatrix? Hat die uns... Ne, die Beatrix hat uns das Bündnis mit... mit dem ungarischen... äh, mit den ungarischen Truppen gebracht. Friedrich Wilhelm hab ich noch nicht verheiratet. Und Elisa hab ich ja auch noch nicht verheiratet. Und Elisa hab ich ja auch noch nicht verheiratet. Aber theoretisch könnte ich Margarete jetzt wieder... äh, das Verlöbnis brechen lassen. Das ist zwar ein super Mann für sie, aber... Oder kann ich mit dem Vormund Ansbach vielleicht ein Bündnis wieder schmieden? Der hat 1200 Männer. Geht das irgendwie? Mündel anbieten, Vormundschaft? Ne. Ich kann wirklich kein Bündnis mehr mit dem schmieden. Das ist aber schade. Das ist echt ärgerlich, dass man jetzt kein Bündnis mehr schmieden kann. Das heißt, es bringt uns nichts mehr, dass ich jetzt... dass meine Tochter jetzt hier mit dem verlobt ist. Deswegen könnte ich das Verlöbnis brechen. Was würde mich das denn kosten? Oh, das würde mich 75 Prestige leider kosten. Und die Beziehungen mit dem Adalbert von Ansbach würden leiden. Ähm... Robbix grüßt alle. Grüß dich Robbix. Ähm... Ja, Nils. Bei der Definitive Edition kommt Schweden und das Inka reicht dazu. Richtig. Das Domänen-Maximum, das erkläre ich, shows in meinem Tutorial zum Thema Erbrecht und Nachfolge. Das kannst du dir gerne mal anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Aber so vorab, das Domänen-Wachstum oder das Domänen-Limit hängt unter anderem davon ab, welchen Rang wir haben. Also als König oder als Herzog hätten wir nochmal mehr Rang und aber auch von unseren Verwaltungspunkten, von den Verwaltungspunkten unserer Ehefrau und unserem, ich glaube auch unserem Ratsverwalter, wenn ich mich nicht ganz täusche, und auch im Lebenswandel können wir es erhöhen. Aber ich glaube, ich breche das jetzt, das Verlöbnis und suche einen neuen Ehepartner für sie als Bündnismacht. Dublin hätten wir. 1200 Männer. In Irland halt. Achso, ja, Matrilinear wäre trotzdem wahrscheinlich gut. Ah, immer noch Dublin. Oder Tortolli. Oh, die sind aber schon schwach. Ich glaube, dann hole ich mir tatsächlich Dublin. Dann hole ich mir da Dublin. Ist das nicht sogar trotzdem der Erbe? Ne, der Haupterbe ist 27. Das ist der drittgeborene Sohn. Joa, aber wieso nicht? Matrilinear. Sie bekommt sogar 200 Prestige. Haben wir ein Bündnis mit Dublin. Finde ich gut. So, nochmal ein paar Männer. So, das wurde angenommen und jetzt haben wir was Wichtiges. Die Straße. So, mein Ratsverwaltender setzt mich in Kenntnis, dass wir unbedingt eine neue Straße durch Havelberg brauchen. Oh nein, Havelberg. Eine Straße in Havelberg bringt mir gar nichts. 0,0, liebe Zuschauer. Weil ich ja das nicht nutzen kann, weil das ein Bistum ist. Aber immerhin bekommen wir einen Vorzug beim Verwaltungslebenswandel. So, wen nehmen wir denn da? 9, 14. Ui, dieser Boho mir ist scheinbar ziemlich gut. Joa, ich lass den Boho mir das machen. Was haben wir jetzt? Dublin. Was ist das hier? Was? Okay, da führen irgendwie irgendwelche Kriege in der Nähe von England. Das ist aber kurios. Das ist sehr weit weg auf jeden Fall. So, wie sieht's aus? Unter Anspruch wird leider immer noch fingiert und hier unten wird's auch nicht besser. So, die Straße. Regelmäßige Nutzung. Oh, wir würden hier Geld bekommen. Das würde den Straßenfortschritt erhöhen, die Qualität verringern. Aber wie gesagt, die Straße in Habelsberg bringt uns gar nichts. Deswegen holen wir uns lieber das Geld, Freunde. Das Geld nehmen wir gerne, damit wir endlich Gebäude bauen können in Brandenburg. Darauf warten wir schon die ganze Zeit, liebe Freunde. So, Straße hat weiteren Fortschritt ausgeweitete öffentliche Bauarbeiten. Das bringt uns wie gesagt nichts. Grafschaft Havelberg, dass wir da irgendwas bekommen, deswegen Finanzaufsicht bringt uns wahrscheinlich auch nichts, oder? Kontrolle. Ja, mehr Zuwachs an Kontrolle würde uns auch nichts bringen, weil wir wie gesagt da nichts erhalten. Oder Baukosten verringert. Besitztumssteuer bringt uns leider auch nicht viel. Dann nehme ich halt die Finanzaufsicht. Okay, was für ein Lieder für einen Kampf? 1700, 1200. Mit wem ist der noch hier verbündet? 850. Was ist das für ein Krieg? Insgesamt 2100 gegen 900 Männer. Dem würde ich gerne beitreten, ja. Aber, ach, verdammt! Ach, verdammt! Ah, ja, ich vergesse das jedes Mal. Jetzt, jetzt ist dieser Ruf zu den Waffen weg. Das ist, also, das muss echt noch umgeändert werden. Ja. Ich hätte da jetzt auch beitreten können. So, wir können aber nochmal Gold von unserem Glaubensoberhaupt erhalten. Oh, der mag uns eigentlich gar nicht. Minus 16. Dadurch würden unsere Beziehungen nochmal leiden zu dem Papst Alexander. Ich glaube, es bringt auch gar nichts hier, die Beziehungen zu verbessern, oder? Ja, 20% Chance ist jetzt nicht die beste. Äh, vielleicht, hm, weiß ich nicht. Sollten wir nochmal, noch mal, sollen wir nochmal Geld fordern? Ja, komm. Ich, ich bitte nochmal um 100 Gold. So, vielen Dank, lieber Papst. Jetzt können wir endlich, aber wir haben noch irgendwelche Räuber bei unserer Straße. Aufgebotsgröße minus 25%, ist das sowieso egal, oder? Die Kontrolle wird sich um minus 20% ändern. Ja, wie gesagt, in Havelberg ist das eigentlich, also es ist beides ziemlich egal, ob jetzt da 10 Männer da sind, oder oder nicht. Aber, ja, tue ich halt mal ein paar Männer da postieren, Straßenpatrouillen. So, aber jetzt bauen wir endlich in Brandenburg die ersehnten Höfe und Felder. Die bringen uns 0,5 Gold pro Monat. Wichtiges Gebäude für zukünftige Einnahmen. Vor allem in unserem Reichssitz. So, die Straße Fachwissen von Bochumier. Eigentlich sollte die Straße durch dieses Feld gehen. Ich möchte ungern Geld da jetzt verschwenden. Ähm, ich würde ein bisschen Anspannung erhalten, aber ich würde kein Geld verlieren, deswegen machen wir das. Und, ähm, es gibt einen Krieg, ein Befreiungskrieg, was ist denn das für ein Befreiungskrieg? Mein Lehnsherr kämpft gegen Grafschaft von Nördlingen und Grafschaft von Ravensburg und Grafschaft von Marburg. Hat selbst aber keine Verbündeten. Ich weiß nicht ganz, was er damit bezweckt. Was will denn der bitte? Ach, der verteidigt sich. Ach so, die wollen alle unabhängig von ihm werden. Sehe ich das richtig? Wartet mal. Gegen euren Lehnsherrn. Tatsächlich, das ist dieser Krieg hier. Äh, um niedrigere Lehnsautorität. Okay, mich wundert, dass wir jetzt nicht dann zu den Waffen gerufen wurden von beiden Seiten. die Unabhängigkeitsfraktion erschaffen. Wir können keiner Fraktion beitreten, die sich im Krieg befindet. Also, wir können da gar nicht beitreten. Gut. Ich habe auch nichts dagegen, dass wir uns erstmal aus dem Konflikt raushalten. die Straße in Auftrag gegeben. Oh, sehr schön, wir bekommen Gold. Das nehme ich doch gerne mit. 50. Dann können wir gleich nochmal ein Gebäude vielleicht bauen. Äh, in Tangamünde. Ah, da haben wir sogar schon Getreideäcker. Ja, der Rest bringt uns halt nicht so viel Geld. Dann tue ich das Geld erstmal noch sparen, würde ich sagen. Das macht eigentlich Sinn. Das Ende der Straße. Boomir schließt sich eurem Hof an. Ja, gerne. 14 Verwaltung, der darf sich gerne unserem Hof anschließen. Bleibt bei mir, Boomir. Leider mag der mich jetzt nicht besonders durch unsere Vorkommnisse und weil er nicht mehr katholisch, weil er leider nicht katholisch ist. Ich könnte ein Druckmittel gegen ihn fingieren. Ah ja, ich sollte mittlerweile auch Druckmittel fingieren, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Denn ich kann jetzt hier die goldenen Pflichten holen, liebe Freunde. Und dann kann ich Druckmittel nutzen, um Geld zu erpressen. Haben wir denn aktuell schon irgendwelche Druckmittel? Ja, gegen meine Kinder. Da lohnt sich natürlich eine Erpressung nicht. Aber, wir schauen jetzt mal, von wem wir Druckmittel erpressen könnten. Oh, 90% Erfolgschance. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl der Königreich regiert. Das machen wir. Gegen den König von Pommern hier. Oder, doch, das ist tatsächlich ein König. Kann ich die Religion in Brandenburg ändern? Ist die nicht katholisch sogar? Wartet. Ah, okay. Grafschaftsglaube ist Lovikanska. Glaube des obersten Lebensheim katholisch. Oh, tatsächlich. Das müsste ich schon ändern können. Und zwar könnte ich die Gemeinden bekehren durch meinen Bischof. Aber der tut ja aktuell noch einen Anspruch fingieren. Aber wenn er den Anspruch fertig fingiert hat, danach könnte er mal unsere Gemeinden zum katholischen Glauben bekehren. Das wäre es doch, oder? Was haltet ihr davon? Schreibt doch gerne mal jetzt in den Chat, ob ihr es gut fändet, wenn wir hier diese Gemeinden katholisch bekehren lassen, oder ob wir das aus irgendwelchen Gründen nicht tun sollten. Und ich bin gleich wieder da. Das wäre es auch. Ich sieh'n Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja wohl keine Herausforderung, hoffe ich jedenfalls gegen die Bauern, dass er das alleine schafft. Was dauert lange? Hekaben, Hekaben. Meinst du das mit dem Druckmittel? Das geht relativ schnell. Zwei Jahre vielleicht. Also relativ, ja. Das weiß ich noch nicht, das muss ich mir anschauen. So, wir haben einen weiteren Lebenswandel, den wir hier nehmen können. Und ich denke, das Beste ist tatsächlich hier den Steuereintreiber zu wählen, bringt uns einfach mehr Geld grundsätzlich. Und Geld ist einfach jetzt aktuell sehr wichtig und sehr wertvoll. So, unser Anspruch hier ist gleich fertig fingiert. Genau, es senkt das Risiko von Rebellion im Volk, wenn wir sie bekehren, genau. Oh, und unser, ui, was ist jetzt passiert? Oh nein, irgendwas ist jetzt hier, oh nein, irgendwas ist schief gelaufen. Unser Herzog hat den Krieg gewonnen. Tatsächlich gegen diese ganzen Grafen. Auch spannend. Ähm, so, unser Bündnis ist ausgelaufen mit Ungarn, dann haben wir wieder ein Bündnis bekommen. Und dann ist das Bündnis wieder weg gewesen. Äh, nee, wir haben aber immer noch ein Bündnis. Hä? Okay. Also wir haben hier wieder ein Bündnis. Die sind nur leider sehr schwach geworden. Wahrscheinlich gab es da eine Teilung. Jetzt haben die nur noch 700 Männer. Dublin ist auch nicht, ja doch, Dublin ist stark, 1800. Also da sind wir ganz froh, dass wir dieses Bündnis haben. Ähm, genau, unsere beiden Töchter sind noch verheiratet. Die Frage ist, brauchen wir jetzt schon mal für Friedrich Wilhelm? Oder für, warte mal, wir könnten auch bei Elise mal, mal wenigstens mal gucken, ob wir jemanden hätten, der ein starkes Bündnis wäre. So, Zemplen. Na ja, 600 Männer ist jetzt nicht das starke Bündnis. Also, starkes Bündnis wären für mich so 1000 Mann. Deswegen werde ich meine Elise noch nicht verheiraten. Und wir sind jetzt kurz davor, hier den Anspruch fingiert zu haben in Lübeck. Genau, Grafschaft von Lübeck. Da haben wir jetzt den Anspruch. So. Den haben wir mal. Da unten sieht es ja immer noch so aus. Oh, wartet mal. Ach, das war mit Ukria gemeint. Grafschaft von Ukria ist die, wo Berlin dabei ist. Ich verstehe. Tatsächlich hat er jetzt das aber abgegeben. Oh, wartet mal, wartet mal. Krieg erklären. Könnte ich da den Krieg erklären? Oh, ich würde dann tatsächlich Krieg gegen ihn hier führen. Der ist aber scheinbar aktuell geschwächt. Aus welchem Grund auch immer. Weil ich Krieg gegen einen anderen Herz... Ah, okay. Weil es ein anderes Herzogtum ist, würde ich hier den Krieg führen müssen. Okay. Hier steht ja jetzt weit unterlegen. Was ich aber nicht ganz verstehe. Weil wir haben doch nur 400 Männer. Also eigentlich haben wir doch weniger Truppen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Kriegsvolk vielleicht noch dazu rekrutieren sollte. Das könnte ich machen. Leichtes Fußvolk oder sogar Bogenkämpfer. Aber die kosten halt im Monat sehr viel. Die würden 0,57 noch zusätzlich kosten. Könnten wir uns aber leisten. Ich meine, wenn unsere Verbündeten dazu kämen, dann könnten wir sogar den Krieg hier um Berlin machen, der ja viel wichtiger wäre als der um Lübeck. Können wir mal kurz schauen, der um Lübeck. Oh, die sind aber verbündet mit Nördlingen. Oh. Okay, Krieger klären. Da hätten die sogar zusammen mehr Männer. Wären aber noch unterlegen. Das heißt, ich sollte vielleicht doch hier das mal wagen. Hol mir aber dann noch... Ich würde fast sagen, ein paar Bogenkämpfer. Auch wenn die natürlich nicht so billig sind. Das sind 100 Männer. Aber die müssen natürlich erst zusammenkommen. Das dauert auch. Das Problem ist, in der Zeit wird der Herzog wahrscheinlich wieder stärker, oder? 660. Oder wird das nicht so sein? Oh nein, unsere Gräfin ist schon wieder schwanger. Vielleicht kommt doch doch noch der Sohn, den wir dann zum Bischof machen können hier. Günstige Abmachung in Tangamünde, sehr gut. Unsere Bogenschützen kommen leider nur sehr langsam dazu. Und der wird halt wieder stärker. 463 hat er jetzt im Aufgebot. Steigt das? Also irgendwie sehe ich es nicht bei ihm ansteigen aktuell. Bei uns steigen aber unsere Bogenschützentruppen. So. Jetzt ist es mal angestiegen, glaube ich. Ähm. Ich sollte mir meine Ritter nochmal kurz anschauen. Okay, der Schlechteste hat eine 3. Das ist noch in Ordnung. Der Rest ist so durchschnittlich, sage ich mal. Wie gesagt, wir haben eigentlich nicht das Geld aktuell für neue Ritter. Deswegen muss das erstmal so bleiben, wie es ist. Ist unser Aufgebot gerade gewachsen? Achso, das ist wieder ein Teil, der jetzt in unserem Lebensjahr, glaube ich, geht. Würden denn überhaupt unsere Verbündeten dazu kommen? Somogoi hat aktuell 900 Männer. Der wäre halt am nächsten dran. Der hat auch aktuell keinen Krieg. Mit ihm zusammen müssten wir das eigentlich gewinnen können. Dublin wäre halt sehr weit weg. Ich weiß nicht, ob die zu uns herkämen. Mit ihren Truppen. Das würde natürlich eine gewisse Zeit dauern, aber die wären halt sehr stark und mächtig. Äh. Immer diese schweren Entscheidungen, Freunde. Wir könnten sogar einen Religionskrieg führen. Was hat denn der für eine Religion? Der ist sogar gar nicht katholisch, tatsächlich. Herzogtum könnten wir gar nicht machen, deswegen lohnt sich's nicht. Deswegen machen wir einfach unseren Anspruch für 112. Angeblich wäre er weit unterlegen. Und er hat sogar leichtes Fußvolk, okay. Da wären natürlich unsere Bogenschützen genau das Richtige. Ich wage jetzt einfach mal tatsächlich den Krieg gegen ihn. Und ich hebe mal meine Armee aus. Und schauen erstmal, was passiert. Im Rad sieht's doch hoffentlich bei mir gut aus, oder? Hör, 0, 0. Wow, wir sind so kurz. Könnten die jetzt nicht mal positiv werden? Ist das der beste Mann mit 15? Ja, ist es. Okay. Ich sehe noch keine feindliche Armee, die ausgehoben wurde. Ähm. So, wie viel, wie teuer wären denn die Verbündeten? 75? 150? Wieso ist denn das teurer? Dann nehme ich vielleicht doch den aus Dublin, oder? Meine Bogenschützen sind auch da. Ah, jetzt sind halt, oh ja, jetzt kommt der Feind. Ich glaube, ich brauche doch den aus Dublin dazu. Und ich hoffe, dass der halt kommt mit seiner Armee auch. Genau, die Frage ist, ziehen wir uns gleich zurück? Ich würde sagen, wir ziehen uns gleich mal ein bisschen zurück und sammeln uns noch woanders. Weil der Feind hat halt aktuell zu viele Männer. Wartet mal, vielleicht machen wir es anders. Jetzt habe ich es leider schon abgebrochen. So. Gehen wir dann nach Berlin und versuchen Berlin zu belagern, würde ich sagen. Oder will der mich jetzt jagen und die Schlacht führen? Okay. Dublin unterstützt uns in unserem Krieg. So, und, äh, Jori Zio Lino schreibt, Super, let's play. Dieses Rumgewürge am Anfang mit ganz kleinen Reichen ist mit Abstand das Beste an dem Spiel. Wenn es dann mal läuft, verliert es ein bisschen den Anreiz. Ja, das stimmt, Jori. Das ist total schwierig und spannend hier jetzt. Das gefällt mir auch. Und ich hoffe, wir haben jetzt hier keinen Fehler begangen. Ich meine, gegen seine leichten Truppen sind meine Bogenschützen genau das Richtige. Nur sind die halt noch nicht bei voller Stärke. Aber er geht jetzt auf Feindesland erst mal. Oh, der will uns abfangen, glaube ich. Verdammt. Das schafft er auch. Ich kann den Befehl nicht mehr abbrechen. Shit. Aber müsste der nicht hier irgendwie Verluste bekommen, wenn der da drüber marschiert eigentlich? Also das wäre nur fair, wenn er da irgendwie Verluste bekäme. Okay, und ich versuche mal lieber nach Norden zu fliehen, irgendwie in den Wald, wenn es geht. Ich glaube, der will jetzt nämlich eine Schlacht. Ja, verdammt, der will eine Schlacht führen. Oh nein. Der Feind hat mehr Truppen als wir und zwar deutlich mehr. Das sind 200 Truppen mehr. Oh, schlecht. Das ist richtig schlecht und wir können auch scheinbar nicht mehr fliehen, oder? 14. Juni, 5. Juli. Wieso ist der so schnell bei uns? 7 Tage, 28. Kann ich irgendwie hier drüben noch fliehen? 8 Tage, 7 Tage. Oh, wegen einem Tag kann ich nicht fliehen. Verdammt. Ja, ja, nicht immer. Achso, die sind im Wald wohl besser, oder was? Diese Polaben, meinst du? Ich habe zwar eine höhere Güte, aber er hat mehr Truppen, deswegen... Ihr werdet wahrscheinlich verlieren, ja. Vorteil in Hügeln, Bergen und Feuchtgebieten. Ja, verdammt. Ich hätte jetzt schneller weglaufen müssen. Ich war zu nah geblieben. Oh, wo bleibt Dublin, ist die Frage. Oje, die gehen jetzt erst auf hohe See. Das heißt, wir werden wohl erstmal eine Schlacht verlieren. Boni durch Religion bekommen die. Was, wir haben minus 11? Wieso denn minus 11? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Unser Vorteil 15. Deren Vorteil... Kampfbonus von unreformierten Heiden plus 10. Okay, der feindliche Befehlshaber hat nur einen Punkt mehr als unserer. Unsere Bogenschützen sind auf jeden Fall besser als das leichte Fußvolk, aber der Feind hat halt einfach viel mehr Männer. Also die Schlacht werden wir ziemlich sicher verlieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, toll. Unser Ritter wurde auch gleich verstümmelt vom Feind. Sehr gut. Ja, ja. Wir verlieren hier viele Männer. Unser Ritter wurde verwundet. Ja, unser Ritter Bohum hier wurde sogar getötet. Oh, Mann. Ja, unser anderer Ritter wurde auch verwundet. Können wir uns irgendwie mal ganz weit weg zurückziehen, bitte? Irgendwie dort rüber? Ja, ja. Ich ziehe mich, ich ziehe mich zurück. Ja, die Schlacht haben wir verloren. Ist ja gut. Lass uns zurückziehen, bitte. Okay, ich ziehe mich nach das Süden zurück. Okay. Ah, wir ziehen uns in den Süden zurück. Ich hoffe, Dublin wird kommen. Ich meine, die haben 1200 Männer. Damit müssten wir den Krieg eigentlich gewinnen, wenn die alle kommen. Sind die hier schon irgendwo? Hä, wieso müsste ich die nicht... Oh, hier sind die erst. Sag bloß, die haben noch einen anderen Krieg. Ne, die haben nur unseren Krieg. Was machen die denn bitte für einen Umweg über Schottland? Ist das der schnellste Weg? Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein paar... Einen Ritter haben wir verloren, oder? Ja, jetzt ist wieder leider dieser schlechte Bürgermeister Ritter geworden. Oh nein. Wie ungünstig von uns. Na gut, egal. Wir haben 90 Zuschauer. Finde ich richtig cool. 54 Likes. Falls es euch gefällt, lasst gerne einen Like da. Würde mich freuen. Wir führen gerade einen sehr spannenden und knappen Krieg und müssen jetzt auf unsere Verbündeten hoffen. Oh nein, ich habe tatsächlich einen Sohn bekommen. Okay, schlagt Vorschläge vor. Schreibt in den Chat, wie soll mein zweiter Sohn heißen, dem wir dann Havelsberg geben würden wahrscheinlich. Wie geht es eigentlich meinem Friedrich Wilhelm? Der ist immer noch herrisch. Boah, der hat ein paar gute Werte bis jetzt bekommen. Aber wie soll mein zweiter Sohn genannt werden? Schreibt es in den Chat. Wie gesagt, den wollen wir nicht unbedingt als Erben haben, also da müssen wir mal überlegen, was wir dann gegen ihn machen. Freut mich doch, Anima Spiritus. Freut mich sehr. Hans-Günther Jauch. Sehr gut, RGB Leon. Balthasar. Balthasar ist auch ein guter Name. Balthasar finde ich tatsächlich. Ich warte noch ein bisschen, dass ihr eure Vorschläge machen könnt. August der Starke, bist ja sächsisch. Ja, aber wie gesagt, dieser zweite Sohn soll eventuell, vielleicht wird der auch weggeschafft, ne? Oder hier irgendwie, wenn wir es irgendwie schaffen, der Kirche übergehen. Bis jetzt finde ich noch Balthasar am besten, aber ich habe noch kurz Zeit, mich anders zu überzeugen. Balthasar. Ne, wir nehmen Alucards Vorschlag. Balthasar. Peter Zwegard, ja. So, könnte ich dem jetzt Havelsberg geben? Warte mal, wir können uns ja mal kurz die Nachfolge anschauen. Tatsächlich, unser... Ha, ist ja lustig. Wir müssen eigentlich uns gar keine Gedanken machen. Unser Sohn, den müssen wir gar nicht... Den müssen wir gar nicht offiziell Havelsberg geben. Der würde sowieso Havelsberg erben. Verdammt, dann kann ich ihm jetzt das auch gar nicht mehr geben, oder? Doch. Hä? Ich kann ihm das jetzt trotzdem geben? Das macht nicht sehr viel Sinn. Aber wenn ich ihm das gebe... Hm. Ne. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal. Wobei, sobald ich Gebiete noch erobere, wird der die halt auch bekommen. Dann kann ich es ja vielleicht immer noch machen. So, unsere Armeen, die fliehen hier aktuell noch. Die Frage ist, erholen die sich hier auch auf fremdem Gebiet? Ui, krankes Kindbett. Balthasar. Er weint wohl sehr viel. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Oh nein, er wird kränklich. Naja, vielleicht wird Balthasar doch nicht so lange leben. So, wird jetzt unsere Armee größer? 288. Wir können das mal gleich anschauen. Und wir haben Verdacht auf Hexerei. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfetern, seltsam riechendes Gebräu. Ja, das ist ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Das ist eine Hexe, die muss verbrannt werden. Ähm. Oh, die haben einen zweiten Krieg tatsächlich. Gegen Meißen. Einen Religionskrieg. Da müssen wir aufpassen, dass wir diese Armee nicht in die Quere kommen. Okay. Also wir bekommen aktuell keine zusätzlichen Truppen dazu. Ich muss, glaube ich, da auf mein eigenes Territorium gehen. Die Frage ist, macht es Sinn, dass wir hier was belagern? Torgau zum Beispiel. Oder würden die uns dann angreifen hier? Das werden wir mal beobachten. Vielleicht können wir gar nicht Torgau... Ah, unser Verbündeter ist da. Sehr schön. Fast 2000 Männer. Das ist hervorragend. Ah, wir haben gar nicht genügend Männer für eine Belagerung. Naja, dann... Gehen wir mal nach Norden, weil ich glaube, der will jetzt eine Schlacht in Brandenburg führen. Achso. Gehen wir mal nach Norden. Ne, was macht denn jetzt unser Verbündeter, bitte? Also ich gehe mal in die Nähe meines Verbündeten, das ist klar. Ja, ich folge dir gerne auch in die Schlacht hier, mein Freund. Ich folge dir gerne in die Schlacht. Der zieht sich zurück. Ich warte aber noch, bis er kommt. Greift er jetzt an oder nicht? Wir kämen gar nicht mehr rechtzeitig, verdammt. Dann führen wir jetzt die Belagerung, würde ich sagen. Ich finde es schön, der Verbündete bleibt in meiner Nähe, das finde ich gut. Der traut sich hier irgendwie gerade nicht wegzugehen. Ist aber auch in Ordnung. Die Getreideäcker wurden in Brandenburg gebaut, sehr schön. Der Sobislaw wurde leider nicht beeinflusst. Schade, er ist minus eins exakt. Oh Mann. Mitsko, hätten wir da mittlerweile jemand Besseres? Tauschen. Ja, der ist auch neun. Ne, wir haben keine anderen guten Leute aktuell leider. Versuchen wir mal hier die Beziehungen zu verbessern, würde ich sagen. 41% Ui Ne Hier vielleicht 56% Machen wir das mal. Wie läuft eigentlich unser Druckmittel? Das dauert noch ein bisschen. Also das sind wir jetzt halb durch. Banditentum Habelsberg Und ja, wir führen jetzt hier einfach in Ruhe die Belagerung. Und das Problem ist hier, diese anderen Feinde von denen haben 2000 Männer. Also da müssen wir echt aufpassen, dass die uns nicht in die Quere kommen. Aber wir haben jetzt gleich die erste Belagerung gewonnen haben. Oh mein Gott, Freunde. Und wir haben Earl Mudshard gefangen genommen. Das ist der Kriegsgegner. Das ist der Kriegsgegner. Wir haben den Krieg damit gewonnen. Ha! Hervorragend! Es war die richtige Entscheidung, dass wir hier die Hauptstadt belagert haben. Wir haben mehrere wertvolle Geiseln genommen. Sehr gut. Das heißt, wir können Frieden schließen. Forderungen erzwingen. Wir bekommen die Grafschaft Ukria. Das ist ja hervorragend. So sei es. Und was ist das hier? Hä? Das ist ein Krieg zwischen Herzogtum Piemont und Grafschaft von Montferrat. Und mein Herzog ist da irgendwie involviert. Okay. Wir haben jetzt eine gefährliche Fraktion. Das sind diese Bauern in Havelsberg. Ich weiß halt nicht, wie stark die sind, ehrlicherweise. Acht Entwicklung ist natürlich nicht wenig. Du könntest deinem Ratsmitglied Balthasar als Mündel geben. Dann steigt seine Meinung von dir. Das ist tatsächlich richtig. Aber will ich Balthasar irgendjemandem von meinem Rat geben? Das ist die andere Frage. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich groß dagegen machen kann. Will niedrigere Gemeindekontrolle? Wir haben nur eine 40er Gemeindekontrolle. Also bitte. Das sind auch nicht so die Freunde des Katholizismus. Ähm, sollte ich jetzt mal schauen, ob ich eine Geme... Ja, weiß ich nicht. Was passiert? Gemeindemeinung erhöht sich. Gemeindeentwicklung erhöht sich. Aufgebot vergrößert sich. Widerstand gegen die Bekehrung könnte aber auch passieren. Ich will das erstmal in Brandenburg machen, tatsächlich. Wir machen das mal in Brandenburg. Berlin gehört jetzt uns. Das ist sehr gut. Das bringt uns ordentlich neues Geld und auch Truppen. Ähm, es gibt laufende Wahlen immer noch hier im Heiligen Römischen Reich. Nach wie vor hat am meisten Stimmen Graf Hermann. Tatsächlich der Sohn des aktuellen Kaisers, ja. Kein... Ne, für niemand anderes läuft das hier. Hallo, Deadlight. Sei gegrüßt. Ich winke zurück. Mentor für Friedrich Wilhelm. Da bin ich schon selbst der Mentor. Das habe ich gleich zu Beginn gemacht, dass der einen guten Mentor bekommt. Und zwar mich selbst. Wobei ich natürlich nicht der Beste bin jetzt hier mit 3, 8, 9, 7, 9. Aber, ja. Ich will das immer selbst ein bisschen im Griff haben. Ähm, wie gut sind denn die hier so? 0, 8, 9. Naja, das ist alles nicht so toll. Der hier ist gar nicht so schlecht. Der hier ist sogar relativ gut insgesamt bei allem. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich nur jemanden, der gut in Diplomatie ist. Dann könnte ich das ein bisschen tauschen. Ich sehe gerade. Der hier wäre sogar noch einen Punkt besser im Militär. Aber ich brauche einen guten Ränkeschmied. Ich könnte ihm hier, dem Ratskanzler, doch den, äh, äh, einen Mündel anbieten. Ähm, Mündel anbieten. Und zwar... Vielleicht doch mal den Balthasar. Wobei, nee. Nee, ich glaube, ich nehme lieber meine... Ich habe mir... Was? Ich habe eine Enkelin? Ich habe jetzt schon eine Enkelin? Oh, wow, okay. Das war dann wohl meine Tochter, die da schnell... Schnell war. Dann... Joa. Die Enkelin. Würden sich doch die Beziehungen bestimmt verbessern, oder? Ja, er würde das scheinbar sehr gerne machen. Das verbessert auch die Meinungen. Machen wir das mal. So... Deadlight, bei deinem Namen muss ich fragen. Du bist nicht zufällig derselbe, der auch mal bei einer Impanema war. Ich weiß leider nicht, was eine Impanema ist. Aber schreib's gerne mal. Schreib gerne mal, was eine Impanema ist. Wir sind fast bei 100 Zuschauern. Sehr cool. Wir werden jetzt erstmal alle wieder auflösen, alle Truppen. Machen ganz gutes Geld jetzt schon. 4,6. Und wir wollen dann mit dem Druckmittel bald noch mehr Geld verdienen. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit unserer Fraktion. Und... Ein Krieg gegen Lübeck. Wie würde denn der ausschauen? Ah, wieso? Die haben 1297 Männer. Why? Wieso? Wieso sind die so stark? Das liegt an ihren Verbündeten, die hier im Süden sind. Die sind mit Nördlingen verbündet. Nördlingen hat fast 900 Männer und die haben leider aktuell keinen Krieg. Das heißt, die 900 Männer würden bald dann vor unserer Tür stehen, wenn wir mit Lübeck einen Krieg führen. Deswegen sollten wir auf jeden Fall schon mal wenigstens warten, bis wir hier genügend Bogenschützen haben. Das ist schon mal das Erste. Vorher wird's keinen Krieg geben. So, edler Geist, genau. Ich denke jetzt mal hier, die Beziehungen werden sich dadurch verbessern. Mit Mitzku tun wir ja schon durch Beeinflussung die Beziehungen verbessern. Und jetzt sind wir kurz davor, hoffentlich, ein Druckmittel von Pommern zu bekommen. Vom König von Pommern, um Geld zu erhalten von ihm. Ich hab 1066 gestartet. Retard Games. Gamers. Wir sind bekannt für eure Hingabe am Glauben. Sehr schön. Und wir bekommen eine Ratseinladung. Joa, von unserem Herzog. Die nehme ich gerne an. Schauen wir mal kurz, wo wir da hingekommen sind. Tatsächlich als Renkelschmied. Das erhöht nochmal unseren Schrecken, unsere Komplottstärke. Sehr schön. Das ist auch positiv. Welches Jahr ist besser für Einsteiger, wird gefragt. Also, ich kann empfehlen für Einsteiger natürlich grundsätzlich das Tutorial in Irland 1066 zu spielen. Aber man kann auch im Jahr 1066 sehr gut mit Leon spielen. Da empfehle ich euch mein Tutorial mit dem Ränkespiele. Zum Ränkespiele und zum Ränkeschmieden. Ähm, da zeige ich euch das ein bisschen, wie ihr da gut starten könnt. Ansonsten, ähm, fand ich es ganz interessant mit meinem Let's Play in Wessex zu starten im Jahr 800. Äh, was war es jetzt? 67, glaube ich. Einfach mal anschauen. So, wir machen jetzt hier mal weiter. Freut mich, dass 63 hier einen Like dagelassen haben. Brandenburg wird jetzt aktuell bekehrt. Ähm, ja, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Geld. Wir haben zwei Bündnispartner. Das ist nicht so viel, wie ich gerne hätte, muss ich sagen. Wir könnten mal wieder in die Runde schauen, ob wir hier eine Bündnismacht bekämen, die stark wäre. Was? 200? Wieso bekomme ich für meinen Sohn und Erben keinen starken Verbündeten hier ran? Wahrscheinlich, weil ich selbst kein Herzog bin. Das heißt, bei Elise wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Aber wir schauen jetzt erst mal. So, Druckmittel. Jetzt wird es spannend, liebe Freunde. Der König von Pommern. Wäre es nicht wunderbar, wenn der König Gwinomir in meiner Schuld stünde und das nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit, wenn ich ihn etwa vor bösartigen Banditen retten würde, während er auf Reisen ist, beispielsweise vor Banditen wie den Männern, die gerade draußen vor meinem Burgtor warten. Ich könnte mit meinen Wachen im letzten Moment eingreifen, die Schufte verjagen und dafür sorgen, dass Gwinomir mir sein Leben schuldet. Oder es würde uns 50 Gold kosten und wir bekommen ein schwaches Druckmittel gegen Gwinomir. Schade, das bringt uns dann natürlich nicht so viel, weil wir wollen ja Geld von ihm haben. Deswegen, am Ende wird es wahrscheinlich 50-50 wieder rausgehen. Oder aber er hält, baut Einfluss auf. Dieses Komplott startet bei Null. Nee. Vielleicht bekomme ich ja von ihm mehr als 50. Ah, dammit! Wir haben aber auch ein Pech, Freunde. Er hat nur noch 50 Dukaten. 51, um genau zu sein. Das heißt, ja, wenn wir uns jetzt für 50 sozusagen das erkaufen, dann bringt uns das am Ende leider gar nichts. Ah, das ist jetzt ungünstig. Aber wenn ich jetzt natürlich von vorne anfange... Nee, ich will jetzt ehrlicherweise... Komplott Erfolgschance plus 20%. Dieses Komplott startet bei Null. Fortschritt von Neuem. Nee. Ich meine, wir sind bei 90%. Ich will jetzt nicht nochmal, dass das von vorne beginnt. Wir machen das jetzt mal so, auch wenn es uns leider Geld kostet, was wir ja nicht wollten. So, wir haben das jetzt scheinbar erhalten. Und jetzt müsste ich doch theoretisch... Ah, der befehligt aktuell eine Armee. Deswegen kann ich kein Geld von ihm fordern. Aber vielleicht hat er ja später mehr Geld. Und wir können... Und wir können dann, ähm... mehr Geld von ihm fordern. mit diesem Druckmittel. Aber wir machen das gleich weiter. Grüße dich übrigens, verehrte Krabbe. Ähm, wir machen das jetzt mal gleich weiter und schauen, bei wem wir noch Geld holen können. Äh, 53. Ich hätte gerne jemanden mit ein bisschen mehr. Wie sieht es hier so an der Grenze aus? 90. Ja. 90 hört sich grundsätzlich mal ganz gut... Oh, 223 hört sich halt einfach besser an, ne? Der Krav von Lüneburg. Sorry. Ich würde gerne hier ein Druckmittel fingieren. 90% Erfolgschance. Ja, machen wir. Der Krav von Lüneburg. Alles klar. So. Äh, in Lübeck sieht es immer noch so aus mit dem Krieg, dass das eher schwierig ist, oder? Ja. Die werden zwar unterlegen, aber auch nur, wenn unsere Verbündeten dazukämen. Das würde uns auch wieder Prestige kosten. Deswegen bleibe ich erstmal da, wo ich aktuell bin. Am besten sind fingierte schwere Druckmittel, die kann man öfter verwenden. Ähm, aber wie kann ich denn dann feststellen, dass ich ein schweres Druckmittel erhalte, Krabbe? Ähm, weil ich kann ja nur immer jeweils Rechtsklick machen und dann sagen, ich möchte ein Druckmittel fingieren, aber woher weiß ich, dass es am Ende ein leichtes oder ein schweres Druckmittel wird? Oh, wir haben sogar... Ach nee, das ist ja... Nee, der Rest... Die restlichen Druckmittel sind nur gegen unsere Kinder. Ja. Wir haben ein Druckmittel gegen alle unsere Kinder. So. Ui, was haben wir denn jetzt hier? Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Ah, das sind die Bauern. Ich finde das immer super. Gezeichnet. Anführer Josef vom Bauernaufstand. Hm. Herrlich. Herrlich. Ja, ich würde mal sagen, müssen wir wohl mal unsere Armee zusammennehmen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bauern da jetzt kommen, aber wir werden einen Krieg gegen die Bauern auf jeden Fall führen. Wir sammeln die Truppen. Oh, 348. So schwach sind sie gar nicht. Aber wir müssten stark genug sein, dass wir auf jeden Fall dagegen halten können. 557. Ja, wachsen die noch ein bisschen. 582. Sehr schön. Ach, es gibt gibt einen Weg zu 100% ein schweres zu erhalten. Okay. Heidelbergen sind's. Grüß dich. So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wieso haben wir jetzt schon wieder eine gefährliche Fraktion? Ne, das ist ja die, wo wir gerade haben, genau. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass sie die Belagerung nicht gewinnt. Ich würde aber gerne noch ein bisschen warten, bis meine Armee wieder stärker ist. Friedrich Wilhelm von Aare hat seine Kriegsführung um eins erhöht, ausgezeichnet. Der hat auch von meiner Ehefrau unter, äh, von der Unterweisung profitiert. Ah, okay. Viel länger will ich jetzt nicht warten. Was? Die haben einen besseren Armeebefehlshaber, ernsthaft? Den kann ich leider nicht wählen. Tja, oder wie viel Zeit bleibt mir denn noch? 57 Tage. Ja, das ist zu knapp. Ich muss jetzt wirklich in die Schlacht gehen. In elf Tagen. Aber wir haben doch doppelt so viele Männer. Wir haben fünf Ritter, das müssen wir doch gewinnen gegen Bauern, oder? Auch wenn die einen besseren... Die Chancen sind ausgeglichen. Das gefällt mir gar nicht, sowas zu lesen. Unsere Ritter sind halt nicht so gut. Ähm, vielleicht wird es doch mal Zeit, irgendwann die Ritter hier einzuladen. Für ein paar stärkere. Weil dieser Bürgermeister mit zwei und auch Mitzko mit vier... Ja, da würde ich mir halt mehr erwarten, muss ich sagen. Äh, ich hab doch bei Renke das erste, oder? Ja, wartet. Wahrheit ist relativ. Hab ich mir ja geholt bei Renke, damit ich ja Druckmittel extra, äh, machen kann. Dann mit dem Spion nach Geheimnissen irgendwo suchen. Ach so! Nach Geheimnissen suchen, dann kann man, wenn man nix findet, für Geld einen... ein falsches Druckmittel erhalten, was immer groß ist. Ach, das wusste ich nicht. Ah, das ist ja gut zu wissen. Okay. Naja, jetzt mach ich mal noch dieses eine Druckmittel und danach werde ich dann nach Geheimnissen suchen. Alles klar. Dann machen wir das so. Okay, jetzt wird's eine spannende Schlacht geben. Schauen wir mal. Oh Gott! Minus 19! Ach, du Schande. Das ist auch ein Befehlshaber mit Stufe 27. Oh, oh. Aber wir haben halt doppelt so viele Männer, ne? Aber das heißt nichts. Das könnten wir trotzdem verlieren. Das könnten wir trotzdem verlieren. Unser Ritter wurde von einem feindlichen Soldaten verstümmelt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber wir gewinnen die Schlacht trotzdem. Unser Befehlshaber ist in der Schlacht gestorben. Oh, Herrschaftszeiten. Ich werd verrückt. Wir haben keinen Anführer mehr, aber wir haben halt fünfmal so viele Männer noch. Auch ohne Anführer gewinnen wir die Schlacht. So. Bauernaufstand ist vorbei. Ähm. Okay, Bauernaufstand ist vorbei. Gut. Jetzt ist natürlich tatsächlich unser Ratsspitzel gestorben. Äh. Ja, jetzt wird's langsam ein bisschen schwierig. Ah, wir hätten hier sogar einen Ritter mit Stufe 11 beim Ratsspitzeln. Den haben wir dann hier. Den haben wir schon. Oh, wir könnten aber Frederuna an den Hof rekrutieren. Die hätte 14 bei der Verwaltung. Also, den Neuner haben wir schon. Das ist der Beste. Den 14er haben wir auch schon. Das ist der Beste. Frederuna könnte ich an den Hof rekrutieren. Dann wär die besser hier. Und den können wir zuweisen. Dann machen wir das tatsächlich. Dann ist mir Mitsko jetzt ehrlicherweise egal. Und Hä? Wieso kann ich jetzt nicht mehr Frederuna wählen, bitte? Hä? Wieso kann ich die jetzt hier als Gast holen? Aber nicht hier. Macht das Sinn? Das wären dann 5 Euro. Hä? Ulrich Oldmanns meint, jetzt kannst du dir den Anführer der Bauern als Anführer holen? Sicher, dass das möglich ist? Mit dem Anführer der Bauern? Ich mach das jetzt tatsächlich mal hier an den Hof rekrutieren für 10. So. Aber ich kann die trotzdem hier nicht nehmen. Kann eine Frau... Wieso... Wieso kann die jetzt bitte nur Rats spitzeln werden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Ah, okay. Anima Spiritus meint, so wie ich das bisher mitbekommen habe, kannst du Frauen nur in Spitzelpositionen setzen. Ah, ja. Das kann tatsächlich sein. Stimmt. Tatsächlich. Bei allen Positionen, wo ich das bisher hatte, waren die Frauen bei Ratsspitzeln. Wobei, nee. Ich hatte auch mal eine Frau als Ratsmarschall tatsächlich. Ich bin mir ziemlich sicher. Der liegt im Kerker im Gefängnis. Wartet mal. Genau. Wo sind wir richtig? Hier ist es... Nee. Bin ich jetzt gerade ein bisschen falsch unterwegs? Hier, Gefangene. Da ist er. Der Jolie. Der hat echt einen Wert von 21 bei der Kriegsführung, aber der hasst mich halt. Also... Der Typ hasst mich. Katholuzist, der ist kein Katholik, religiöser Eiferer und ist halt auch noch wütend auf mich. Also, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass wir den Kollegen holen. Ich könnte die Freilassung verhandeln, ich könnte aber auch Lösegeld fordern. Und vielen Dank, Genova, dass du abonniert hast und Teil der Legion wurdest. Anima meint, bei Verwaltung können nur Männer eingesetzt werden. Okay. Ja gut, dann habe ich sie halt umsonst an den Hof geholt. Ist auch nicht so schlimm. Boah, das wäre halt schon stark, aber der würde mich halt hassen. Warte mal, wie ist denn das hier? Der Kollege will nicht unbedingt in den Rat, nur der Bürgermeister. Wäre schon stark, jemanden als Ratsmarschall zu haben, der so viel hat. Wenn du ihn freilässt, steigt die Meinung schon. Jaja, davon gehe ich aus, dass die steigt. Okay, dann tun wir mal seine Freilassung verhandeln. Ah ja. Wir könnten seine Bekehrung auch noch verlangen, das will er aber nicht. Er will nicht katholisch werden, das finde ich jetzt aber ein bisschen schade. Ah, schwaches Druckmittel, nee. Ich will ja, dass seine Beziehungen steigen. Rekrutieren. Okay, wenn ich ihn rekrutiere, würde er sogar noch Meinung von mir verlieren. Dann hattest du aber in deiner Reform, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, ansonsten können Frauen nicht in die Ratsposition meines Wissens nach. Ich hatte immer, dass die Männer bevorzugt waren, Deadlight. Du kannst gern mein LP mit Wessex anschauen. Oh, und Heidelbergensis, schön, dass du auch abonniert hast. Jetzt sind wir fast bei 100 Zuschauern, Freunde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ging. So. Ja, ich würde ihn jetzt schon an den Hof rekrutieren, tatsächlich. Kann ich ihn... Ich könnte ihn auch bekehren, dann ist er nicht mehr katholisch. Es wäre vielleicht sogar sinnvoll, wenn ich ihn jetzt auch noch bekehre, auch wenn das jetzt mal kurzfristig die Meinung schwächt. Ach ja, aber nee, das will er ja gar nicht, habe ich ganz vergessen. Das schwache Druckmittel ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Wir machen das jetzt mal so, dass wir ihn hier zu uns rekrutieren. An den Hof. Ich frage mich, wie viel Gold wir hätten bekommen können. Frederuna ist jetzt Mitglied unseres Hofes. So, er folgt meinen Bedingungen. Immer noch minus 100. Was passiert denn überhaupt, wenn ich jetzt hier einen Ratsmarschall habe, der mich hasst? Hätte das hier... Ich habe ja sowieso jemanden, der gerade nicht positiv ist auf mich. Hat erstmal in erster Linie keine großen Auswirkungen, wenn ich das richtig sehe. So, ich setze den jetzt mal ein. Und würde den auch gerne beeinflussen. Wobei, Mitzko ist jetzt gerade bei der Hälfte. Sieben bei Diplomatie, Sobislaw. Vielleicht tun wir den dorthin. Wir machen das mal folgendermaßen. Der kommt mal dorthin. Und hier holen wir uns jetzt den Kollegen Sobislaw. So, damit sind wir zwar in der Diplomatie zwei schlechter geworden, aber wir haben einen deutlich besseren Ratsverwalter und jetzt auch einen besseren Ratsmarschall. Deswegen finde ich das jetzt hier aktuell gar nicht so schlecht. Und Edge of the Blade Mind spielt eine Gräfin von Hamburg und hat eine weibliche Ratskanzlerin und Ratsverwalterin. Katholisch-Sächsisch. Diese sind aber auch was zahlen. Also in meinem Fall Bürgermeisterinnen. Deswegen wahrscheinlich. Ja, stimmt. Das könnte sein. Wenn die Bürgermeister sind oder Gräfinnen, dann ist es möglich. So rum. So rum. Das kann gut sein. Ja. Okay, okay, okay. So. Darum haben wir uns gekümmert. Wir können mal unsere Armee wieder auflösen, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Und ja, dann hole ich mir nochmal schnell was zu trinken, liebe Freunde. Dann geht es auch schon hier spannend weiter. im Jahre des Herren 1079. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder, liebe Zuschauer, pünktlich zu 99 Zuschauern. so kurz vor den 100 sind wir. Kann man Island spielen, wird gefragt. Ja, klar kann man Island spielen. Ähm. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das besonderlich schwer ist. Also ich glaube, man kann das schon mal machen mit Island. So. Okay, wir gehen mal jetzt wieder zurück. Brandenburg wird immer noch konvertiert. Wir machen immer noch unser Druckmittel und beeinflussen immer noch... Ah, wartet mal. Wen beeinflussen wir jetzt nochmal? Mitzko. Der ist ja mittlerweile unser Diplomat geworden, korrekt? Nee. Stopp. Ist der überhaupt noch in unserem Rat? Dann muss ich ihn nämlich gar nicht mehr beeinflussen, ehrlicherweise. Nee, eben, der ist ja nicht mehr in unserem Rat. Deswegen. Oh, ich erhalte sogar noch 75 Prestige. Sehr gut. Aber dann beende ich jetzt mal die Beeinflussung und will lieber versuchen, ihn zu beeinflussen. Kriege ich das irgendwie hin? 81% Chance. Das ist sogar ziemlich gut. Wir beginnen die Beeinflussung von Josef Yatsarbigiek. 100 Zuschauer. Sehr schön. Guten Abend, Patrick. Seid alle gegrüßt. Freue mich, dass so viele hier sind. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Falls ihr neu seid und noch mehr zu Crusader Kings 3 sehen wollt auf meinem YouTube-Kanal, dann abonniert auch gerne den Kanal. Ich habe ein Let's Play mit Wessex am Laufen. Ich möchte England groß und stark werden lassen und ja, aber ich habe auch einige Tutorial-Videos gemacht. Ich werde diesen Safestand auf jeden Fall fortsetzen. Der ist richtig spannend. Ich denke, morgen können wir da vielleicht auch nochmal einen Livestream machen und ja, wenn ihr dann keinen Livestream mehr hier zu diesem Spielstand auch verpassen wollt, ich werde euch auf jeden Fall informieren, wenn ihr abonniert habt über meinen YouTube-Kanal. Ja, vielen Dank fürs Abo, Felix Unbekannt. Du bist jetzt Teil der Legion. Dein Spitzel hasst dich. Ja, mein Spitzel hasst mich leider auch. Das ist korrekt. Aber mein Ratsmarschall hasst mich noch mehr. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Alle mögen mich nicht. Ähm, wir kriegen das aber hin. Wir kriegen das jetzt langfristig hin. Da arbeiten wir mal drauf zu. Ich würde gerne noch ein bisschen Geld verdienen, um noch ein paar Gebäude zu bauen. So, machen wir das mal weg. Keine Vormünder für Beatrix und Elise. Ah ja, genau, wir könnten jetzt natürlich auch hier, der war doch, naja, 3, 1, 1, 1, 11, 12. Wir könnten trotzdem denen auch noch einen Vormund anbieten, eine Vormundschaft. Eins meiner Kinder könnte ich ihm unterrichten lassen, sicherlich balthasar mein sohn aber die elise natürlich sollte sie nicht zu seinem glauben wechseln das ist mir wichtig aber wir tun mal den vorschlag abschicken vielleicht mag er das ja also ich habe jetzt nicht bis jetzt darüber nachgedacht wie hat gamers dass ich jetzt ein meiner singleplayer spielstände im multiplayer hot seaten werte ich dachte er jetzt auf jeden fall ein also genau das kann ich euch sagen ich habe einen großen plan ich möchte ein großes crusader kings 3 multiplayer rollenspiel event organisieren für diejenigen die es nicht wissen ich habe mal das sogenannte eumre gestartet das ist in europa universales 4 da gibt es auch eine eigene playlist dazu das europa universales 4 multiplayer rollenspiel event das hat große beliebtheit tatsächlich gefunden und zwar gab es da ich weiß nicht um die 20 mitspieler und alle haben knallhart rollenspiel verkörpert das war richtig unterhaltsam für alle zuschauer weil sie eben immer aus der sicht ihres herrschers auch geredet haben also nicht nur gespielt sondern auch geredet haben ich war da ein ein wandernder edelmann der sozusagen dann alle in der spectator perspektive begleitet hat und das könnte ich mir auch für crusader kings 3 vorstellen mit einigen mitspielern hier im multiplayer die richtig gutes rollenspiel können also wenn euch das interessiert kommt auch gerne auf meinem discord link in der video beschreibung dort werde ich das dann organisieren diese runde für den rollenspiel multiplayer zu crusader kings 3 ok wo waren wir stehen geblieben kind unterrichten das erhöht auf jeden fall ein bisschen die meinung um 15 und ein weiterer vorzug ist möglich ja jetzt müssen wir überlegen was nehmen wir denn rasch behauen kann die entscheidung untertanen erpressung nutzen ne kriegsgewinner monatliche einnahmen im krieg sind nie schlecht was hallensteuer ich habe aktuell keine sinnvollen was ich habe glaube ich doch ich habe nur meinen bürgermeister also das lohnt sich nicht aber ich glaube die monatlichen einnahmen im krieg die würden sich schon lohnen wobei natürlich auch die zentralisierung gar nicht so schlecht ist wenn wir neues erobern aber ich denke wenigstens hier wenigstens noch die kriegsgewinner holen wir uns hier glaube ich noch und danach gehen wir auf richtung architekt so ach so hier dead deadly mine naja wenn man sich geschickt anstellt könnte man schon mit diplomatie was erreichen militant stelle ich mir schwer vor weil ich sehr klein bin ja aber eben da deswegen muss ich ja alles rausholen was geht aus meiner grafschaft dass ich möglichst kriege hier auch gewinnen kann ich habe tatsächlich mal bei einem multiplayer event in stellares von writing bull mitgemacht anima spiritus ich habe das sogar für ihn mal wenn ich mich nicht völlig täusche sogar mal aufgenommen in einem der älteren teile das war noch mit satuna und kari deswegen fand ich das ganz lustig damals ist aber glaube ich schon wieder fast zwei jahre her so also guten abend an alle neun die dazugekommen sind wir machen mal weiter lübeck ist nach wie vor wahrscheinlich etwas schwierig haben die mittlerweile zwei verbündete ne die haben nur einen der von nördlingen ich meine mit unserem verbündeten aus dublin der kam ja auch und der hat ja ordentlich truppen muss man sagen der hat 1400 männer plus mit unseren männern müssten wir das ja schon gewinnen können ah danach hattest du dann auch mit dran teilgenommen anima ja ja ich war auch bei der bulliversalys runde mit europa universales war ich auch schon dabei und ich glaube ne da hatte ich da habe ich mit portugal mal gespielt das durfte ich das sogar auch aus meiner sicht aufnehmen die aufnahmen gibt es auch noch auf meinem youtube kanal anima wo ich dann auch in dieser rollenspielrunde dabei war machen wir ein bisschen schneller würde ich sagen unsere bekanntheit steigt leider nur sehr sehr langsam frömmigkeit steigt sehr schnell prestige leider auch nur sehr langsam ähm so friedrich wilhelm von are der braucht dann doch mal bald irgendwann auch eine frau was haben wir denn jetzt hier nicht vertreten ein polarbischer mann aus brandenburg kommt zu mir um mehr vertretung in meiner regierung zu erbitten so er gewinnt 50 meinung ihr haltet ein starkes druckmittel gegen südsemonalet was von nun an werdet ihr brandenburg regieren wie bitte hä aber hier steht doch wie also ich verstehe das jetzt nicht ganz wohl an von nun an werdet ihr brandenburg regieren aber hier steht als folge einfach nur verbesserte meinung und ein starkes druckmittel aber hier steht jetzt nicht dass ich ihm irgendwie brandenburg gebe also das verstehe ich nicht ganz oder ich könnte die zügel lockern im tausch gegen eure dienste schließlich eurem hof angewinnt 30 meinung von euch das wäre mal der diplomat den wir brauchen deswegen würde ich sagen ja du könntest tatsächlich einen posten in unserer verwaltung übernehmen der ist sogar katholisch also ich würde fast sagen wir machen das ähm der schließt sich da mit unserem hof an und jetzt schauen wir mal ganz kurz der sobis love ist irrelevant für uns und deswegen ja kann ich jetzt diesen äh zymon holen es ist sogar ein ritter geworden der wird jetzt hier der neue diplomat und damit haben wir auch jetzt einen guten diplomaten eine gute verwaltung ausgezeichnete kriegsführung und durchschnittliches ränkespiel ich glaube wir können hier mit unserem rat aktuell sehr zufrieden sein will ich mal gesagt haben ähm haben wir brandenburg jetzt schon eigentlich fertig äh missioniert das ist mir gar nicht aufgefallen glaube katholizismus tatsächlich ist das jetzt in der ganzen grafschaft katholisch geworden wartet wir schauen uns mal die religionskarte an tatsächlich die ganze grafschaft brandenburg hier wurde katholisch durch unseren bischof ah das ist hervorragend ähm ja das da oben ist jetzt nicht so wichtig wobei ich jetzt mal eine frage habe kann mir irgendeiner von den zuschauern sagen wieso jetzt das bistum havelberg nicht dem bischof zugeordnet wird und wieso kann ich das auch nicht meinem bischof geben also wieso muss das ein weltlicher herrscher bekommen das verstehe ich nicht ganz willst du ihn als ritter freistellen äh wie sieht es denn bei unseren rittern aktuell aus 16 oder meinst du dass der josef kein ritter sein soll oder du meinst dass unser diplomat kein ritter sein soll das meinst du wahrscheinlich wartet wie heißt jetzt unser diplomat Sitzjomon boah das ist aber ein guter ritter mit 8 das wäre theoretisch ein guter ritter ich könnte es ihm natürlich verbieten dass er nicht stirbt weil er so gut ist in der diplomatie ha wir würden einen guten ritter verlieren vielleicht sollten wir dann einfach mal ein paar ritter einladen an den Hof das behalte ich mir mal noch vor als mögliche option ich will erstmal noch ein bisschen ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mit dem geld noch gebäude bauen zum beispiel hier den acker erhöhen es wurde eine weitere fraktion geschaffen schon wieder bauernpöbel gegen uns benachbarte herrscher verlor krieg ok ah berlin ist natürlich eh noch nicht katholisch ähm lausitz der hat nur 241 männer wir haben leider aktuell keinen kriegsgrund gegen ihm richtig doch wir hätten einen kriegsgrund gegen ihn ah ne wir haben noch den waffenstillstand wir könnten dann den religionskrieg erklären und durch den religionskrieg könnten wir das herzogtum sogar bekommen das wäre eine chance die frage ist wie lange haben wir noch waffenstillstand das können wir bei uns selbst nachschauen äh waffenstillstand geht noch oh noch 4 jahre das ist ärgerlich freunde richtig richtig ärgerlich hätten wir jetzt keinen waffenstillstand könnten wir uns das komplette herzogtum hier erobern von der lausitz jetzt ist er nämlich gerade schwach wenn der sich erholt ist er wieder ziemlich stark schade eigentlich weil du nur graf bist und der bischof sonst unabhängig wird gesehen im lp von gremienkrabbe aber wartet ich hatte das auch anders schon mal wo war denn das hab ich das nicht im wessex lp sogar auch gehabt dass es da auch nicht ging bin mir nicht mehr sicher aber egal ähm ja 72 likes 102 zuschauer sehr schön wir machen nochmal weiter vielleicht haben wir ja glück und 1083 können wir doch nochmal den krieg hier erklären um das herzogtum von lausitz aber wir sollten vorher unseren bischof noch nutzen habe ich mir überlegt entweder einen anspruch fingieren die frage ist wo hier hätten wir ja jetzt den religiösen kriegsgrund deswegen brauchen wir das nicht unbedingt wie sieht es denn hier in magdeburg aus da würden wir uns aber dann jeweils mit dem herzog anlegen oder lenzer ist der jaja der herzog magnus von angria und der ist mit 2600 männern viel zu stark für uns wir müssten erst selbst herzog werden das herzogtum von velizia ist auch unfassbar stark das wundert mich die haben 2100 männer hinter sich äh oh der hat leider gar kein geld mehr aktuell was wir von ihm erpressen können übrigens der befehl liegt immer noch eine armee okay und lübeck ist auch immer noch relativ stark in anführungszeichen sind deine kinder vermählt alle bräuchte eine frau wer sind alle gaming boy ne meine kinder sind noch nicht alle vermählt mein sohn sucht natürlich braucht auf jeden fall noch eine frau und meine elise braucht auch noch einen mann und mein balthasar der kränklich ist äh aber meinem friedrich wilhelm geht es eigentlich ganz gut wir können mal wieder gucken ob es jemand mit einer starken bündnismacht aktuell gibt naja aber die müsste halt auch noch relativ jung sein zum beispiel die hier oh 173 männer das ist ja nichts das ist ja nichts verstehe ich nicht dass wir da niemand besseren bekommen wie sieht es für unsere elise aus wenn die einen ehepartner sucht mit bündnismacht 456 auch das ist total schwach wieso bekommen wir keine stärkeren bündnisse mehr wir selbst haben doch jetzt schon 738 männer hinter uns ähm ja dann können wir unseren bischof aktuell sowieso nicht dazu nutzen irgendwie die ränke zu schmieden lübeck hat tatsächlich direkt den lehntzern prinz heinrich vom heiligen römischen reich das ist natürlich auch spannend und ähm das hier sieht sehr lustig aus ähm ja wir haben ja noch ein druckmittel fingiert von äh einem wie heißt der graf graf herrmann von lüneburg jeder ist irgendwann einmal nackt der schwierige teil ist es die truppe jongleure genau zum richtigen zeitpunkt in die gemälde von graf herrmann kommen zu lassen und dafür zu sorgen dass genug diener anwesend sind die über das daraus resultierende chaos tratschen ich nehme an herrmann würde alles tun damit ich die sicherlich entflammenden gerüchte nicht noch zusätzlich anheize wir könnten jetzt die gaugler hineinschicken das kostet uns aber 150 prestige das ist mal richtig teuer das ist mal extrem teuer eieiei ähm ehrlicherweise ist mir das zu teuer wir würden auch nur ein schwaches druckmittel bekommen und wir brauchen den prestige ich würde sagen ich sollte mir die sache genau durch den kopf gehen lassen dadurch würden wir komplett erfolgschancen plus 20% erhöhen wir fangen da nochmal von vorne an wir haben jetzt eine erfolgschancen von 90% vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwie billiger hin beziehungsweise wie viel Geld hat denn der Mann aktuell naja der hat immer noch 248 also das ist schon noch ganz gut Hamburg ist wahrscheinlich dem von Angrier unterstellt oder ja ja der von Angrier hat ziemlich viel Macht das ist ein extrem starker Mann hier im Norden ähm wie gesagt bei der Lausitz lohnt sich sowieso kein Land zu fingieren wie sieht es denn hier aus ähm da ist der Lehnsherr Herzogin oder von Meißen und bei Lübeck war es halt direkt der Lehnsherr ist der Kaiser ne ne Prinz Heinrich der dritte ach so weil es unser Lehnsherr ist ist das unproblematisch ich verstehe das heißt wir könnten das nur mit anderen Grafen machen die auch in unserem Herzogtum sind ja weil ich glaube hier die von Meißen ist zu mächtig ja wobei so stark ist die gar nicht 897 ja da kommen wir ein bisschen ran an die Stärke die ist aber noch verbündet ok jetzt schauen wir mal kurz zu unserem Lehnsherrn Westfranken was ist denn mit Thüringen Herzogtum von Thüringen ist zum Beispiel ziemlich schwach Grafschaft die Grafschaft ist stärker als das Herzogtum selbst was passiert wenn wir uns das Herzogtum von Thüringen holen das wäre auf jeden Fall spannend hm die sind tatsächlich nicht sehr stark schmalkalten vielleicht können wir dann einen Anspruch drauf machen machen wir das mal wir machen das mal ok jetzt sind wieder alle beschäftigt kann man auch mit Hamburg starten äh ja ich glaube wartet mal es gibt die Grafschaft Hamburg oder das müsste die Grafschaft ne das ist die Grafschaft von Staate und Hamburg ist dann Teil davon mit Hamburg alleine kann man nicht starten glaube ich weil Hamburg eine Baronie ist befallene Kornspeicher oh nein wir haben befallene Kornspeicher in Havel oh wieder in Havelberg das uns ja gar nichts bringt verärgerte Leibeigene Volksmeinung würde dadurch noch sinken ich will kein Geld verlieren Frömmigkeit könnte ich verlieren dankbare Freie das würde die Volksmeinung da mal ein bisschen erhöhen ja ich glaube das mache ich mal ich setze mal ein bisschen Frömmigkeit ein das ist vielleicht gar nicht so schlecht ok vorwärts ja ich könnte Berlin auch noch katholisch machen äh die Abteilung aktuell ist relativ unproblematisch unser zweiter Sohn würde nur Havelberg bekommen was sowieso für uns unwichtig ist aber natürlich was ich ganz vergesse wir sind ja aktuell noch kein Herzogtum das heißt das wären dann zwei unterschiedliche Grafschaften und das wiederum bedeutet dass wir ja aufgeteilt werden würden tatsächlich das dürfen wir nicht zulassen ähm ich werde mal kurz ein Save wieder sichern nicht dass hier irgendwie mal mein PC abstürzt und wir haben mal den Save nicht mehr das wäre eher ungünstig und dann könnten wir tatsächlich doch mal überlegen ob wir nicht dem Baltasar unserem zweitgeborenen Zone dieses Havelberg geben weil irgendjemand von euch liebe Zuschauer hat gesagt dass der dann angeblich nicht mehr erben kann weil er dann Bischof wird ich hab das auch schon mal erlebt dass der dann Bischof wird ich weiß nur nicht mehr ob der dann auch nicht also ob der nicht doch noch was erben kann so mein Freund Baltasar jetzt gebe ich dir mal einen Titel und zwar die Grafschaft von oder wir machen es sicherheitshalber sogar anders ich gehe direkt bei Havelberg hin nehme Baltasar von Are ui was käme denn dann ihr haltet 25 Anspannung weil ihr gierig und ehrgeizig seid und Baltasar wird ein Vassall hä und Baltasar wird ein Vassall vom Herzogtum von Westfranken da sein Rang jetzt unserem entspricht ok das heißt ich kann weil ich selbst Graf bin keine andere Grafschaft einem Vassall geben sonst würde der oh das ist tatsächlich ein Problem das ist jetzt schwierig äh wie sieht's denn überhaupt aus mit dem Herzogtum von der Lausitz äh nicht von der Lausitz mit Ostmark das müssten wir doch Titel schaffen können Titel hat denselben oder einen höheren Rang wie der Haupttitel den euer Lehnsherr trägt ah richtig weil unser Lehnsherr ja auch ein Herzog ist können wir den nicht schaffen und uns würde auch noch das Geld fehlen ok gut das heißt es könnte also passieren dass wir Havelberg eventuell verlieren wenn unser aktueller Herrscher stirbt das hoffen wir natürlich nicht so groß und stark Baltasar verliert die Eigenschaft kränklich und wird scheinbar doch größer und stärker als gedacht fast ein wenig äh schade so und hier wird überall noch fleißig gearbeitet wo war denn jetzt der Anspruch den wir für ah hier unten fing hier haben wir den Anspruch äh inspirierendes Maßhalten ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt ich wollte wissen was mein Zohn und Erbe Friedrich Wilhelm davon dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung er meinte er habe daraus gelernt dass man sich nicht übernehmen sollte maßvoll ist doch eine ganz angenehme Eigenschaft ja die kann er gerne bekommen mittlerweile ist er neun Jahre alt ja Druckmittel fingieren Komplott endet der Graf Herrmann ist einfach gestorben ok dann machen wir es jetzt anders dann suchen wir jetzt ein Geheimnis zwar bei jemandem der ordentlich Geld hat am Hofe kein Geld ah 132 da ist doch mehr möglich oder 266 Gold hier an dem Hofe würde ich gern ein Geheimnis suchen ach so aber Geheimnisse wartet wir suchen jetzt hier mal nach Geheimnissen wie lang dauert es eigentlich hier mal die Beziehungen zu verbessern scheinbar länger als gedacht oh es herrscht ein Krieg Kaiser Bertolt hat Herzog Jarum mir den Krieg erklärt ui das ist gegen Pommern und natürlich wird direkt Berlin unser Land hier besetzt wieso wieso vielleicht haben wir ja Glück und wir bekommen hier Gebiete das fände ich richtig cool vielleicht sollte ich mal irgendwie ausnutzen kann ich die Situation glaube ich nicht ich werde jetzt nicht meine Armee aufstellen weil der kommt doch jetzt hier gleich mit 2000 Männern ich hoffe mal dass der Kaiser seine Truppen schickt nach Osten Beatrix wird erwachsen extravagante Schwindlerin wird sie alles klar die Margarete hat mittlerweile ja schon ein Kind hier die Mathilde unsere Enkelin ich selbst bin schon 41 meine Frau ist auch 41 ja Berlin ist schon gefallen ne ist Berlin schon gefallen hä wieso warte mal wieso belagern die jetzt hier Potsdam ich dachte man kann keine Stadt belagern sondern immer nur Burgen das ist mir jetzt neu muss ich gestehen ähm anima spiritus aber wenn du Havelberg verlieren kannst wenn dein Herrscher stirbt warum dann nicht deinem Bengel geben damit dein Haus sich ausbreitet der bekommt es doch sowieso wenn mein Herrscher stirbt wenn mein Herrscher stirbt dann bekommt mein Sohn Havelberg so oder so guten Morgen der bratener Hund das ist ein Krieg gegen die Lausitz ein Krieg achso ein Krieg gegen die Lausitz das müssen wir uns gleich nochmal anschauen wir haben vorher noch Steinmetz Angelegenheiten ähm eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Berlin niedergelassen motivierte Handwerker in meinem persönlichen Dienst zu haben könnte die Region erblühen lassen 20% 150 Prestige zusammenwirkende Steinmetze oder äh für 50 Gold 75 Prestige zusammenwirkende Steinmetze oder wir verlieren 75 Gold ok was ist die andere Alternative die andere Alternative ist eigentlich nur schlechter ja dann wählen wir mal ich werde eine Vereinbarung mit dem Zunftmeister der Steinmetze treffen es hat gegrüßt Graf Siegewinn von Brandenburg bei meiner Tätigkeit am Hofe von Gräfin Elisabeth gelang es mir nicht auf etwaige Geheimnisse zu stoßen die es Suffraganbischof Waldemar hat allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig von der Wahrheit aufhalten lassen es wäre kinderleicht einfach dafür zu sorgen dass Waldemar plötzlich doch Geheimnisse hat von denen die Welt nichts weiß ihr haltet ein starkes Druckmittel fingierte Geschichte gegen Waldemar für aber gegen Waldemar und Waldemar hat aber kein Geld oder er hat nur 25 Gold das heißt mir bringt ein starkes Druckmittel gegen Waldemar gar nichts ah das ist jetzt ein bisschen blöd ok weil ich glaube nicht dass ich das Druckmittel dann auch gegen sie einsetzen könnte ich könnte ihn dann nur erpressen dass er 25 gibt nee dann lassen wir das mal kurz sein und nutzen nochmal meinen Ratsspitzel woanders Geheimnisse aufzudecken aber wo wo würde man möglichst dann gutes Geld bekommen können beim Kaiser selbst wo ist denn dem sein Reichssitz ist der hier irgendwie dort die Frage ist wenn das halt auf naja ich sollte vielleicht nicht bei meinem Kaiser das machen vielleicht am französischen Hof vielleicht sollten wir dort versuchen Geheimnisse aufzudecken Hof von König Philippe wir machen das mal am Hause von König Philippe ja ja wir haben die Belagerung von Berlin verloren jetzt schauen wir uns nochmal kurz an also Angreifer ist das Heilige Römische Reich gegen ach so gegen das Herzogtum der Lausitz mein Fehler das war gar nicht Pommern dankeschön wer hat es geschrieben B Kurvo das ist ein Krieg gegen Lausitz nicht gegen Pommern genau ach gegen die Lausitz ach verdammt den wollten wir doch führen aber wir hatten immer noch Waffenstillstand oder haben wir jetzt haben wir den immer noch ja 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 wir haben den immer noch ach wie ärgerlich wir wollten uns doch die Lausitz als Herzogtum holen ach verdammt verdammt ja hier unten ist jetzt auch die Armee des Heiligen Römischen Reichs die Frage ist bringt es uns was jetzt unsere Armeen auszuheben und da zu helfen kann ich hier irgendwie sehen wer die Truppe anführt also macht das der Herrscher selten ne Befehlshaber ist der Bürgermeister wenn ich jetzt hier deren Hauptsitz erobere und dann deren König gefangen nehme gibt mir das dann irgendwelche besonderen Hilfen ich mein na wir könnten natürlich unsere Armee verlieren das ist klar wir haben weniger Armee aktuell Bogenkämpfer das würde nicht reichen ich glaube ich werde mich Cuervo ah Cuervo sorry alles klar ne ich glaube ich lasse das jetzt erstmal Steinmetzangelegenheiten dann sind wir im Geschäft 50 Gold kostet mich das und wir bekommen zusammenwirkende Steinmetze ja ich hätte es mir ein bisschen besser erwünscht aber wir bekommen 75 Prestige das ist es auf jeden Fall wert aktuell ist Prestige für uns auch sehr wertvoll es ist echt ärgerlich dass jetzt hier bei uns alles besetzt wird die könnten ruhig mal eine Schlacht führen hier ja jetzt jagen sie sie jetzt werden sie gejagt ja okay das ändert jetzt alles jetzt werden wir mal tatsächlich unsere Armee ausheben ähm kann ich Potsdam bitte einmal zurückbelagern Herzog Peter und Beatrice von Ari können heiraten ist der irgendein hat der Land der hat Land oder achso ja stimmt wir haben ja hier keine matrilineare heirat gemacht sondern eine ganz normale ja okay ich könnte den Herzog töten wenn ich ihn im Kerker habe ja aber was bringt mir das wenn der dann tot ist mhm ah doch ich tue Potsdam gerade zurückbelagern aber wie gesagt eigentlich bringt es mir viel mehr wenn ich die Baronie von Jüteborg belagere hä wo ist jetzt die Kaiserliche Armee hin ah die ist auch da dann führt der wahrscheinlich dann führen nicht wir die Belagerung an oder sondern die Kaiserliche Armee richtig ja Heiliges Römisches Reich verdammt jetzt führen natürlich die die Belagerung an und nicht wir ein neuer Lebenswandel ist verfügbar vielleicht teilt sich sein Reich auf okay ja das ist natürlich wäre nicht schlecht äh Gebäudebaukosten werden verringert ich glaube das machen wir mal wir bleiben da mal stehen vielleicht bringt es uns irgendwas dass wir vielleicht können wir den dann doch ein Kerk haben wenn wir dann mit dabei sind bei der Belagerung schauen wir mal Spionage Affäre bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratspitzel äh ist prinzipiell auf ein Geheimnis geschossen das Gräfin Denise von Clermont hat sie hat Marta ein Mitglied des Gemeinvolkes aus Alencon in eine geheime Affäre verwickelt ah wir erfahren also von einem Geheimnis schauen wir uns das mal ganz kurz an wir haben wir haben jetzt hier ein Geheimnis Druckmittel erpressen ah ja wir könnten das jetzt sozusagen nutzen um ein Druckmittel wiederum zu erhalten Druckmittel erpressen Zahlungsforderung können wir nicht machen ach so wir hätten aber schon ein verfügbares Druckmittel leider hat die nicht genügend Gold oh die hat aber die hat aber Gold wartet aber hier haben wir noch kein Druckmittel deswegen werden wir jetzt hier mal ein Druckmittel erpressen 100% okay jetzt haben wir ein Druckmittel von ihr die hat 203 Gold und jetzt müsste ich doch Zahlung fordern können ja okay das war jetzt ein langer Weg leider bekommen wir nur 50 Dukaten finde ich ein bisschen wenig ähm ist es denn ein starkes Druckmittel oder ein schwaches kann ich das irgendwie sehen stark es ist sogar ein starkes Druckmittel und ich bekomme nur 50 Gold naja Gold ist Gold ich brauche das Gold oder kann ich öfter Zahlungsforderungen machen nee nee genau aber die hier hat wie gesagt kein Gold deswegen lasse ich mal das Geheimnis bei mir alles klar alles klar so hier ist gleich die Belagerung jetzt ist die Belagerung vorbei ja hat uns leider gar nichts gebracht dass wir das gemacht haben ja aber der Krieg ist sowieso jetzt schon vorbei äh Mündel profitiert von der Unterweisung sehr schön Aufgabe beendet ja wie ist der jetzt fertig dort in Paris muss ich den wieder wo neu neu hinschicken oder macht der da weiter ne der macht doch da weiter am französischen Hof ich könnte die natürlich auch zum englischen Hof nochmal schicken vielleicht lohnt sich das ein bisschen mehr wobei er soll noch mal einmal am französischen Hof soll er es noch mal probieren ok so was passiert denn jetzt ui ja da wurde Frieden geschlossen da wurden einige Gebiete wem wurden die denn gegeben Herzegren Oder von Meissen und ah der Kaiser hat sich glaube ich selbst noch in den Domäne geholt oder schade dass wir nichts bekommen haben wie enttäuschend und der andere Krieg der ist für uns uninteressant ich löse mal meine Armeen auf und wir haben natürlich immer noch den Waffenstillstand ist der noch offiziell Herzog ja ich glaube der hat offiziell noch den Titel Herzog wie lange geht unser Waffenstillstand noch bis 83 nur noch ein Jahr bis 23. März ein Jahr noch Freunde vielleicht können wir dann den Krieg hier nochmal gegen die Lausitz erklären das wäre tatsächlich sehr sinnvoll dass wir dann den Titel Herzog bekommen könnten oder was meint ihr falls ihr übrigens nicht verpassen wollt wie es hier weitergehen wird zum Beispiel wenn ich morgen streame oder wenn ich in der nächsten Woche hier weiter streame mit diesem spannenden Brandenburg Projekt dann abonniert doch gerne den Kanal auf YouTube da werdet ihr dann immer meine Ankündigungen bekommen wo ich dann sage wann gelivestreamt wird ansonsten wenn ihr Interesse habt an einer Multiplayer Rollenspielrunde zu Crusader Kings 3 könnt ihr auch gerne auf meinem Discord kommen auch zu ganz normalen Multiplayerrunden da gibt es dann eine eigene Rolle die ihr euch holen könnt einfach unter Regeln gehen und da in das Crusader Kings 3 Symbol klicken und dann gibt es einen extra Abschnitt wo sich Crusader Kings 3 Spieler finden können für Multiplayer Partien und auch für meine große geplante Runde so was haben wir denn jetzt hier wieder schon wieder im Kampf gegen den Bauernaufstand wir helfen ihm mal das sollte er aber alleine schaffen und Sascha Nelles wurde Teil von Gaios Legion willkommen in der Legion vielen Dank fürs Abonnieren ist halt einem Krieg beigetreten ja das ist uns bewusst so wir warten jetzt nur darauf dass es 1083 wird ich hoffe wir haben noch den Religionskriegsgrund der ist doch noch genau der ist nicht katholisch und wir haben Frömmigkeit auf der hohen Kante genau gegen die Bauern wurde gesiegt sehr schön euer Ruhm ist weiterhin bekannt das ist auch sehr gut so was haben wir denn jetzt es hat gegrüßt Graf Siegewind von Brandenburg bei meinen Tätigkeiten am Hofe von König Philippe gelang es mir nicht auf etwaige Geheimnisse zu stoßen die sein Ritter Herbert hat der hat wahrscheinlich kein Geld der Herbert oder das sieht mir sehr arm aus ja 20 Dukaden ich könnte jetzt ein starkes Trunkmittel gegen Herbert bekommen kostet mich aber 50 das machen wir nicht dann würde ich sagen probieren wir es mal am englischen Hof ein Geheimnis zu finden wir probieren es mal am englischen Hofe so und machen hier mal weiter also es war doch der März 23 März 83 haben wir jetzt bald erreicht ich habe übrigens immer auch gerne ein bisschen Geld auf der hohen Kante ach wir haben jetzt auch noch den Anspruch auf hier schmalkalten bekommen übrigens das muss ich mir nochmal genauer anschauen das ist hier ne wem gehört das hier aktuell boah der ist gar nicht so stark nach wie vor der Herzog Herzogtum von Thüringen ja wir kümmern uns mal darum dass wir den Anspruch behalten aber wie gesagt wir wollen uns auf die Lausitz gerade konzentrieren im März und was haben wir dann hier noch Sinneswandel Friedrich Wilhelm möchte seit langem nur noch eines Nähzeug ich habe ihm gesagt dass ich ihm seinen Wunsch in drei Monaten erfüllen werde wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert er winkt einfach nur ab und meinte das interessiert ihn nicht länger ui ok sprunghaft diplomatie plus 1 verwaltung minus 2 naja ok komplottwiderstand für feindselige komplotte oder sprung äh würde zufrieden werden renkrischspiele minus 1 oder treuherzig das muss ich mir auch nochmal anschauen diplomatie aber renkrischspiele minus 2 ja dann soll er wohl sprunghaft werden würde ich sagen leider verliert er dadurch nochmal verwaltungspunkte das ist ein bisschen schade ok also äh wir gehen mal zurück zu meinem zu mir selbst genau 23. März haben wir jetzt gleich erreicht so jetzt wird es nochmal spannend jetzt so ok schauen wir uns das mal an Friedrich hat eine Bildung um 1 erhöht Pädagogik sehr schön Aufgabe beendet sind die denn aktuell in einem Krieg überfällt König Pelka von Polen ah die wollen gerade Polen überfallen ist aber nicht sehr clever von denen muss ich sagen so wir würden denen gerne den Krieg erklären und zwar Religionskrieg um das Herzogtum innerhalb des Zielstitels werden alle Titel von Slavikanischer Herrschaft übernommen und alle katholischen Herrscher zu Vasallen von euch joa also es hört sich eigentlich gut an und sie sind uns weit unterlegen und wir können den Krieg erklären 160 Frömmigkeit ich würde sagen das machen wir oder Freunde auf auf in den Krieg mit herrlicher Hintergrundmusik oh die Armee steht sogar perfekt schon dann machen wir mal los belagern hier gleich mal ja die Hauptstadt der Feinde ha herrlich sie sind nicht mal genügend Männer um Brandenburg zu belagern von uns mein unversöhnlicher Lehnser ich biete eurem Ratskanzler bereits einige Wochen Obdach oh das finde ich gut Bürgermeister wie sieht es denn aktuell aus der mag uns der mag uns der mag uns wieso kommen wir hier bei dem Josef nicht voran das klappt irgendwie nicht so dass wir die Beziehungen hier bei ihm verbessern ähm warte mal kann ich eigentlich mit dem Geheimnis kann ich da gleichzeitig auch noch Druckmittel holen daran habe ich auch nicht gedacht ich könnte ja kann ich beides gleichzeitig machen äh wo könnte ich denn jetzt nochmal Druckmittel holen für Geld 146 182 hört sich eigentlich ganz gut an ah ok weil er ein Kind ist geht das nicht alles klar ähm bei den Königen hat sich das eigentlich ganz gut angeboten oder bei den Herzögen hier vielleicht Druckmittel fing hier 90% Erfolgschance ja dann mach ich das doch mal ich kann also ein Druckmittel gleichzeitig zu einem Geheimnis machen dann sollte man das wohl regelmäßig tun ok gut wir beeinflussen wir machen ein Druckmittel wir suchen nach Geheimnissen und wir führen Krieg liebe Zuschauer und das alles um 23.21 mit 90 Zuschauern 75 Likes und hoffentlich bald einen großen Sieg hier gefährliche Fraktion schon wieder was haben wir denn hier sieben Anliegen ihr könnt Zahlungen von König Vino mir verlangen von Pommern ah tatsächlich dann machen wir das mal und fordern von ihm Geld sehr schön ja das lohnt sich schon mit dem Druckmittel wenn der Krieg vorbei ist bauen wir mal wieder ein paar Gebäude in Brandenburg ah wir konnten tatsächlich den Josef mal beeinflussen jetzt hat er nur noch minus 97 ja weil halt das katholische das katholische ist hier eher das Problem und der ist riesig scheinbar kann ich den nicht irgendwie katholisch werden lassen wenn ich für den den Ehepartner finde gab es da nicht Möglichkeiten dass er katholisch wird der ist echt eine Riese krass ähm ne ich kann den leider nicht katholisch werden lassen das ist schade katholisch wäre mir der Freund lieber hier so halt ich habe ja die Belagerung schon gewonnen könnten jetzt mal die feindlichen Truppen besiegen oder wir machen es uns leicht und führen gar keine Schlacht wo wir ja vielleicht Ritter verlieren und gehen einfach zur Baronie von Wittenberg und belagern hier weiter spricht glaube ich nichts dagegen ah lösegeld lösegeld nehme ich auch immer gerne 49 Dukaten die nehme ich mit normal wären es 50 aber gut auf die eine Dukate gehe ich mal weg Spionage Unglaube bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist er auf ein Geheimnis gestoßen das Bürgermeister Ademir von Argentan hat ja der hat 107 Dukaten sehr schön er scheint insgeheim Zweifel an den katholischen Doktrinen zu haben oh Ademir was soll denn nur der Priester sagen oder die Priester der ist scheinbar ungläubig das nutzen wir jetzt gegen ihm ähm und zwar erpressen wir ihn 77% falls er ablehnt könnte das Geheimnis aufgedeckt werden das ist nicht so schlimm schauen wir mal ja wir haben ein schwaches Druckmittel und jetzt würde ich gerne Geld von ihm fordern ja 50 wir bekommen nochmal 50 Dukaten jetzt läuft es aber mit unseren Druckmitteln und unseren geheimen Spionagenetzwerken genauso muss das sein ich glaube wir können dann am Hofe von England nochmal weitermachen das hat sich ganz gut ergeben mit den Geheimnissen grüß dich Peter K Abend die Gemeindekontrolle könnte ich in Berlin erhöhen stimmt die ist auf 77 die könnte ich mal noch erhöhen ähm was haben wir denn hier Besitzung Entwicklungszuwachs ah du meinst durch den Ratsverwalter dass die Entwicklung steigt ganz grundsätzlich ähm und mögliche Nebeneffekte mehr Kontrolle weil wie kann ich sonst die Kontrolle erhöhen das ist doch der einzige Weg oder gibt es noch einen anderen Weg den ich nicht kenne wie ich die Kontrolle in Berlin erhöhen könnte natürlich würde ich in der Zeit keine Steuereinnahmen erhöht bekommen aber wir nutzen das einfach mal ja 0,4 verdiene ich jetzt weniger aber wir machen das mal so das hier machen wir mal kurz alles weg war hier noch irgendwas ne der Rest ist erstmal egal wir belagern jetzt hier mal fleißig weiter ah mit dem Marschall sorry mein Fehler den hab ich völlig vergessen Komplott was unser Komplott ist aufgeflogen ups das ist ein bisschen ungünstig und ist mir ein bisschen peinlich unsere Aufdeckungschance war doch nur irgendwie bei 10% oder so Ratsmarschall tatsächlich hier Wahrscheinlichkeit Gemeindekorruption zu beseitigen 4,4 Ratsmitglied 4,4 Gemeindekontrolle 0,0 irgendwas stimmt hier nicht ist das ein bisschen falsch verpackt oder klappt das nicht weil er mich nicht mag kann ich denn zwei Stück hier nach Berlin schicken eigentlich ja kann ich dann machen wir das doch mal machen wir das doch mal äh warte mal wieso kann ich jetzt nicht weiter belagern wie die Festungsstufe ist zu hoch lol wir brauchen hier 750 Männer haben aber nur noch 745 ha ja krass bekomme ich neue Männer dazu wenn der Monat vorbei geht wartet mal oder verliere ich noch Männer oh jetzt kommt der Bauernpöbel schon wieder in Havelberg oder ah dafür habe ich doch keine Zeit ja wir sammeln die Truppen mache ich denn das jetzt am dümmsten erst die Armee besiegen und dann die zweite oder ich glaube das macht Sinn hä was mache ich denn ich will doch dahin marschieren einfach nur danke soweit ich muss einmal den Bauernpöbel wieder niederschlagen gut die hätten zwar eine Waldverteidigung aber die sind so schwach wisst ihr was ich greife direkt den Bauernpöbel an tatsächlich den knüpple ich einmal nieder jawoll und dann gehen wir mal zu einer anderen Festung hin die hoffentlich nicht 750 hat ja die da ist schwächer so Forderung erzwingen Einheimische werden wieder befriedet Volksmeinung steigt Sieg in Habelsberg trotzdem ist die Volksmeinung hier so schlecht ich glaube ich muss hier wirklich auch mal den Bischof noch hinschicken äh was macht denn der Bischof aktuell der macht ja stimmt der macht ja gar nichts mehr dann schicke ich den jetzt doch mal zum bekehren nach Habelsberg dass da endlich diese blöden Bauernaufstände aufhören dass die mal alle katholisch werden so gut haben wir das geschafft der Rest ist auch in Berlin noch beschäftigt meine Armee marschiert es kommt sogar noch zur Schlacht gut da sind sie selbst schuld dass sie jetzt noch in meine Armee reinrennen die werden einmal völlig vernichtet und wir haben sogar die wertvolle Geisel noch gefangen genommen damit müssen wir jetzt Frieden schließen können jetzt bin ich gespannt was geschieht weil wir haben ja wir wollen ja das Herzogtum erobern ob wir dann dadurch Herzog werden schauen wir mal ganz kurz ne ich glaube das kommt danach erst noch also Forderung erzwingen ähm euch werden sämtliche Territorien im Reich erobert wir bekommen noch Prestige und wir bekommen noch Hingabe so Siegfreunde was heißt das jetzt Brandenburg ist tatsächlich gewachsen das ist schon mal gut wir haben jetzt 8 von 4 Domänen das ist wiederum eher ungünstig da müssen wir dagegen was tun auf jeden Fall insbesondere müssen wir mal Havelberg hier irgendwie weggeben so aber was ist jetzt mit den Titeln Grafschaft 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 Ah ja dann haben wir jetzt ein Problem dann haben wir tatsächlich wir haben dadurch nicht den Herzogtum Titel bekommen wahrscheinlich weil wir den nicht haben können weil ähm weil ja wir selbst noch weil unser Lehnsherr selbst ja noch ein Herzog ist das heißt wir müssten erst unabhängig werden von dem Herzog damit wir jetzt hier einen Titel schaffen können äh einen genau Herzogtum Lausitz ja da ist dasselbe Problem Titel hat den selben oder einen höheren Rang wie der Haupttitel den euer Lehnsherr trägt verdammt und wir kommen jetzt ja von unserem Lehnsherr nicht einfach so los wie machen wir denn das jetzt am schlauesten Freunde Haupterbe wäre Gottfried den Amur ja das bringt uns nichts also hier mit dem Mord kommen wir nicht weiter was gibt es denn hier so für Möglichkeiten Anspruchssteller Fraktion gründen was bringt mir die denn Anspruchssteller wartet mal das lese ich mir kurz nochmal durch können wir kurz warten bis der Tipp da ist so die Anspruchssteller Fraktion will einen bestimmten Anspruchssteller auf den Thron eines Titels setzen den ihr Lehnsherr hält als sie erfolgt muss der Lehnsherr den Titel an den Anspruchssteller abgeben und die dazugehörigen Wasserhallenstrukturen wird neu aufgebaut alle Fraktionsmittel ok was soll uns das jetzt bringen dass wir hier jemanden Neues auf den Thron setzen das wollen wir nicht so ja Freiheitsfraktion ist aktuell nicht möglich wieso das wird uns leider nicht erklärt wieso das nicht geht das ist jetzt ein bisschen ungünstig weil wir wollen ja Herzog werden das Problem ist jetzt wir können ja jetzt keine Vassallen haben die eine Grafschaft bekommen weil sonst verlieren wir doch die Graf äh die jeweilige Grafschaft oder bin ich da nicht richtig ich dachte schon also schauen wir mal kurz gegen unseren Lehnsherrn ich könnte nur wieder eine Freiheitsfraktion erschaffen aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Unabhängig und Freiheitsfraktion Unabhängigkeit vom Lehnsherrn Freiheit Ah Freiheitsfraktion möchte lediglich die Lehnsautorität reduzieren ansonsten sind die Mitglieder dem Reich gegenüber loyal ich weiß noch nicht wieso Unabhängigkeitsfraktion nicht möglich ist Prinz Heinrich der dritte ist kein unabhängiger Herrscher ja es ist logisch dass er kein unabhängiger Herrscher ist Spruss aber ich kann ja auch nicht gegen meinen gegen den Kaiser kann ich doch auch nichts machen oder Druckmittel fingieren ja herzlichen Glückwunsch gegen den Kaiser machen wir das lieber nicht das ist jetzt ein bisschen schwierig Freiheit kannst die Lehnsautorität senken ja genau Retard Games meint du kannst eine Unabhängigkeitsfraktion gründen solltest es schaffen weil der aktuell Herrscher nur 12 ist das gefällt den KI Vassalen nicht ja wie gesagt ich kann keine Unabhängigkeitsfraktion gründen wieso auch immer das nicht geht vielleicht weil der erst einen Krieg geführt hatte ich weiß es nicht genau aber unser letzter Krieg war ja auch eine Freiheits Fraktion und die Folge war ja die Aufteilung wartet mal wer würde denn hier was bekommen vielleicht könnten wir dadurch wiederum denjenigen schwächen und das dann anders machen und was bringt F7 Edge auf the Plate guck im Fraktionsstab das ist F7 äh kannst du nicht eine Anspruchsteller Fraktion mit dir als Ersatz gründen ne das geht nicht Al Alucard hab ich nachgeschaut wenn der Träger des Herzog Titels den du gerne haben magst Prinz vom HR ist könnte das schwierig sein der ist aber kein Prinz des HR der aktuelle Kaiser ist hier der Berthold sein Haupterbe ist Adalbert von der Steiermark also der ist kein Erbe vom Heiligen Römischen Reich Warte mal ach du meinst der heißt Prinz das ist mir gar nicht aufgefallen der heißt tatsächlich Prinz wieso heißt der Prinz weil er einen Anspruch auf das HR hat aber er würde der nicht folgen das könnte natürlich sein das ist ungünstig das ist sehr ungünstig ja wieso heißt der Typ Prinz wahrscheinlich eben wie gesagt wegen dem HR was passiert wenn ich jetzt nämlich Habelsberg an jemanden vergebe wie meinen Balthasar dann steht ja jetzt hier der wird was vom Herzogtum von West Franken das heißt dann wäre das verloren dasselbe würde wahrscheinlich passieren wenn ich das jetzt jemandem gebe oder schauen wir mal wenn ich das jemand anderem gebe außer Balthasar ja wird ein Vassal vom Herzogtum von Westfranken also egal wie ich das geben würde ähm ich würde es verlieren ich will jetzt ja nicht meine ganzen eroberten Gebiete verlieren das heißt irgendwie müssen wir jetzt versuchen von dem westfränkischen Herzog loszukommen ich weiß aber noch nicht wie vielleicht ist wirklich die beste Chance oh wir sollten das hier mal abbrechen die Deckungschance ist viel zu hoch aufgeben einmal ähm wir könnten versuchen das könnte uns vielleicht noch irgendwas bringen gegen ihn vorzugehen wartet mal hier hä wir könnten Papst Alexander bitten euch einen Anspruch auf einen Titel im Austausch für Frömmigkeit zu gewähren was ist denn das wartet mal setzt 270 Frömmigkeit an die habe ich leider aktuell nicht erhält einen starken Anspruch auf das Herzogtum von Westfranken aha würde er aber sowieso aktuell nicht machen wegen Zurückhaltung ah ok aber sobald er kein Kind mehr ist geht es nicht mehr tugendhafte Eigenschaften der müsste uns viel mehr mögen der Papst dann wäre das eine Möglichkeit aber das geht leider nicht und Prinz ist zwei über Graf ist das so das ist jetzt schon ein bisschen komplex hier aber das macht es ja gerade spannend was hätten wir noch für Möglichkeiten heirat arrangieren ich glaube nicht die Elise und Prinz Heinrich das will er nicht habe ich mir fast gedacht Haupterbe wäre übrigens ein Höfling bei ihm das heißt er hat aktuell gar keinen Erben für das Herzogtum vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen abwarten aber er hat 2000 Männer wir haben nur 815 wobei das jetzt ein paar mehr werden müssten langfristig sogar 1300 ähm ich wir könnten wir könnten dann doch mal diese Freiheitsfraktion machen um diese Lehnsautorität zu senken vielleicht bringt uns das wieder so viel wirren in einem möglichen Krieg dass wir uns dann da vom Herzog los sagen können ich glaube das wäre noch mit die beste Chance weil ich meine wer erbt denn das jetzt hier alles kann ich das irgendwie mal schauen Grafschaft von Bamberg zum Beispiel ne hä hat der was hat der überhaupt für eigenes Land Herzogtum von Westfranken Herzogtum von Ostfranken Grafschaft von Klingenberg der hat ja nur drei Grafschaften hier die würde dieser Gottfried Namur erben Gottfried Namur Wieso Wieso würde ein Höfling das alles erben Gottfried Namur Wieso Und wer ist diese Ida Billung Die Ehepartnerin von Frederik irgendwas Ja ich glaube wir machen jetzt mal tatsächlich Freiheits Fraktion So Mitglieder hinzufügen kann nicht zum Beitritt gezwungen werden ist das mit einem Druckmittel möglich wir bräuchten aber ein starkes Druckmittel und das bekommen wir in der Regel nicht wir bekommen immer nur schwache Druckmittel außer wenn wir ein Geheimnis aufspüren würden an dem jeweiligen Hofe hat der eventuell Geheimnisse Aufseher Experte er ist feige naja wer weiß ob der noch irgendwelche Geheimnisse hat was ist denn bei dem Kollegen Nördlingen einäugig Theologe sieht mir nicht so aus als hätte der irgendwas zu verbergen dann müsste ich wahrscheinlich die Beziehungen jeweils verbessern dass ich Chancen habe dass die sich mir anschließen würden Geschenke an wen Cuervo ist verschreckt durch unseren schrecklichen Ruf okay die Meinung hier über den Prinzen ist noch ein bisschen zu gut aber ich glaube wir hätten hier gute Chancen wenn wir den mal noch ein bisschen beeinflussen würden unsere Beeinflussung hier von dem klappt sowieso nicht so wie ich das dachte ich versuche mal den zu beeinflussen 56% ist aber wenig Erfolgschance unser Diplomat gibt gibt uns nur plus 6% wie ich sage es dann bei den anderen aus bei der Mitglieder hinzufügen Beeinflussung 56% schauen wir hier nochmal Beeinflussung 31% ja gut dann nehme ich dann doch den Graf Adalbert und wir probieren es einfach mal ich versuche ihn mal zu beeinflussen mit einem Komplott und ich sollte dann wohl auch mal achso natürlich ich muss ja meinen Ratspitzel noch nutzen Komplott unterstützen 5 Monate verbleiben ne unterstütze mich mal lieber das ist jetzt wichtiger der Sohn eines unabhängigen Herzogs heißt doch nicht Prinz ja das weiß ich auch nicht ganz ehrlicherweise was das jetzt genau zu bedeuten hat kann man den Höfling matrilinear heiraten und dann den Prinzen töten habe ich auch schon überlegt aber ich glaube das ging nicht ich habe es glaube ich gerade getestet oder so sein Haupterbe ne der ist schon verheiratet leider der ist schon verheiratet der ist 18 und ist leider schon verheiratet sonst hätten wir eine Chance gehabt er will auch nicht an unseren Hof kommen das wäre auch genial Mord bringt uns wie gesagt nichts dann kommt irgendeine Frau dran die auch schon verheiratet ist übrigens wir könnten gegen ihn ein Druckmittel fingieren dass wir dann jetzt machen wir erstmal das beeinflussen und wir machen jetzt erstmal das mit dieser freiheits fraktion ich löse jetzt auch erst noch mal unsere Armee auf ist jetzt natürlich hart über unserem Domänenlimit was uns große Probleme verschafft so hier haben wir jetzt gleich 100% mit der Entwicklung 99,4 wieso geht das jetzt nicht weiter aufeinanderprallen der Kulturen die meisten Gemeinden die in der Grafschaft von Havelberg leben stammen aus der polabischen Kultur sie sind stolz auf ihre Tradition und es gefällt ihnen gar nicht dass sie einem Fremden dienen müssen wo doch mein Nachbarherzog ihre Kulturen Geschichte teilt oje oje entweder 25% die Gemeinden übernehmen die Sitten einer Kultur sexisch ja das wird glaube ich nicht passieren oder es schert mich nicht örtliche Tradition geachtet würde die Volksmeinung nochmal erhöhen in Havelsberg aber Kultur Förderung Tempo senken die Volksmeinung ist echt schlecht aufgebracht über Bekehrung ja gut aber wenn die halt bekehrt sind dann habe ich sie deswegen könnte ich jetzt schon deren Kultur achten weil die Chance ist viel zu hoch dass wir das nicht schaffen ich werde jetzt mal sie soll mal ihre Tradition behalten können so so hier haben die Entwicklung ein bisschen gestärkt aber ich denke ich werde jetzt mal erstmal wieder in Geld Geldeinnahmen in Steuern das Ganze erhöhen dass wir mehr Geld verdienen guten Abend Martin Menzner sei gegrüßt doch der Sohn eines unabhängigen regierenden Herzog ist ein Prinz alles klar ah danke Heidelbergens ist das wirklich warte mal das können wir mal kurz überprüfen wir nehmen hier einfach mal irgendeinen anderen Herzog das ist der Herzog und Ordulf ne da steht nichts von dem Prinz achso aber der Sohn eines unabhängig regierenden Herzogs ist ein Prinz aber die Sache ist ja unser Lehn's Herr der hat ja keinen Vater mehr hm keine Ahnung aber es freut mich dass ihr noch alle hier mit dabei seid mit mir rätselt wie spannend das hier gerade ist wenn ihr hier nichts verpassen wollt abonniert gerne meinen Kanal liebe Freunde unten denn ich werde hier auf jeden Fall diesen dieses Safestand noch lange weiterführen das macht richtig Spaß und damit ihr nicht verpasst wann der nächste Livestream jeweils kommt schaut doch dann einfach immer in meine Community Benachrichtigungen sobald ihr mich abonniert habt dann werde ich immer den Livestream ankündigen und kommt auch noch gerne auf meinem Discord Link in der Videobeschreibung dort kündige ich auch immer an wenn neue Videos kommen und natürlich auch meinen Livestream Lupsco hat Bauernpöbel gegen uns Bedachtbar der Herrscher gewann Krieg größere Kontrolle ok gut liebe Freunde ja ihr könnt ja mal noch ein paar Vorschläge machen wie wir jetzt am besten weiter vorgehen sollten ich bin einmal kurz weg hole mir wieder was zu trinken und dann geht es auch schon weiter Untertitelung des ZDF, 2020 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 alles klar um kann ich noch irgendwie mein Domain Limit erhöhen eigentlich nur noch durch den Lebenswandel und da bin ich ja schon dabei da muss ich aber jetzt noch eine ganze Menge weil ich ja hier drüben zwei Sachen gemacht habe hier muss ich noch eine ganze Menge machen bis ich zur geteilten Aufmerksamkeit komme okay hier ist es bin ich ja noch dabei in Berlin die Kontrolle noch mal weiter zu erhöhen im Namen des Göttlichen ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt er brachte Zweifel darüber zum Ausdruck ob irgendein Gottes wollte dass ein Reich von der Tat in Gesetzen regiert wird oh zynisch das ist nicht so gut das würde die monatliche Frömmigkeit senken aber Ränkespiel und Bildung erhöhen gerecht aber wir würden Anspannung dadurch erhalten ja aber Ränkeschmiede ist schon gut wenn das auch beherrscht Ränkespiele maßvoll ist der nicht ich dachte der ist schon maßvoll unser Friedrich Wilhelm ja der ist doch schon maßvoll der kann doch nicht doppelt maßvoll erhalten ja von mir aus soll er zynisch werden ist nicht ganz so schlimm finde ich gibt es schlimmere Sachen beeinflussung Komplimente ja wir wollen ihn jetzt beeinflussen jetzt wird es ein bisschen jetzt müssen wir ein bisschen schauen wie wir unseren Vasallen Kollegen beeinflussen können ah wisst ihr was wir noch machen könnten mal mit unserem Diplomaten nicht unsere eigenen Leute verbessern sondern fremde Angelegenheiten Meinung anderer Vasallen einmal bitte erhöhen und jetzt schauen wir nochmal hier also wir könnten seine Loyalität und sein Ehrgefühl loben Rationalität und attraktive Erscheinung Aufseher Taktiker es ist ein Taktiker der feige ist macht auch nicht viel sind unersättlich und hinterlistig Loyalität und Ehrgefühl Rationalität Rationalität würde ich jetzt nicht sagen attraktives Erscheinungsbild naja ich glaube nicht ich glaube Loyalität und Ehrgefühl wir machen mal Loyalität und Ehrgefühl schauen wir mal was dabei rauskommt ja ja bei Teilung bleibt der Titel erhalten aber vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit irgendwie da rauszukommen Heidelbergensis und dann sind sie schon mal geschwächt verdammt wir haben fünf Meinungen verloren das war leider nicht die richtige Wahl schade jetzt haben wir auch noch lauter Ansprüche aber es bringt halt jetzt aktuell keine Kriege zu führen wenn wir so stark über unserem Domänenlimit sind wir müssen echt jetzt Herzog werden sonst haben wir ein Problem wir müssen wirklich Herzog werden Komplott was wir machen könnten trotzdem wäre noch ein Druckmittel fingieren und zwar aber gegen wen doch gegen den Lehenzern oder gegen den Haupterben oder ein Geheimnis schwierig wie sind denn die Chancen hier könnte ich für ihm die Vormundschaft übernehmen ne das will er nicht gut Druckmittel ich habe das gelesen Tod nach zwei Söhnen des Lehenzern ja aber ich kann ja trotzdem schon mal überlegen ich kann kein Druckmittel machen ach so ach ja weil er ein Kind ist kann ich ja kein Druckmittel gegen ihn machen ich könnte gegen ihn ein Druckmittel hier machen 90% ich mache mal gegen ihn ein Druckmittel tatsächlich gegen diesen Höfling vielleicht bringt uns das was ja meine Frau unterstützt mich bei der Verwaltung habe ich gerade eingestellt Edge the Blade und zwar richtig die bringt sieben Verwaltungspunkte ich bin damit bei 14 ich bin nämlich selbst nicht so gut die Domänen an irgendwelche Höflinge geben ich glaube nämlich nicht dass das geht ich kann immer nur Grafschaften abgeben ähm was ist denn ein Angriffskrieg wie ist da die Stärke oh der hat gar nicht so viele Männer hinter sich der Kollege ähm was wollte ich jetzt sagen ich bin schon dabei so gut es geht die Domäne zu erhöhen ja meine Domänen sind alles Burgen natürlich also außer Havelberg aber Havelberg kann ich ja keinen Bischof geben also Domänen sind in der Regel ja immer Burgen äh oder ich kann ja nochmal schauen Baronie Baronie oh Kaiser Berthold hat hier Böhmen den Krieg erklärt okay Burgbesitz 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 Burg 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 nur Havelberg ist Tempel aber wie gesagt ich kann ich kann das ja nicht einem Bischof hier geben das geht wieso auch immer nicht verstehe ich nicht wieso ich Havelberg nicht einem Bischof geben kann ist ganz komisch hol dir doch Ruppien und Prenzlau dann kannst du Herzog werden nein Brutus G das geht tatsächlich nicht denn ich kann es dir nochmal kurz zeigen ich könnte jetzt schon theoretisch Herzog werden weil ich habe die Gebiete von der Lausitz um Herzog zu werden und auch von der Ostmark habe ich genügend aber Titel hat denselben oder einen höheren Rang wie der Haupttitel den euer Lehnsherr trägt weil mein Lehnsherr ein Herzog ist kann ich nicht selbst ein Herzog werden ich müsste also vorher unabhängig von ihm werden deswegen reden wir ja die ganze Zeit darüber äh lieber Brutus dass wir irgendwie unabhängig werden müssen so ein weiterer Vorzug hier ist möglich ja was machen wir ich denke wir nehmen jetzt die professionelle Arbeitskraft und ich nutze jetzt mal mein Geld ich baue mal ein paar ich baue hier mal den Getreideäcker Getreideacker auf die nächste Stufe und Tangamünde jedenfalls das bringt uns nochmal richtig Geld so ja danke Kujervo kurz bevor du deinen Kommentar geschrieben hast habe ich auch wieder dran gedacht dass ich Gebäude bauen wollte ich meine Bistümer genau also wie gesagt ich dachte immer dass Bistümer automatisch an den Bischof gehen aber ich hatte es auch schon mal ich glaube mit meinem Let's Play mit West Ex was ja aktuell noch läuft in England ist auch sehr spannend schaut auf jeden Fall auch mal vorbei das kommt immer in Videoform ähm ja keine Ahnung guter Graf ja möchte ich jetzt hier Prestige investieren um die Meinung zu verbessern ich glaube ehrlicherweise nicht ehrlicherweise nicht ich brauche das Prestige selbst ist das andere Herzogtum auch beim selben Träger ach so warte mal Age of the Play du meinst angeblich ne das glaube ich aber nicht du meinst weil die Ostmark warte mal ne hier ist also Ostmark kann ich auch nicht schaffen Titel hat denselben oder einen höheren Rang wie Haupttitel den der Träger hat deswegen geht das nicht also ich weiß nicht ganz was du dann meinst Age of the Plate da steht doch unten vergeben an ist dann da ist da dann nix ich kann es vergeben an Leute also wie soll ich das jetzt erklären das habe ich vorhin schon mal erklärt Age of the Plate ich kann das jetzt an irgendjemanden hier vergeben aber sobald ich das jetzt hier an jemanden vergebe gehört das nicht mehr zu meinem Reich das gehört dann dem Herzog von Westfranken also das ist ja mein Lehnsherr das heißt dann würde ein Vassal entstehen der gleichberechtigt ist zu mir aber mir nicht mehr untersteht deswegen will ich es ja nicht hergeben verstehst du das ist der Hintergrund das ist der Hintergrund hinter all dem ja ja wenig Gemeindekontrolle das weiß ich auch eine Rodung sind das hier irgendwie Zwillinge ha Stadt von Potsdam vor einigen Monaten begann Bürgermeister Leuderik mit der Rodung von Wäldern um die Besiedelung von Potsdam voranzutreiben Bäume werden entwurzelt Wege werden geschaffen der Boden wird begradigt Potsdam wo ist denn das kann ich das hier irgendwie mal genauer sehen ah hier hier gibt es doch schon eine Stadt Ratsverwalter Leuderik hat jetzt einen Brief von Leuderik erhalten in dem er eine Minderung seiner Aufgebotspflichten erbittet da er die Arbeiten unbedingt vor der Erntezeit abschließen möchte verringertes Truppenaufgebot für Brandenburg oh das ist hart das kann ich nicht machen vor allem für 10 Jahre wenn ich jetzt einen Krieg habe ich brauche ich brauche die Aufgebote ganz klar wobei ich lustigerweise hier unten durch Aufgebote ich bekomme durch Berlin unfassbar viele Aufgebote und auch im Süden ähm Truppen zum Baudienst einziehen könnte ich das würde aber auch die Aufgebotsgröße verhöhnen Gebäude Baukosten naja wir haben jetzt eh schon unsere Gebäude begonnen ne ich würde eher fast das Gegenteil sagen wir machen vergrößertes Truppenaufgebot wir erhöhen nochmal das Truppenaufgebot so Beeinflussung es wird persönlich so ich denke er konzentriert sich auf diplomatische Angelegenheiten nein ich hörte er ist Krieger er ist ein Krieger auf jeden Fall der hat 14 bei Kriegsführung das ist sein bester Wert er ist ein Experte für offenes Gelände was in seiner Antwort bat mich Graf Adalbert von Ansbach meine persönliche Anfrage zu unterlassen um mein Thema zu bleiben aber er ist ein Krieger sorry das ist so offensichtlich das kann doch jetzt nicht sein dass das nicht geht wir verlieren wieder toll na gut zu welcher Grafschaft gehört das Bistum das ist ja das Problem das ist das ist ein eigenes es gibt nur die Grafschaft Havelberg und das Bistum Havelberg ist die einzige Baronie die es da aktuell gibt ich könnte jetzt hier ein neues Besitztum noch errichten dann wäre es wahrscheinlich möglich es gibt keine Burg in dieser Grafschaft das Bistum ist eine Burg und eine Grafschaft in einem das ist ein bisschen seltsam kann man ein Bistum in eine ein Bistum in eine Burg umwandeln nicht dass ich wüsste ich glaube nicht dass das geht Friedrich Wilhelm wird erwachsen so unser Erbe wird erwachsen hat ganz gute Werte und er wird ein knausriger Buchhalter das hätte besser laufen können aber Verwaltung plus 4 bekommt er nochmal und ja Lebenswandel plus 20% das ist doch ganz in Ordnung 6, 9, 11, 8, 9 das ist doch ein Erbe mit dem können wir mit 47 Jahren auf jeden Fall arbeiten finde ich finde ich vollkommen in Ordnung ähm ah wir haben ganz vergessen hä warte mal wieso wird denn der jetzt mit 15 schon erwachsen also irgendwie ach ne jetzt hab ich mich verguckt da ist unser Sohn wir haben immer noch keinen Ehepartner jetzt müssen wir einen Ehepartner für ihn finden gibt's jetzt jemanden der ein Bündnis mit uns machen würde immer noch keine guten Bündnisse das ist ja lächerlich das ist so lächerlich ja gut dann werde ich die Frauen nicht nach den Bündnissen auswählen sondern nach der besten Partie für ihn weil was bringen uns jetzt hier so schlechte Leute ich mein wir sind so mächtig ja machen wir's anders dann suchen wir die Frau mit der besten Summe aller Werte die ist leider zu alt 42 wir brauchen jemanden in seinem Alter ungefähr ah die sind alle zu alt zu alt zu alt oh 21 ein Genie zornig ja gefühllos aber tapfer aber ein Genie 9 14 6 12 13 das wäre nicht schlecht die ist 21 und damit ist sie jung genug und der Rest äh ist nicht mehr so gut Katharina von Abendsberg Friedrich Wilhelm würde leider bei der Hochzeit 100 Prestige verlieren aber das ist sogar eine vererbliche Eigenschaft und Genie kommt selten vor das wäre super wenn wir das vererben könnten deswegen machen wir das auch wenn wir dadurch gar kein Bündnis bekommen ich will einfach nur mal eine gute Frau haben für meinen Sohn sehr schön den haben wir jetzt achso halt äh ja bevor ich's vergesse ich hab doch jetzt bestimmt in Berlin genügend Kontrolle oder? 100 Kontrolle ach hat er automatisch dann wieder aufgehört ja hat er ähm hier hab ich nur 3 Kontrolle in Witten wartet mal das ist Entwicklung 7 hier ist sogar Entwicklung 8 ich glaub in Wittenberg wird sich's auch lohnen die Kontrolle zu erhöhen fang mal in Wittenberg an mehr Kontrolle in den Gemeinden bitte Dankeschön Balthasar könnte noch einen Vormund bekommen ja kann ich jetzt eigentlich auch selbst mal machen ich mach's einfach mal noch selbst hier die war ja verheiratet ja und wie gesagt nach wie vor ich würde gerne meine eine Tochter noch nicht verheiraten die Elise wohl bei die ist auch schon 14 die muss ja auch mal langsam heiraten ähm weil hier ist immer noch keine Bündnismacht möglich Obino 600 ist das Beste was da grad geht und wenn ich auf Matrilinear gehe dann gibt's grad nochmal ach dann ist Obino immer noch möglich aber der ist halt 72 der Typ und hä der ist von niedriger Geburt und der hat einen Titel in Orbino weil er Oberbürgermeister ist aber der Titel wird doch nicht vererbt oder der der Titel eines Bürgermeisters wird doch in der Regel nicht vererbt das würde ja auch gar keinen Sinn machen republikanisch genau deswegen bringt uns das nicht viel ja gut der Kollege hat viele Ansprüche auf Böhmen aber ne ich lasse ihn tatsächlich noch ein wenig unverheiratet bis wir hier endlich ein Herzogtum sind ähm der Krieg hier unten in Böhmen läuft übrigens sehr gut für den Kaiser und Ungarn hat Gebiete in Böhmen das ist auch interessant ähm Wahlen im Römischen Reich ja es sind durchgängig Wahlen im Heiligen Römischen Reich das ist nichts Neues also das wird das wird der Sohn des aktuellen Kaisers werden der wird auch wieder Kaiser werden bin ich mir ziemlich sicher schauen wir es uns noch mal kurz an ah von Böhmen der bekommt zwei Stimmen ja ne was König Bredislav von Ungarn bekommt sechs Stimmen bei der Kaiserwahl wie bitte was läuft denn da falsch ach du Schande Holland bekommt zwei Stimmen und Prinz Kaspar vom Haus Zeringen das ist der Sohn des aktuellen Kaisers bekommt nur fünf Stimmen ja das ist aber krass das sind aber viele Leute die da was fünf ja aktuell würde der König von Ungarn Kaiser über das Heilige Römische Reich werden ich glaube ich spinne Brandenburg sieht aus wie ein See ich finde Brandenburg sieht schon gar nicht so unrealistisch aus zu seinen späteren Grenzen ich müsste es halt nur ein bisschen so gerade rücken ich müsste es nur ein bisschen gerade rücken ähm das ist jetzt echt verrückt so der wählt natürlich seinen Sohn aber der Herzog und auch hier wir selbst äh nicht wir selbst sorry unser unser Herzog die wählen beide den König von Ungarn aber der ist doch unabhängig ein unabhängiger König der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs wird was hat denn das für eine Folge das kann ich mir gar nicht vorstellen ehrlicherweise das kann ich mir gar nicht vorstellen das ist verrückt wir sind mittlerweile bei 79 Likes das freut mich sehr dass es euch so gefällt und dass wir weiterhin über 100 Zuschauer sind ähm ja hier wird wie gesagt noch der Krieg geführt aber das interessiert uns ehrlicherweise gar nicht so sehr wir haben hier noch unser Komplott zwei Komplotte sozusagen am Laufen und ja wir haben nach wie vor eben das Problem dass wir kein Herzog werden können weil wir leider nicht unabhängig werden können von dem Kollegen seid gegrüßt Graf sie gewinnt von Brandenburg ich lade euch zu einem Festmahl ein ja ein Festmahl nehme ich immer gerne an das ist immer diese besondere Musik das erinnert so ein bisschen an römische Republik damals ähm was wollte ich jetzt eigentlich schauen ich wollte gar nicht hierher ich wollte zu den Fraktionen gegen euren Lehnsherrn ah mittlerweile hat sich hier der Graf von Nördlingen noch mir angeschlossen der hat 880 Männer plus unsere 1300 dann sind wir bei 2100 das sind ungefähr so viele wie unser Lehnsherr hat ja ziemlich genau wenn wir jetzt noch ein paar Leute dazu gewinnen könnten zum Beispiel den Adalbert dann wäre das super wobei hier ist die Meinung vom Lehnsherrn schon recht hoch jeweils deswegen weiß ich nicht ob wir das irgendwie hinbekommen aber egal wir feiern jetzt ein Fest liebe Freunde herzliche Begrüßung Graf Guttart begrüßt uns zum Fest Gaius damals Römische Republik ich war dabei dafür stehe ich mit meinem Namen sehr gut God of Empire äh komisch bei mir sind alle Bistümer im Besitz von dem Bischof in meinem Rat ah aber ich hab die doch hab ich die nicht bekehrt wartet mal doch ich hab Havelberg katholisch gemacht apropos ich könnte ein paar weitere mal bekehren Berlin könnte ich mal bekehren als nächstes ne kein Anspruch auf eine Gemeinde fingieren sorry das wollte ich nicht sondern Berlin bitte einmal bekehren bekehre ich jetzt aktuell oder nicht doch ich bekehre ja genau wir bekehren jetzt Berlin wie gesagt Havelberg ist katholisch und nach wie vor kann ich es nur an weltliche Herrscher geben keine Ahnung was das soll ähm die Provinz zu dem Bistum doch wie gesagt die Provinz ist katholisch nur die Kultur ist noch eine andere ich weiß nicht ob das noch Auswirkungen hätte Graf Adalbert wurde leider nicht beeinflusst das ist traurig aber wir versuchen es mal weiter ok 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 crazy ja das ist auf jeden Fall verrückt ich denke ich werde mal morgen Nachmittag noch ein bisschen auf jeden Fall auch weiter streamen also seid da auf jeden Fall dabei und dann nächste Woche aber das werde ich alles ankündigen ähm in meinem Community Post also wenn ihr abonniert habt werdet ihr das mitbekommen wann ich hier wieder live streame mit Brandenburg auf jeden Fall und auf meinem Discord werde ich es auch ankündigen Link wie immer in der Videobeschreibung Verdacht von Hexerei ja sie muss brennen Hexen brennen bei uns standardmäßig da wird nicht lange rumgefackelt herrlicher Witz so ähm wir können Zahlungen hier verlangen 50 nehme ich immer gerne gegen die Druckmittel und wir könnten unser Glaubensoberhaupt auch um Geld wieder mal bitten aber 100 Rukad ist mir aktuell zu wenig Geld was ich jetzt aber mal mache dass wir militärisch stark genug bleiben ist ein Gebäude zu bauen und zwar ich denke mal eine Kaserne eine Kaserne in Brandenburg bitte ich finde es spannend dass wir in Berlin mehr Truppen haben als in Brandenburg das gibt doch irgendwie wenig Sinn oder Motte 175 klar ist alles reduziert wegen Domänenschwelle das weiß ich ja ah ok hier ist noch Weideland deswegen ist es erhöht das macht Sinn ist der Bischof Arzt blockiert das vielleicht die Übernahme des Bistums also mein Bischof ist Arzt aber was hat denn das damit zu tun meinst du das würde da meinst du das würde das blockieren weil er Arzt ist das also das wäre ja verrückt also er ist mein Hofarzt aber ich will ihn jetzt auch nicht ungegangen verlassen also wüsstest du das sicher Jori Zolino wenn der jetzt kein Arzt mehr ist dass der das übernehmen kann das wäre ein bisschen seltsam weil wieso sollte der kein Hofarzt sein können und der kann doch trotzdem Land haben oder er hat halt nur aktuell tatsächlich kein Land ähm ich kann ihm auch keinen Titel vergeben weil er ein theokratischer Bischof ist aber ein theokratischer Bischof müsste doch Titel bekommen Tempelbesitztümer werden an den Reichspriester ihres Trägers verpachtet der dann als theokratischer Vassal fungiert ich habe auch aktuell keine Einnahmen durch meinen Bischof nur Vassalensteuer sehr seltsam oh es gibt mal wieder einen Bauernaufstand yay ui das sind diesmal oh verdammtes Schande sind das viele Feinde ach hey und die sammeln sich auch noch ja ich habe die Bauern ein bisschen unterschätzt muss ich sagen ich habe die Bauern ein bisschen sehr unterschätzt ich glaube ich werde hier nochmal auf eine erhöhte Größe gehen wehe wenn die sich jetzt hier vereinigen die Bauern dann kann ich nämlich die Schlacht nicht gewinnen wieso habe ich nur so wenig Männer gut weil die Bauern halt wahrscheinlich gegen mich rebellieren nicht wahr ja verdammt ja die verbinden sich auch noch oh Gott wie soll ich denn das jetzt gewinnen ich dachte jetzt hier ein paar Bauernaufstände ist kein Problem unser Lensee hat den Krieg gegen Herzog Dietrich den zweiten gewonnen schön für ihn äh und äh verdammt jetzt habe ich nicht hingeschaut vielen Dank für das Abo das da gelassen wurde das freut mich sehr ne ich habe sonst keine Tempel in meinem Besitz glaube ich stehen ähm ich muss gleich mal schauen ob ich da eine Burg bauen kann äh wartet mal ich habe das jetzt voll unterschätzt wie stark die sind diese Bauern das macht mir gerade ein bisschen Sorge weil er kein unabhängiger Herrscher ist kann ich keine Unabhängigkeitsfraktion machen das macht überhaupt keinen Sinn glaube ich hoffe ich denke ich weiß ich jetzt auch nicht ja die vereinnigen sich jetzt hier und jetzt habe ich 1100 Bauern gegen mich was mache ich denn jetzt kann ich irgendwie ich könnte tatsächlich jemanden als Verbündeten rufen der hat 2000 Männer ah das kostet mich gar nicht ja dann rufe ich den zu den Waffen meinen einzigen Verbündeten den ich noch habe aus Irland gegen die Bauern das ist schon traurig muss man sagen so wie laufen die Wahlen oh aktuell hat der Sohn tatsächlich wieder vom aktuellen Kaiser 6 Stimmen und der König von Ungarn nur noch 5 ne ich habe mich verguckt stopp kann ich das hier naja kann ich glaube ich nicht ähm der König von Ungarn doch ist richtig hat 5 und der andere 6 ok ein weiterer Vorzug ist möglich ähm Entwicklungszuwachs würde es achso aber das verstehe ich nicht ganz bei der Zentralisierung steht Entwicklungszuwachs in Reichsitz gibt mir das wirklich nur in meinem Reichsitz also nur in Brandenburg 0,3 Entwicklung das ist aber nicht sehr viel Entwicklungszuwachs hm wobei naja gut schlecht ist es nicht aber ich glaube aktuell ist die Verteidigungsstärke wichtiger deswegen machen wir das Dublin eilt zur Rettung ja absolut was kann man Bauern nicht stärken und zu Verbündeten machen gegen Leensherrn ich wüsste nicht wie das gehen soll Matt Henry wenn du das weißt wie das gehen soll sag mir das gerne aber meines Wissens ist das nicht möglich so Dublin wird uns auf jeden Fall zur Hilfe eilen aber wir haben ja echt wenig Truppen unser Aufgebot ist total verringert verstehe ich nicht ganz wieso das so verringert ist nicht hier sind noch Truppen nicht ausgehoben worden ähm was haben wir denn jetzt hier recht zufrieden Balthasar ist zufrieden ja das ist in Ordnung ah jetzt aber jetzt kann ich meine Armeen zusammenfassen jetzt jetzt sind meine Truppen da paar mehr müssten es noch werden aber wir haben jetzt leider schon tatsächlich die erste Belagerung verloren unsere Bekanntschaft Radislav ist gestorben okay naja gut ähm es kann gut sein dass das ein Bug ist ich weiß es nicht wenn die Iren in Berlin einmarschieren ja die Iren waren schon mal da und haben uns gerettet tatsächlich Elise wird erwachsen und ist äh ja nicht verheiratet weil wir leider niemanden finden der ein gescheites Bündnis für uns wäre eine Intrigenspinnerin oh okay oh ja wobei das ist jetzt mal ein Bündnispartner 1200 Männer 1100 jetzt haben wir doch ein paar interessante Bündnispartner das ist jetzt neu aber halt ah das wäre aber nicht matrilinear ja gut matrilinear können wir gleich sowieso vergessen nur mit Urbino aber die ist doch sowieso sehr weit hinten in unserer Thronfolge oder ja also wir haben vorher noch zwei ältere Töchter da ist ja die eine sowieso auch nicht matrilinear verheiratet wir haben ja noch unsere Söhne ich meine für ein Bündnis wäre es nicht schlecht dafür müsste man wissen wo ist denn Breiv ne ach in Irland auch das könnte aber Probleme mit Dublin geben wenn dann da das könnte Probleme geben hier an der Grenze zur Byzanz oh Byzanz hat sich auch ziemlich ausgebreitet oder ich weiß dass wenn ich über der Domänengrenze bin das negativen Einfluss hat und ich weiß auch dass die Kontrolle in meinen Gemeinden gering ist ich habe sogar Tutorial Videos dazu gemacht keine Sorge das hat aber alles seine Gründe also ich bin ja schon dabei die Kontrolle zu erhöhen in meinen Gebieten mit meinem Rats Kollegen und mit dem Lebenswandel werde ich auch bald stärker bei der Domäne sein aber ich kann ja aktuell kein Herzogtum gründen das ist ja das Hauptproblem ich will ja ein Herzogtum gründen so ähm ja machen wir jetzt ein Bündnis oder nicht ne ich glaube ich lasse sie mal noch in unserer Hinterhand sag ich mal so das Problem ist wir sind einfach zu schwach wenn die Bauern uns jetzt angreifen dann verlieren wir wahrscheinlich die Schlacht einfach weil sie 500 Männer mehr haben heißt folgendes wir ziehen uns einfach mal zurück wir laufen einfach mal ganz weit in den Westen und lassen sie mal fleißig belagern weil Dublin wird kommen sage ich euch Dublin wird kommen und wird uns schützen so das Problem ist natürlich jetzt hier Brandenburg ist ein bisschen ungünstig wenn das denen in die Hand fällt das ist halt unser Haupt unser Hauptsitz da sollten wir bevor er fällt uns selbst davon stehlen und anführe unsere Armee werden wie lang braucht den Dublin schauen wir mal kurz haben die schon Truppen ausgehoben oder haben die selbst eine Schlacht einen Krieg oh die haben selbst einen Krieg ah die sind selbst noch in einem Krieg oh Gott oh Gott oh Gott ja bis die kommen aber die sind kurz davor glaube ich ihren Krieg zu gewinnen oder wenn die jetzt das hier noch erobern dann hoffentlich kommen die zu uns weil sonst müsste ich wahrscheinlich irgendwie noch Söldner anheuern dann würden wir es schon gewinnen mit Söldnern aber das wäre billiger wenn Dublin käme ah weil die dürfen jetzt nicht unseren Reichssitz bekommen ich schaue sicherheitshalber mal Söldner sind wahrscheinlich zu teuer aktuell oder 192 wir würden halt mit negativ Geld oh die sind nicht mal verfügbar weil ich zu wenig Geld habe oder negativ Geld sage ich schon mit Schulden zu kämpfen ist auch nie empfehlenswert thüringische Klingen wären verfügbar Kavallerie aber sehr teuer sehr teuer ich meine wir hätten eine sehr oh Gott Brandenburg fällt gleich Himmelswillen wir hätten eine hohe Elite Güte wir können uns nicht stärker als zwei Jahre verschulden oder wir probieren trotzdem mal in Unterzahl anzugreifen warte mal wie würde das ausgehen ihr werdet wahrscheinlich verlieren verdammt wir haben halt die höhere Güte aber was bringt uns das ist das echt ungünstig weil Dublin braucht noch länger und wenn wir unseren Reich Sitz verlieren was setzen denn dann die Bauern noch mal durch die würden einiges durchsetzen wenn wir da kapitulieren das heißt wir könnten einfach mal versuchen die Schlacht zu suchen es ist schon ein hartes Leben an der Ostgrenze im HRR absolut aber ich habe mir ja die Herausforderung gewünscht und das war fast der mitschwerste Start der möglich war wahrscheinlich verlieren aber wahrscheinlich heißt nicht auf jeden Fall oder aber es ist halt schon sehr wahrscheinlich dass wir verlieren würden ah ich weiß es nicht sollten wir angreifen oder nicht können wir noch irgendwas machen können wir noch irgendwie unsere Ritter verbessern wir haben sechs von sechs Rittern der Josef kämpft mit ja wir haben schon gute Ritter dabei also so naja gut durchschnittliche sollten wir wie gesagt sind zu teuer können wir uns auch gar nicht leisten also viel mehr können wir nicht machen ich würde es einfach mal testen ich würde es einfach mal probieren wobei halt die höhere Güte nicht nicht so viel sagt ne ich würde sagen wir wir stürzen uns jetzt mal in die Schlacht auch wenn wir die Schlacht verlieren dann haben wir es wenigstens versucht in Unterzahl Bauernaufstand zu bekämpfen ist nicht leicht wir haben sogar minus 10 was hat denn der das gibt es doch nicht wie wie also das leute das doch unrealistisch oder dass ein Bauernaufstand von jemandem angeführt wird der einen Wert hat von 22 und dann noch führt eigene Truppe plus 5 und Schwerpunkt auf Friederlichkeit plus 5 also das ist doch lächerlich wenn wir glaube ich jetzt hier deutlich besser noch wären als der oder der deutlich schlechter hier beim Befehlshaber dann würden wir die Schlacht gewinnen aber ich glaube so verlieren wir es jetzt da bringen uns auch unsere Güte nichts mehr ja 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 wir verlieren hier viele unserer Truppen die haben immer noch doppelt so viele die Feinde unser Ritter wurde von einem feindlichen Soldaten verwundet minus 40 what the hell ja unser Vorteil ist weg oh Gott oh nein unser Ratsmitglied Josef ist tatsächlich verstorben unser starker Ratsmarschall ist in der Schlacht gestorben gut gegen den Bauernaufstand zu verlieren ist natürlich ein bisschen ungünstig insbesondere den Ratsmarschall zu verlieren ist so richtig bitter ja jetzt ist ja aber es war recht ausgeglichen in der Mitte jetzt müssen wir uns tatsächlich zurückziehen oh wie bitter ist das wie bitter ist das Freunde jetzt wird sogar die Berufung als Ratsspitzel zurückgenommen wie enttäuschend wie enttäuschend äh ja wir brauchen einen neuen Mann und wir nehmen natürlich uns selbst dass wir nicht gefangen genommen werden hä wieso kann ich das jetzt nicht machen ah weil die ja mäßig noch zurückzieht oh verdammt oh verdammt das wird richtig knapp und wir brauchen natürlich einen neuen Ratsmarschall wer wäre denn da der Beste tatsächlich dieser Zoppis Love nehmen wir den doch 15 ist zwar nicht so gut wie der alte aber was passiert wenn ich gegen den Aufstand verliere es wäre glaube ich kein Weltuntergang wenn ich mich nicht täusche was wollen die denn nochmal die Kontrollestufe wird um minus 75 verändert das ist halt schon recht das ist schon richtig bitter eigentlich und erhält größere Autonomie bei allen aufständischen Grafschaften und das waren leider ziemlich viele das waren leider ziemlich viele die da dabei sind vier Stück gleich Lubsko Berlin Jüteborg also es wäre schon echt ungünstig aber es wäre kein Weltuntergang sage ich mal aber ja wie gesagt wir müssen eigentlich nur Zeit schinden dafür bis Dublin kommt bis die Iren kommen und uns retten vor diesen Bauern wer hätte gedacht dass so ein Bauernaufstand uns so das Genick brechen könnte na komm dann bin ich jetzt endlich fertig geflohen jetzt so jetzt nehme ich mich mal selbst aus der Partie sozusagen raus und ich gehe tatsächlich mal nach Ruben und versuche das mal zurück zu belagern weil Brandenburg wird jetzt halt leider gleich fallen meine Hauptstadt fällt gleich und wahrscheinlich sind die Iren immer noch mit ihrem Krieg beschäftigt ja oh macht doch endlich Frieden ihr seid bei 78% verdammt verdammig führt ihr jetzt hier noch eine Schlacht bitte eine finale Schlacht führen und gewinnen das wäre super ne ich glaube die müssen das hier noch erobern tatsächlich oh man oh man oh man oh man oh man ja und Brandenburg fällt jetzt gleich das macht es nicht gerade leichter wir beschleunigen mal ein bisschen ja gleich fällt Brandenburg und wir haben nur die Hälfte der Truppen noch hier ich glaube nicht dass wir hier gut zurückerobern können ähm ich verlege mal den Sammelpunkt bitte hierher und werde hier nochmal die neuen Ritter ausheben wobei der Typ ist ja ein Idiot also hier der hat nur Stufe 2 vollkommen inkompetent und ne das ist ja auch noch unser neuer Ratsmarschall ja da uh ups kann ich den irgendwie wieder auflösen bitte ja du darfst wieder nach Hause gehen das ist kein guter Ritter sorry habe ich mich da gerade versehen ne das wäre doch ein guter Ritter das wäre der beste Ritter gewesen neun ich habe mich verschaut aber wenn halt der nächste Ratsmarschall stirbt dann haben wir ein Problem oder was haben wir denn noch hier so für Leute ne 10 also von 15 auf 10 ist schon hart nochmal zu fallen mh ja ich muss das Geld im Notfall sogar für Söldner sparen deswegen lassen wir das mal ich bekomme nach wie vor nur 100 Dukaten vom Papst das ist zu wenig ui sein Kind zu überleben ihr hattet so viel Hoffnung für dich ich hatte so viel Hoffnung für dich mein liebstes Kind die Dinge die Dinge die du lernen solltest erleben solltest tun solltest dir standen so viele Möglichkeiten offen ein ganzes Leben wartete auf dich vielleicht hättest du eines Tages selbst Kinder gehabt aber jetzt wird nichts mehr daraus passieren tatsächlich ist mein Sohn Balthasar gestorben er wurde tatsächlich während der Belagerung von Brandenburg getötet oh shit wir bekommen 44 Anspannung und damit kommen wir über Anspannungsstufe 1 aktuell können wir auch äh wie bitte? oh wartet mal ok shit ok Balthasar ist tot und meine Gemahlin die ist auch gestorben bei dieser Belagerung durch die Bauern also immerhin das einzig Gute daran ist dass mein Spielererbe noch lebt hei 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 das wäre ungünstig wenn der jetzt gestorben wäre geistiger Zusammenbruch na super also entweder ich werde melancholisch was nicht so toll wäre oder ich werde appetitlos Diplomatie minus 1 Kampfgeschick minus 3 oder eingefrorene Trauer Gesundheit moderater Malus Anspannungszuwachs minus 20 Komplottstärke für persönliche Komplotte minus 20 was sind denn persönliche Komplotte? ja da haben die die Bauern tatsächlich die halbe Familie abgeschlachtet das seht ihr mal wie spannend dieses Projekt hier gerade ist eingefrorene Trauer ich bin ja gar nicht so gut hier 2, 6, 7, 5, 7 da wäre mein Spielererbe tatsächlich mittlerweile besser wenn der ich sag mal an die Macht käme deswegen nehme ich mal hier die eingefrorene Trauer ihr werdet nicht mehr von Anspannung übermannt das ist schon mal gut so Bündnis ist ausgelaufen mit Earl Murchard oh nein ist der aber noch in unserem Krieg dabei bitte ja der Iris ist noch in unserem Krieg dabei aber das Bündnis ist jetzt weg da Margarete und Donchard nicht länger verheiratet sind wieso das Margarete was wieso ist Margarete nicht länger verheiratet ist der gestorben ihr Ehemann äh und jetzt ist auf einmal ihr Lehnsherr ach ne das bin ja ich ihr Lehnsherr ja ok Margarete ist 32 dann sollten wir mal eine neue Partie für sie finden und bitte mal eine mit Bündnismacht aber Matrilin ja ja herzlichen Glückwunsch wieder mal Ubino der Oberbürgermeister mit den 74 Jahren sonst findet sich hier keiner äh ja gut das ist jetzt natürlich echt unschön dass das keiner möchte gerade Matrilin ja Beatrix ist ja noch verheiratet die Elise ich glaube wir sollten da jetzt mal nach ne nach ne Bündnismacht suchen die uns hilft Ancona ist halt sehr weit im Süden 1100 Männer wäre nicht schlecht wenn wir das Bündnis noch haben aktuell haben wir nämlich gar kein Bündnis mehr und das darf nicht sein das darf nicht sein Breifne Nördlingen ah Nördlingen das ist doch ein anderer Vassal genau ein anderer Vassal hier Ludwig von Reinfeld das ist der jüngere Bruder da kriegen wir leider nichts Matrilineares hin ah schwierig 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 ja die Erbfrage ist jetzt mittlerweile auf jeden Fall geregelt es gibt nur noch einen Sohn aktuell bei uns der Erbt Grafschaft von Nördlingen die wären halt relativ nah da der von Ancona hätte zwar 100 Männer mehr aber ist sehr weit im Süden ich glaube Nördlingen würde schon Sinn machen Matrilinear will er ja nicht ne ja das war klar ne ich habe lieber jetzt noch eine Absicherung mit einem Bündnis nicht dass ich jetzt wieder da stehe und werde angegriffen und dann haben wir ein Problem Elise würde sogar 200 Prestige bekommen ja wir machen das mal wir brauchen einfach wieder ein Bündnis und wie sieht es jetzt aus ah wir haben immer noch nicht einen anderen Krieg gewonnen 83% sind aber kurz davor hier eine Belagerung noch zu gewinnen aber wir haben einen neuen Bischof erhalten der hat nach wie vor kein Land und ich kann das nach wie vor nicht an ihn abgeben richtig genau sehr kurios als Graf ohne Ruhm bekommt man schwer gute Bündnisse Matrilinear eh nicht ja ja genau ich meine wir haben die Ruhmstufe aktuell hervorgetan aber könnte natürlich besser sein es ist Stufe 2 bis zum Weg Illuster ist es noch hart so jetzt ist das Problem die werden jetzt wahrscheinlich auf uns marschieren oder ich glaube kaum dass die jetzt irgendwie einen Berlin Halt machen ich werde das jetzt trotzdem mal beobachten ok wir haben jetzt ein Bündnis ah können wir den auch noch zu den Waffen rufen bitte ja bitte komme du bist ja sowieso in keinem Krieg du könntest uns jetzt gegen die Bauern helfen und retten stimmt jetzt bin ich ja nicht mehr verheiratet fällt mir gerade auf das Problem ist ich eigentlich will ich jetzt ja keinen Sohn mehr haben das heißt ehepartnermäßig Bündnis macht natürlich bei mir bei mir kommen die ganzen Jungen bei ich könnte es auch so rum sehen die würde erst in 10 Jahren ich sag mal gebärfähig sein in 10 Jahren bin ich 59 die Wahrscheinlichkeit dass ich vorher sterbe ist ziemlich hoch oder aber Ansbach die ist sogar ein Jahr alt da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher dass wir sozusagen gar nicht heiraten wieso sind denn die orthodox in Ansbach auf einmal aber wir würden auch noch mit Ansbach uns verbünden ein weiterer anderer Vassal unter unserem Herzog was uns glaube ich wirklich was bringt ja dann machen wir ein Verlöbnis mit Theodildina und das bringt uns auch ein Bündnis mit Ansbach ich bekomme sogar noch 100 Prestige immerhin aber nur wenn wir heiraten was wahrscheinlich nie passieren wird so seine Enkelin ist das übrigens so seine Enkelin hat sich jetzt auch mit uns verlobt genau ich habe jetzt selbst nochmal geheiratet und wir rufen einfach noch einen Verbündeten weil wieso nicht je mehr Verbündete umso besser ja ok wie erwartet marschieren die weiter die wollen unsere Armee besiegen deswegen ziehen wir uns mal hier irgendwie nach Süden zurück bitte und zwar schnellstens wie lange brauche ich denn dafür steht hier gerade vier Monate verbleiben ich brauche bis zum fünften März nee achso das war der gesamte Weg jetzt habe ich mich schon gewundert meine Güte wir ziehen uns mal hier zurück würde ich sagen das kann er ja gar nicht abfangen genau so die helfen mir alle in meinem Krieg gegen die Bauern ja ich hoffe die Truppen kommen jetzt auch weil wir sind schon bei minus 41% so beide helfen nein wieso oh nein wieso kommen die jetzt oh shit die können uns tatsächlich abfangen sechs tage verbleibend ja bis da mal Leute loskommen oh nein oh nein oh nein okay wartet mal jetzt jetzt brauche ich einen anderen Armee Befehlshaber nicht mich selbst sonst sterbe ich noch wobei es wäre gar nicht so schlimm wenn ich sterben würde weil dann würde ja mein Sohn erben könnte ich vielleicht doch selbst kämpfen aber wenn die mich gefangen nehmen wiederum dann wäre der Krieg verloren gegen die Bauern na das wollen wir lieber nicht das wollen wir lieber nicht kann ich noch woanders hinfliehen ich komme hier erst ich komme hier erst in sieben Tagen an und die kommen schon in sechs Tagen wow es geht wieder mal um einen Tag in dem die schneller sind hier die Bauern wieso sind Bauern überhaupt so viel schneller genau Edge of Plate schreibt es richtig man will halt unbedingt einen Sohn als Erben aber auch nur einen danach nur noch Töchter zum Verheiraten bei Bundteilung korrekt alle anderen Söhne müssen ins Kloster richtig oder in den Kerker oder wo auch immer hin oh Gott ja ich brauche nochmal kurz was zu trinken bin gleich wieder da also das ist echt ungünstig gerade ich gehe mal nicht davon aus dass wir irgendwo anders schneller hinfliehen können oder ich teste es mal acht Tage neun zehn keine Chance ja dann gute Nacht für diese Schlacht die Feinde haben 700 Männer mehr und hier diesen hervorragenden Befehlshaber bitte zieht euch doch jetzt schon mal zurück wann kann ich mich denn zurückziehen wehe wenn die meine ganze Armee vernichten okay ich kann ich kann fliehen oh nein aber ich fliehe nach da oben und ich glaube die verfolgen mich oder ja die wollen mich abfangen und vernichten oh nein meine Verbündeten kommen aber sie sind auf dem Weg mit 2400 Männern aber ich glaube die wollen mich hier einmal vernichten ein weicher Teppich farbenfroh und flauschig erreicht mich als Geschenk von Graf Urschatz okay was soll im Königreich vom Pommern eher schwach aber an unserer Grenze tatsächlich selts also schon ein bisschen komisch äh ich werde ihn am besten los glaube ich okay wir müssen jetzt auf jeden Fall hier mit unseren Truppen fliehen sobald wir da ankommen so wann kommen wir da an zwei Tage okay jetzt müssen wir irgendwie den schnellsten Weg hier haben um von den Bauern wegzukommen irgendwie nach Dänemark oder da könnten wir vielleicht doch echt nach Dänemark irgendwie fliehen aber dann sind wir am Ende abgeschnitten von allem hier oben können wir immer weiter fliehen ich flieh mal da weg in die Richtung schauen wir mal ob die uns abfangen können ich glaube unsere Verbündeten kommen ja sie folgen uns nicht und unsere Verbündeten kommen mit 2400 Männern das wird aber auch Zeit dass die kommen wieso ist mein Domain ach so ja mein Domainlimit ist natürlich jetzt wieder erhöht weil ich ja keine Ehefrau mehr hab die mir hilft verdammt das ist wiederum ungünstig also es wäre wirklich sinnvoll wenn so langsam mein Sohn alles erben würde er ist 18 Jahre alt und er wäre bereit würde ich behaupten der Kollege wäre bereit so daher finde ich bei Crusader Kings 2 auch den Weg bis ins Late Game viel spannender als meiner Meinung eine gute Änderung dass man nicht so schnell Einzelerbe als Nachfolgegesetz nehmen kann ja das ist tatsächlich richtig also am Anfang hat es mich ein bisschen fand ich es ein bisschen unschön dass man nicht so leicht Einzelerbe werden konnte aber jetzt verstehe ich schon den Sinn dahinter dass es halt deutlich schwieriger ist dass es eine Herausforderung ist wie man damit umgeht und ja als Europa-Universales Spieler ja versteht man es halt nicht so ganz aber es macht schon Sinn Age of the Blade so die Bauern werden endlich niedergeknüppelt es freut mich sehr das zu sehen keine Chance haben sie gegen meine Verbündeten wenn wir Glück haben ah tatsächlich der feindliche Anführer des Bauernaufstandes wurde gefangen genommen wir können Frieden schließen oh mein Gott Forderung erzwingen diese dreckigen Bauern haben meine halbe Familie abgeschlachtet so Friede herrscht und die Iren kamen nicht die es versprochen haben möchte ich auch nochmal anmerken die Iren sind nicht gekommen und grüß dich Arrow to Gold 870 nice moin so wir haben es geschafft diesen Powernaufstand einmal niederzuknüppeln äh was ist denn das jetzt hier noch für ein Krieg Herzogtum Piemont Krieg Kuneo ja das ist uninteressant ich löse mal meine Armeen auf so jetzt haben wir nach wie vor das Problem mit der Domänenschwelle dass wir da drüber sind wie sieht es denn aktuell aus wir sind immer noch nur zu zweit gegen unseren Lebensherren mit der Militärstärke und mehr wollen nicht beitreten aktuell was ist denn hier mit dem Graf Grythard von Würzburg Würzburg der wäre doch noch jemand Hallo Olp Olp meine Beeinflussung mit wem Graf Adalbert ist noch am entstehen ähm schauen wir mal ganz kurz aber es ist natürlich auch wieder muss man sagen ein hervorragender Mann mit 22 Kriegswert aber ich muss ganz ehrlich sagen ja gut der ist auch nicht äh katholisch ich muss ganz ehrlich sagen also da bin ich jetzt zu sehr im Roleplay drin als dass ich den jetzt irgendwie an unseren Hof holen könnte die Frage ist könnten wir würden wir nur von ihm Lösegeld bekommen oder könnten wir woanders ja auch Lösegeld bekommen und was bringt es wenn ich ihn hinrichte erhält 10 Schrecken ja ok ich hatte jetzt die Hoffnung dass es mir irgendwie Prestige oder verringerte Anspannung bringt aber das würde mir ja gar nichts bringen ihn hinzurichten kann ich sehen wie viel Lösegeld ich bekomme bevor ich das offiziell mache ja tatsächlich also er würde das was er hat zahlen 34 mh ist jetzt nicht so viel ich lasse ihn erstmal noch im Kerker schmoren gib doch deinem Sohn eine Grafschaft ist zwar dann unabhängig aber wegen Druckmittel kannst dich direkt verbünden und bei Tod erbt er den Rest ja eh das ist tatsächlich äh korrekt Age of Plate das könnte ich machen ich habe nur ein wenig ja doch wartet mal das ist gar nicht so dumm ich bin mir ich habe nur ein bisschen Angst dass der dann wenn der da selbst Sachen macht dass dann da einiges schief läuft vielleicht ähm wie stark ist denn jetzt mein Lehnsherr aktuell wow Hauptsache der ist schon entstellt der ist stärker geworden als er vorher war fast 2500 Männer so würden meine anderen Bündnisse dann eigentlich automatisch ne die würden da nicht beitreten die werden nur die die hier sind ne ich bin aktuell eh sehr geschwächt ist die Frage überhaupt was ich ihm dann abgeben würde so hier Gruben könnte ich ihm geben wie viele Entwicklungen haben die denn achso ich sollte meinen Sammelpunkt übrigens wieder mal verlegen bevor ich das noch vergesse so äh ja wie gesagt dieses Havelberg könnte ich ihm geben ähm er würde halt sehr selbstständig dann agieren und eventuell Kriege führen die er verliert das ist so ein bisschen die Gefahr und er ist halt mein einziger Sohn noch der übrig ist naja Havelberg könnte ich ihm auf jeden Fall geben ich meine wie weit Domänenlimit na ich bin noch bin noch ein wenig stark entfernt ne ich bräuchte ja hier noch vier Sachen die werde ich wohl zur Lebzeit nicht mehr schaffen leere Drohungen da setzen wir mal 100 Frömmigkeit ein schade gab es nicht auch irgendwo die Möglichkeit Selbstmord zu begehen ich dachte da gab es irgendwas wobei übrigens ja sobald natürlich mein Herrscher stirbt dann ist auch das Bündnis weg ich trau dem Game nicht richtig richtig nicht dass der dann Bischof wird und der dann nicht erben tut da hast du recht Age of Play das machen wir lieber nicht das ist mir zu unsicher das ist mir viel zu unsicher und eine schon wieder ein Bauernpöbel wurde gegen uns geschaffen wie schnell kommen denn diese Bauernpöbel hier immer Wittenberg was haben die denn alle gegen mich Volksmeinung minus 55 weil Katholizismus ist böse Dankeschön oh Mann ey ich hab halt keine Männer mehr gegen diese ganzen Bauern das ist auch neu ähm so komm mal her achso der bekehrt aktuell ach ja der bekehrt ja Jüteborg ne Berlin war es Berlin ist Berlin noch nicht stimmt ne der bekehrt ja Berlin aktuell ach herrje ja oh Mann das ist jetzt alles ein bisschen echt schwierig mit diesem Safe Stand liebe Freunde es bleibt aber extrem spannend trotzdem ist es auch übrigens sehr spannend mein Let's Play mit Wessex im Jahre 867 da bin ich ja ein sehr kleines Königreich und vor allem gibt es hier riesige Wikinger Königreiche die haben teilweise 5.000 bis 6.000 Männer und ich hab nur am Anfang so 800 oder 1000 das heißt die Feinde sind uns zahlmäßig überlegen und es ist echt schwierig zu überleben in England und groß und stark zu werden unterschätzt das nicht deswegen schaut auf jeden Fall auch mal in mein Let's Play mit Wessex und England rein was aktuell natürlich noch läuft auch das ist sehr empfehlenswert genauso wie schon immer gesagt meine Tutorial Reihe ich hab Tutorials gemacht zum Thema Erbfolge zum Thema Ränkespiele und Intrigen Geld verdienen und auch Religionen extatische Bauern jetzt wird's interessant äh oh ja wir können uns die Anspannung leider nicht leisten hätte ich gerne ich nehme die Geschenke holt voll an es sind leider nur 15 Dukaten Beeinflussung Infiltration oh nur noch 40% oh je ja da sind die 15 Dukaten wieder weg super ganz toll ganz toll ganz toll wieso hab ich denn in Brandenburg nur 71 Kontrolle wie ist denn die Kontrolle hier verloren gegangen kurios sehr kurios ich würde glaube ich noch ein Armeelager bauen ein Armeelager noch in Brandenburg meine Arme erholt sich leider erst sehr langsam hier wieder von dem Bauernaufstand ah wir können wieder Zahlungen mal verlangen aber nur 29 Dukaten von dieser Gräfin hier ach das ist doch meine Enkelin oder was von den inneren was von den inneren hybriden die hat tatsächlich ein earltum ha ich glaube da warte ich bis sie mehr Geld hat bevor ich jetzt das Druckmittel ausnutze aber tatsächlich hier meine Tochter ist landlos aber meine Enkelin hat Land bei den hybriden aha und Haupterbe von ihr ist aktuell weil sie noch keine Kinder hat meine Enkelin ist dann wiederum meine Tochter Margarethe von Aré Wittenberg die üben schon mal die Revolution äh die Reformation ja gebratener Hund richtig okay Heinrich von Schmidtburg vor allem das lustige ist die hatte ja gar keine Lehnsherrin ist das ein unabhängiges Reich Earltum von den inneren hybriden das sieht nach einem unabhängigen Reich aus grüßt dich laut proper spannend ältum von den inneren hybriden das ist ja verrückt das ist ja verrückt meine Enkelin da kann man stolz drauf sein ja man darf das echt nicht unterschätzen dass die Grafschaften Glaube, Kultur und volle Kontrolle haben da werde ich auf jeden Fall in Zukunft genauer drauf achten ich versuche in Wittenberg gerade wieder mehr Kontrolle zu bekommen aber vielleicht hat das ja auch wieder die negativen es könnte aber auch die gemeinte Meinung erhöhen Tja oh ja vielen Dank für denjenigen der gerade nen Like da gelassen hat Baronie von Halberstadt brennt und was haben wir hier volle Vorratskammern sehr gut Pügel oder räuchert es überquellende Vorratskammern für 15 Jahre das oh Garnitionsgröße plus 50% bei allem anderen würden wir leider Anspannung bekommen was nicht so gut wäre Brot für die Bauern könnten wir aber machen Volksmeinung erhöht und Entwicklungszuwachs erhöht aber beinahe leere Vorratskammern das wäre ungünstig wenn Bauernaufstand wiederkommt deswegen Pügel und räuchert es das muss eingelagert werden finde ich gut das finde ich gut ha ne jetzt habe ich schon gedacht wir hätten ein weiteres Mitglied dazu gewonnen aber leider nicht es wollen einfach hier keine Leute mehr hinzukommen was ist denn mit dem hier möchte der nicht dazukommen warte mal könnte ich die nicht mit einem Druckmittel ne ach ein starkes Druckmittel war das was ich bräuchte vielleicht kriege ich ja noch ein starkes Druckmittel warte mal hier steht doch auch noch was wie ich ein starkes Druckmittel im Vergleich zu einem schwachen bekomme oder sehr mächtige Druckmittel die man bekommt wenn man einen Charakter erpresst hat ah ok das ist also immer nur möglich wenn es ein Geheimnis war mehr Wirkung als schwache Druckmittel und mit ihnen kann man andere zu schrecklichen Taten zwingen ok starke Druckmittel hin und ein Ziel daran feindselige Handlung gegen den Träger starke Druckmittel werden durch den Einsatz nicht aufgebraucht sondern haben stattdessen eine Abklingzeit bis man sich wieder einsetzen kann alles klar und meines Wissens bekommen wir das echt nur wenn man ihn erpresst hat kennt man das Verbrechensgeheimnis eines anderen Charakters ja ok also das heißt er muss ein Verbrechen begangen haben das müssen wir aufdecken ich verstehe dann machen wir folgendes wir gehen mal dorthin und ich möchte gerne Geheimnisse aufspüren möglicher Nebeneffekt Geheimnisse aufspüren wird entdeckt ja am Graf Garazia oder wie der heißt möchte ich nach Geheimnissen suchen vielleicht finden wir ein Geheimnis was wir dann nutzen können dass der sich uns anschließt im Aufstand gegen unseren Herzog denn wir können ja nach wie vor keine Unabhängigkeitsfraktion machen und unser Lehnsherr der hat immer noch keine Kinder übrigens achso seine Frau ist auch noch 15 noch nicht alt genug ha schwierig und immer noch dieser Gottfried dem Namur ist hier immer noch der Erbe es ist verrückt ein neuer Verwaltungsvorzug kann gewählt werden holen wir uns mal Aufgebotsverstärkungsrate sowas ist gerade wichtig ah wir können jetzt tatsächlich 50 fordern dann mache ich das wir haben 50 Gold bekommen sehr schön ich freue mich schon echt darauf wenn wir hier irgendwann mal die Domänen wieder beim Domänenlimit sind dann werden wir so viel mehr Geld bekommen ja das mit dem Lehnsherr ist echt alles unglücklich ich weiß nicht wie wir das machen sollen machen sollen so ob wir heute noch die 100 Likes schaffen liebe Zuschauer fast 100 Zuschauer haben wir jedenfalls das freut mich immer sehr oh was haben wir denn jetzt hier nie mehr normannisch die jugendhafte Königin Adelheid von England ihre Vassalen sowie die gesamte Familie folgen dem Ruf Albions und nehmen die englische Kultur alles klar England hier Ui der Adelbert ist gestorben das bringt uns also nichts mehr ihn zu beeinflussen und wir haben kein Bündnis mehr mit dem Adelbert super jetzt haben wir hier den von Hohenlohe was der hat aber keine Truppe kann es sein dass jetzt die dass sich jetzt alles aufgeteilt hat irgendwie zwischen seinen Kindern ja 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 der hier ist jetzt der richtige von Ansbach ob der uns vielleicht unterstützt hä wartet mal jetzt unterstützt jetzt unterstützt uns nur noch der hier der mit 200 Männern was ist jetzt mit dem anderen was ist denn mit wartet mal hier mit Nördlingen los wieso unterstützt der uns nicht mehr Nördlingen hallo der hat uns doch vorher auch unterstützt was soll denn das so können wir nicht gegen unseren den Cern vorgehen ich wünsche es gäbe eine Möglichkeit irgendwie direkt dem Kaiser wieder untergeordnet zu werden 50% Erfolgschance weil ich jetzt gerade diese Geheimnisse glaube ich alle mache deswegen ist das ein bisschen schwierig ich ja okay das wollte ich nicht so Fraktionen gegen euren Lebensherren wartet mal das muss ich doch noch irgendwie hinbekommen Beeinflussung 50% ich weiß dass mir Freiheit aber was soll ich denn sonst machen Edge of the Plate wenn mir Freiheit nichts bringt ich dachte ich habe die Hoffnung dass das dann für Chancen führt sozusagen zu Chancen die ich nutzen könnte ist alles nur 50% du wiederholst dich Silke so Beeinflussung nee dann versuche ich ihn doch mal mit 50% zu beeinflussen den Adalbert und wir können nochmal nach 9 oder beim Papst einen Anspruch für den Glauben kaufen ja das wäre tatsächlich wahrscheinlich der bessere Weg wobei jetzt ist die Chance so gut wie unrealistisch dass wir das irgendwie bekommen können es geht auch lustigerweise doch hier um Anspruch bitten minus 43 zurückhaltung das ist echt schwierig stimmt ich könnte irgendwie mal Lebenswandel durchschauen ob es da noch eine Unterstützung gibt ich glaube den Papst kann ich aktuell nicht beeinflussen oder 20% ist sehr ja schwierig und geschenk 150 müsste ich dem zahlen für gerade mal 10 beziehungen hä was verführung der ist tatsächlich bisexuell der Papst um himmels willen 0% ja das alles andere hätte mich auch verwirrt aber wie werde ich jetzt am besten mit dem befreundet 20% Erfolgschance ist nicht das beste wartet mal schaue ich noch mal auf Lebenswandel es gibt tatsächlich kein Bot ah ja spannend gefällt dir überhaupt Crusader Kings 3 das ist die bessere Frage vielleicht bei Ränkespiele da gab es noch ein paar Sachen oder wartet mal Entführungskomplott gegnerisch feindselig feindselig Komplotts Schreckenszuwachs ich schaue gerade mal durch Komplott stören Geheimnisse aufspüren Führungskomplott das war woanders noch warte mal bei der Verwaltung Mehrokratie ihr könnt Thronanspruch gegen euren Lehnzahn verwenden das richtig das gab's bei der das war die Mehrokratie noch das ist das ist richtig Mehrokratie Thronanspruch gegen den Lehnzahn das wäre dann auf jeden Fall ein sinnvoller Krieg und dann bräuchte ich nur noch genügend Verbündete dann sammeln wir nochmal alles für die Mehrokratie ich glaube das ist ein guter Plan wird aber alles noch ein bisschen dauern und unsere ganzen Bündnisse sind halt jetzt in der Zeit alle ungültig wieder mal geworden herrlich gibt's hier denn jemand Neues mit dem ich dich verbünden könnte Breifne 1065 die sind alle so schwach ich weiß gar nicht wo die sich befinden wo befindet der sich denn jetzt eigentlich richtig das war der in in Irland mit den 1000 Männern ach Gott wartet mal ich schau nochmal ach ne die ach die hab ich ja schon jetzt verheiratet oh stimmt unser erbe ist auch verheiratet mit jemandem der kein Bündnis bringt ja tatsächlich aktuell ist nur noch unsere älteste Tochter da ja das beste was ich machen kann ist mit Breifne ja es hilft ja nichts wir brauchen Bündnisse wow Margarete erhält 600 Prestige ja krass ja wir brauchen Bündnisse es hilft nichts wir machen das jetzt wir brauchen dringend immer Bündnisse hier okay gut liebe Freunde was haben wir denn jetzt hier noch hier ist weniger los als auf einem Friedhof um die Mittagszeit okay wir finden ich denke ich werde ich denke ich werde morgen nochmal nachmittags live streamen ich kündige im Community Tab an um wie viel Uhr das sein wird und auch auf meinem Discord werde ich es ankündigen das heißt schaut auf jeden Fall auf meinem Discord vorbei Link in der Videobeschreibung dort könnt ihr euch auch eine Crusader Kings 3 Rolle geben unter Regeln einfach auf das Symbol klicken dann könnt ihr auch bei Multiplayer Partien regelmäßig mitmachen wenn ihr wollt und ich plane ja auch eine große Multiplayer Rollenspiel Event ein großes Multiplayer Rollenspiel Event zu Crusader Kings 3 ähnlich wie mein Eumre zu Europa Universalis 4 schaut auch gerne mal in die Playlists rein ja damit ihr hier von nichts mehr verpassen könnt dann abonniert doch sehr gerne den Kanal würde mich sehr freuen ansonsten kann ich auch nochmal meine Tutorial Reihe empfehlen zu Intrigen und Ränkespielen zu Nachfolge und Erbrecht zu Geld verdienen Religion und hoffentlich wenn ich es noch mache auch zum Thema Kriegsführung ja aber damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen liebe Freunde ich hoffe euch allen hat es gefallen dieser erste Livestream jetzt hier mit Brandenburg mit einer echt spannenden Entwicklung und Geschichte wir sind immer noch mit unserem ersten Herrscher da der aber sicherlich die nächsten Jahre sterben wird dann wird unser Erbe weitermachen müssen und ja wir müssen jetzt einfach schauen tatsächlich dass wir irgendwie unabhängig werden wenigstens vom Herzog das ist jetzt gerade echt die große Herausforderung aber ich denke wir werden das schaffen es ist eine lösbare Aufgabe und beim nächsten Mal sehen wir wie wir es hinbekommen ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht wir sehen uns dann ja mittlerweile schon heute wieder am Sonntag zum nächsten Livestream und es gibt auch heute auch neben dem Geld Tutorial auch ein weiteres Video zu Wessex wundert euch nicht da gibt es aktuell leider noch zwei drei Folgen wo mein Sound ein bisschen sich verrutscht ist ab Folge ich glaube 14 müsste wieder alles perfekt sein also nicht abschrecken lassen vom Wessex LP schaut vor allem auch ab der ersten Folge da gibt es perfekten Sound und sehr spannende Entwicklungen zu Beginn wir sehen uns dann bald wieder ich wünsche euch allen eine schöne Nacht euer Gaius Julius Cäsar und ich wünsche euch allen